Wir haben festgestellt, dass für viele Zuschauer, die jetzt die Regeln nicht kennen und die erste Folge nicht gesehen haben, dass es relativ schwer ist zu verfolgen, was wir hier tun. Deswegen habe ich mir überlegt, ich hoffe es ist okay für euch, wenn ich nochmal in absoluten drei Minuten kurz durchlaufe, ganz kurz erkläre, worum es ganz grob geht, was so die Spiele im Moment sind. Ich stopp die Zeit. Mach das. Also, wir kämpfen um die Vorherrschaft über Dune. Wir kämpfen nicht um das Imperium. Der Sieger wird nicht der Imperator, sondern der Oberverwalter, wie wir ihn jetzt gerade genannt haben. Gottverwalter. Ja. Siegen tut derjenige, der als erstes zehn Siegpunkte hat, beziehungsweise am Ende, das ist Quatsch, nach zehn Siegpunkten wird die letzte Runde gespielt und dann siegt der mit den meisten Siegpunkten. So, das ist das Spielziel. Ansonsten ist das Spiel eine Kombination aus einem Card-Building-Game. Das heißt, wir haben alle ein Kartendeck. Am Anfang ist es dasselbe, zehn Karten. Das werden wir aber im Laufe der Zeit, ihr müsst hier noch gar nicht so viel machen, weil wir machen gleich Setup. Im Laufe der Zeit wird das Kartendeck aber verändert und jeder spezialisiert sich irgendwo. Das heißt, wir bauen uns unser eigenes Kartendeck. Das ist das eine Element. Das zweite Element ist, wir werden hier unsere Agenten einsetzen im Spiel. Das ist quasi so ein Worker-Placement. Das heißt, mit den Agenten können wir hier vor allem Ressourcen bekommen oder bestimmte Vorteile oder Karten oder Ähnliches, indem wir auf dem Feld sie irgendwo platzieren. In der Regel darf auf jedem Feld immer nur ein Agent stehen. Das heißt, Schnelligkeit, Reihenfolge, Prioritäten spielen eine große Rolle. Und auf jedem Feld passiert so ein bisschen was anderes. Und das dritte Element ist, dass wir hier in jeder Runde auch eine Schlacht schlagen. Und das ist ein sogenanntes Area-Control-Element in dem Spiel. Das heißt, wir müssen Truppen hier reinwerfen ins Schlachtfeld und die Gewinner bekommen dann irgendwas. Wer ganz vorne ist, bekommt das meiste. Und das ist dann immer eine schwierige Abwägung zwischen diesen Prioritäten. Ja, außerdem wird das Ganze noch angereichert durch Intrigen-Karten. Das sind geheime Karten, die kann man spielen während seines eigenen Zuges. Also bestimmte Karten während seines eigenen Zuges. Dann gibt es Kampf-Intrigen, die während der Kämpfe gespielt werden. Und sogenannte Final-Intrigen-Karten, die werden erst ganz am Schluss aufgedeckt und die können nochmal die Wertung durcheinander bringen. Das ist ein besonders interessantes Element. Ja, und dann haben wir hier Forschung. Die können wir kaufen für Spice. Spice ist eine wichtige Ressource, die dann auch noch Neues mit ins Spiel bringt. Interessante Elemente. Ich denke, das ist ganz grob. Reicht das jetzt mit erstmal zur Übersicht? Vielleicht nochmal eine wichtige Sache, weil das immer nicht ganz verstanden wird. Es gibt hier Felder, die haben so ein gekreuztes Schwert als Symbol. Das sind sogenannte Kampffelder. Nur wenn man dort heraufsteht, kann man im Prinzip Einheiten aufs Schlachtfeld bringen. Da gibt es bestimmte Regeln für. Das heißt aber, wenn man sich an den Kämpfen beteiligen will, muss man seinen Agenten hier irgendwo draufstellen. Erst dann geht das. Okay, das glaube ich für den ganz groben Überblick reicht das. Machen wir kurz die Vorstellung der Anführer. Na, schlagen wir mal mit Ranger. Ich habe Tissia Vernius. Die hat als Fähigkeit oder beziehungsweise als besondere Eigenschaft Snooper Token. Die Snooper Token, die seht ihr hier drüben bei den Einflussleisten. Das sind die, die so aussehen wie ein Schlüssel. Ich weiß nicht, was das sonst ist. Und jedes Mal, wenn ich einen dieser Snooper Token erreiche, dann bekomme ich diesen Schlüssel quasi zu mir rüber und kann den dann auf der Leiste hier, auf meiner Kartenleiste links, von oben nach unten nutzen. Also jedes Mal ein Schlüssel verdeckt einfällt und sobald das Feld verdeckt wird, bekomme ich das, was halt da drunter steht. Ja, ich verstehe noch nicht so ganz, was dieses to the up, whenever you reach a Snooper Token, move it to the topmost uncovered space above and take that reward. Genau, das ist das, was du gerade auf Deutsch beschrieben hast. Du fängst von oben an und legst die dann immer runter. Das weiß ich. Deswegen wollte ich es nochmal, dass ihr es übersetzt für die Leute, die nicht so gut im Englischen sind. Ich spreche übrigens fließend eng, das ist kein Scheiß, ich habe ein Zertifikat dafür. Naja, egal. Und dann bekomme ich mit der Ringfähigkeit, bekomme ich ein Influence bei einer Fraktion, bei der ich noch einen Snooper Token habe. Nee, ist das anders? Du kannst einen Einfluss bei einer beliebigen Fraktion runtersetzen und bekommst bei einer Fraktion, wo du noch einen Snooper Token hast, einen Einfluss dazu. Du kannst das halt tauschen. Ah, dafür muss ich einen Einfluss runtergehen. Okay, ich dachte, das wäre jetzt einfach das Zeichen dafür. Ah, okay, verstehe. Ja, das ist meine. Mal gucken. Spannend. Ja, sehr interessant. Übrigens kennt ihr schon die tolle Möglichkeit, wenn ihr über ein Element des Spiels geht, egal welches Alt zu drücken, zum Beispiel eine Anführerkarte? Ah, nein. Nein, haben wir nur beim ersten Stream damals gesagt. Ja, gut. Also, Gaios. Ja, fantastisch. Ich habe hier Helena, wo ich nach wie vor mich frage, wie ich den Nachnamen ausspreche. Ist es Richesse oder ist es Richesse? Nee, wenn es Richesse wäre, wäre so ein Axon drauf. Könnt ihr eure Griffel da mal von runter nehmen, da sieht er grässlich aus. Ja, du musst Alt drücken, weißt du? Genau, mit Alt ist es wunderschön, das haben wir ja gerade festgestellt. Ja, auf jeden Fall hat sie die Fähigkeit, dass ihr egal ist, falls irgendwelche Felder mit diesem grünen oder dem lilanen Kreis blockiert sind quasi, weil dann kann sie trotzdem Agenten noch darauf setzen. Also, das ist quasi irrelevant für sie und ja, bei der Ringfähigkeit hat sie die Möglichkeit, sich dann eine Karte oben bei den Imperiumskarten herauszunehmen und nochmal sozusagen sich zu reservieren, um dann dort das Ganze auch sogar noch für einen Einflusspunkt günstiger zu kaufen. Prima. Ich spiele Duke Leto Atreides. Der ist populär im Landsrat. Immer wenn ich auf diese grünen Felder gehe, dann kostet mich das ein Geld weniger. Das ist eine schwierige Fähigkeit, weil man daran denken muss. Das stimmt. Mit so einem Token hat man es da ein bisschen einfacher. Ja. Das heißt, so und dann bin ich aber irgendwie Diplomat und kann ein Spice bezahlen, um einen Einfluss bei einer Fraktion zu bekommen, wo ein Gegner, das seid ihr, mehr Einfluss hat als ich. Ich dachte, wir wären befreundet, aber gut. Wichtig ist, das ist die Ringfähigkeit, ne? Das ist die Ringfähigkeit, genau. Ja. Also als Erklärung nochmal, da muss ein Ring vorher gespielt werden als Karte für diejenigen, die es noch nicht wussten. Also ich meine jetzt nicht euch, ich meine die Zuschauer. Na gut, dann darf ich, glaube ich, ne? Ich spiele das aus Harkonnen. Das Schicksal hat entschieden, dass ich wieder die Betrüger der Runde hier spielen darf. Schummelecke. Die Schummelecke ist wieder aktiviert, sehr gut. Also ich bin eben Baron diesmal, nicht Raban, sondern Baron Wladimir Harkonnen. Und das ist so, dass ich mir zwei Token auswählen darf am Anfang der Runde. Und wenn ich mehr als vier Truppen, also vier oder mehr so, in den Kampf geführt habe, dann darf ich die am ersten Mal revealen. Das heißt, dann seht ihr, welche Truppen ich ausgewählt habe. Und immer dann, wenn ich mehr als drei Truppen, also vier oder mehr einsetze, bekomme ich in diesen beiden Fraktionen. Das heißt, entweder Fremen, Bene Gesserit oder Handelsfraktion oder Imperator bekomme ich einen Einfluss mehr. Genau. Und als Ringfähigkeit habe ich kein Solaris sein. Dafür kriege ich eine Intrigenkarte, was meiner Ansicht nach ganz schön overpowered ist. Das ist sehr stark. Nochmal zu deiner ersten Fähigkeit. Das geht aber nur einmal, nicht immer, sondern wenn du das erste Mal halt das machst, mehr als vier oder mehr, dann drehst du die Dinger um und dann kriegst du den Einfluss. Das ist nur ein einziges Mal, kriege ich das, ne? Ja. Sonst wäre es schon sehr stark. Ja, eben. Hallo? Ja, Runde zwei Einfluss. Ja, hallo. Herr Baron. Willst du dich nochmal anders entscheiden? Ja, du kannst es gerne machen. Ja, jetzt ist es so spät. Nee, ich spiele den Baron. Das ist schon okay. Ja, das ist schon okay. Das wäre Schummel-Ecke schon wieder da gewesen. Sonder. Okay. So, dann hat das Spiel mir jetzt irgendwie zufällig ein Startspiel dazu gegeben. Kann das sein, dass das zufällig war? Soll ich dann auch, oder wollen wir es nochmal würfeln? Nö, fang doch an. Das ist, mach ruhig. Ich nehm das gerne. Wird dir auch nichts helfen, Steinwagen. Alles gut. Okay, alles klar. Warte mal, ich packe nochmal die anderen. Anführer weg. Die machen mich sonst nervös. Ja, wenn sie uns so beobachten, die großen Häuser. Ja, genau. Das brauchen wir alles nicht. Das hier oben gehört, glaube ich, auch zu irgendeiner Spezialanführerin. Das kann auch weg. Ich glaube, da müssen wir uns greifen. Das ist wohl ein ganzes Abschnitt. Na gut, das scheint irgendwie so eine dauerhafte Karte zu sein. Ja, komm. Räumen wir es ruhig weg. Los. Lassen wir. Ich kriege auch den Sack nicht mehr weg. Egal. Also, seid ihr bereit? Jawohl. Gut. Dann hab... Boah, worum fang ich denn an? Das ist... Ach ja, unsere Karte habe ich jetzt gezogen. Ich vergesse das auch jedes Mal immer so ein bisschen. Ich habe noch keine Karten gezogen, ey. Äh, was? Du hast doch Karten, sehe ich doch. Ich finde, man braucht immer kurz ein paar Minuten, um wieder drin zu sein. Die Plenken. Im Chat gibt es nochmal Fragen wegen dieser Harkon-Geschichte. Ja, also, man muss in einem Zug, in einer Situation, in einem Konflikt, vier Truppen... Warte mal, vier Truppen auf einmal im Turn, ne? Ja, genau. Das heißt, du musst quasi auf einmal die vier Truppen reinhauen, ne? Ja, genau, ja. Okay, alles klar. Zwei außer Kondition und dann, wenn ich zum Beispiel bei den Fremen draufgehe oder bei den Highlinern oder sowas, ne? Da, wo ich hand... So, was wir aber jetzt noch erst nochmal machen müssen. Wir schauen uns doch mal hier oben die Imperiumskarten genau an, falls es da noch Probleme gibt. Das ist jetzt ja nochmal wichtig. Oha! Der bringt gleich eine Forschung mit. Krass. Das ist schon krass. Du würdest sofort eine Forschungskarte bekommen? Ne, du kannst eine Forschung kaufen, so ist es. Kaufen, okay. Entschuldigt. For free, ja, klar. Ja, genau. Okay, dann geht's wieder. Ja, und wenn man drei oder mehr Forschungsdinger hat, dann kann man die Karte thrashen und kriegt einen Siegpunkt. Mhm. So, das Todeskommando. Da kann man halt eine Karte kaputt machen, was auch sehr stark ist, ne? Schlechte Karten später. Truthsayer, Bene Gesserit. Dieses erste Symbol, erinnert ihr euch noch, ist Ablegen. Nicht Zerstören, sondern nur Ablegen. Man kann eine neue Karte ziehen, ne? Mhm, ja. Ja, Chris Messer gibt bei Fremenbund mehr Einfluss bei den Fremen, das ist auch interessant, wenn man in der Aufdeckphase. Naja, und dann die Missionaria Protektiva. Gut, das sind die Karten und dann haben wir Forschung, ist auch interessant. Minimic Film, da kriegt man immer einen Einfluss. Das ist ganz cool, in der Aufdeckphase. Ein Einflusspunkt mehr. Immer? Jedes Mal? Nicht nur einmalig? Ja. Ne, ne, im Reveal-Turn. Die Forschung sind ja in der Regel dauerhafte Geschichten. Okay. Immer ein Einflusspunkt mehr. Was? Okay. Sonst würde da stehen irgendwie, ich weiß nicht, musst du ablegen oder so. Trash the card, After Losing oder sowas. Genau. Bei den Holoprojektoren, die kann man halt in seinem Zug spielen. Man dreht sie um, kann eine Karte ablegen und neu ziehen. Und dann haben wir die Truppentransporter. Wenn man vom Shipping-Track rekrutiert, was ist das Shipping-Track? Ist das hier oben, das Shipping hier? Ne, ne? Das hier? Ja. Doch, ne? Ja. Das Interstellar-Shipping, ne? Das müsste es sein. Das ist Interstellar-Shipping hier oben. Ja, genau. Vom Handel. Ah. Ist das Shipping-Track? Interstellar-Shipping, genau. Und das ist das Track dazu. Dann kann man halt erstens eine zusätzliche Truppe rekrutieren und zweitens sie in den Konflikt gleich bringen. Das darf man normalerweise hier oben ja nicht. Auch eine spannende Sache. So, damit haben wir das geklärt. Jetzt erst mal komplett durchrechnen, wie viele Einflusspunkte ich brauche für welche Karte. Natürlich. Verständlich. Ja, und dann. Boah, ich habe ja aber auch, ich kann ja nirgendwo hin. Ist ja total langweilig. Es ist unschön. Es ist unschön. Es beginnt schon unschön. Wo kann ich denn hin? Für die Zuschauer, diese Symbole auf den Karten, die signalisieren, wo man auf die Felder überhaupt hin kann. Genau. So, wie viel Geld habe ich nochmal am Anfang? Entschuldigt, ich brauche echt kurz, wir haben ja gar nichts. Wir sind ja komplett pleite. Armselig. Ich brauche echt einen Augenblick, um mich hier zu orientieren. Ich kann dir natürlich als Gottverwalter etwas leihen, wenn du möchtest. Ich kann ja überhaupt nichts machen. Naja. Naja, muss ich die Ringkarte schon spielen. Oder das eben. Jo, es ist wie es ist. Ach so, ein Wasser hätten wir. Tja, lohnt sich das Investment jetzt schon? Na gut, ich spiele einfach Dune, der Wüstenplanet. Und gehe... Ja, das ist jetzt die Frage. Gebe ich jetzt mein Wasser schon aus? Ach. Ja. Ja, sicher. Was soll's. So. Oh, das hätte ich also... Das weiß ich nicht, habe ich jetzt so gemacht. Ja, weiß ich auch nicht. So. Ah, das war klug. Jetzt kann ich erstmal nachdenken, während ihr dran seid. Ich darf nur jetzt, oder? Ja, ja. Ja, leider. Genau. So, dann spielen wir die Seek-Aliots und setzen unseren ersten Agenten auf. Ah, Clement, ich kann ja auf Send Engine klicken. Genau. Das sollten wir immer machen. Rehmenfeld hier, wo wir zwei Truppen kriegen. Da steht Seek-Aliots auf deiner Karte. Entschuldigung, ich kann nicht lesen. Entschuldigung. Und wir setzen direkt mal vier Truppen in den Konflikt und haben damit auf jeden Fall unsere Mission schon erfüllt. Ich darf meine Dings revieren hier. Scheiße, ich habe den Konflikt vergessen. Das heißt, wir bekommen einen Einfluss. Das geht ja gut los. Dort einmal. Und hier. Da einmal. Und genau, bei den Fremen habe ich auch gekriegt. Ja. Das war's. Ja, toll. Ja. Äh. Ja. Ich bin, ne? Kann ich eigentlich, ich muss einen Einfluss von mir dann runtergehen, ne? Ich kann nicht von irgendjemand anderen den Einfluss dann runternehmen, oder? Das wäre sehr, sehr merkwürdig. Nein, du musst von dir. Das nehmen wir. Das wäre sehr cool. Ja, ich spiele hier Diplomatie. Und gehe dann nach hier oben, zu dem Fold Space. Zudem dann meinen Agenten hin. Plupp. Kriege ich so eine rote Karte. Was sind die? Die muss ich jetzt ziehen, ne? Oder? Die ist direkt in deinem Ablagestapel gelandet. Die kannst du erst nach dem Drawn bekommen. Genau. Ach, da ist sie. Ja. Okay. Ja, mehr geht ja nicht. Ich habe ja schon gespielt. Genau. Das heißt, ich bin dran. Ich kann mich auch nicht am Konflikt beteiligen. Also du bist, ja. Okay. Eine kurze Frage oben bei dem Schmugglerfeld. Wie war das, wenn ich da jemanden drauf setze? Muss ich da einen Solari dafür zahlen? Oder bekomme ich da direkt einen, um dann eins hochzugehen? Den bekommst du. Du bekommst. Okay, okay. Wollte ich nur kurz wissen. Die Kosten stehen immer links oben. Okay, die würden links oben stehen. Alles klar. Wollte ich jetzt nur kurz sicher gehen. Gut. Und wir überlegen. Was ist mir am wichtigsten? Ja, doch. Äh, Sand Agent, genau. Dann nutze ich diese Karte, um den Agenten zu quälen. Die und der Desert Planet. Und ich kann ja jetzt hier eh nicht in den Kampf gehen. Also, ja, war es das auch erstmal von mir. Beziehungsweise ich muss mir noch das Geld holen, ne? Und mit dem Feld eins hochgehen. Warte mal, das Geld müsstest du doch automatisch bekommen haben. Ach so. Immer wenn du Sand Agent machst, macht er alles automatisch. Deswegen hast du auch schon zwei Solari. Da hast du vollkommen recht, genau. Ja. Schummelgaius. Erstmal wieder reinkommen, ne? Genau, erstmal wieder reinkommen. Ich vermute das Schlimmste, wenn ihr sowas macht. So, aber damit müsste es passen. Also, ich bin total unzufrieden mit meinem Start. Darf ich mal ein bisschen jammern? Man vergisst doch keine Tränen auf Dune. Das ist wie zu werden. Typisch Asriides. Ja, ja. Oh, typisch schlecht. Oh, ist so unfair. Es ist alles total unfair, ja. So, ich spiele das Messer. Und gehe hier oben hin. Müssen wir nicht eigentlich zum Beginn einer Runde uns alle gegenseitig ansprungen, als Beweis dessen, dass... Unseres Respekts. Ja. Ich habe übrigens so einen Grafikfehler. Ja, den sehe ich auch. Man sieht es nicht richtig. Oh. Sand Agent kann man nicht erkennen. Das ist so... Ja, da ist ein Bug irgendwie. Ich muss das manuell setzen. Dann wird das... Ach so, es wird ja eh nicht abgehandelt. So, ich entscheide mich dafür... Ah, warte mal. Ey, ich habe doch jetzt zwei... Oh, eigentlich ist der Move ziemlich gut gewesen. So, ich kann ja jetzt gleich mal Forschung kaufen. Und zwar vergünstigt. Joa, das finde ich nett. Ich nehme diesen Minimig-Film. Da musst du doch auf Acquire drücken. Ja, stimmt. Entschuldigt. Wir kommen erst mal alle wieder rein, ne? So, perfekt. Aber ich muss trotzdem Spice selber bezahlen. Ein Spice. Und habe jetzt diese geile Fähigkeit. Finde ich gut. Ist die wirklich jedes Mal, ja. Das ist eigentlich echt krass. Ja, wobei einer ist ja dann auch nicht mehr so viel, wenn es hinterher zu den richtig großen geht, ne? Ja, kann schon entscheidend sein. Klar, ein Fies ist auch nicht, ne? Einer ist keiner. Mhm. Das sagt er, der es jetzt hat. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist die Mark nicht wert? Ich glaube, also ... So. Jetzt würde ich jetzt am meisten hier direkt wieder Tränen vergießen. Schummelecke ist dran. Ja. So. Das spielen wir aus. Viele Möglichkeiten bieten sich mir nämlich nicht mehr. Deswegen gehen wir jetzt hier auf das Bessingfeld im Pessing und bekommen eine, ein Spice. Und that's it. Wo ist eigentlich deine Karte, die du im ersten ... Die musste getrashed werden. Ach so. Die habe ich vorbildlich, wie ich bin. Ah ja. Ohne zu schummeln, natürlich dann zerstört. Ich glaube dem nicht. Hm. Ja, ja. Chat ist mein Zeuge. Okay. Ich glaube dem nicht. Die stecken da alle mit einer ... Ranger darf jetzt. Ich darf. Ja, sind ja von alle Felder hier fast voll. Oh Gott, willst du da noch machen? Ja, ist nicht mehr viel Möglichkeit da. Das stimmt. Willst du da noch machen? Ähm ... Ich spiele ... Ich spiele mit. Einmal Reconnaissance. Oh ja. Und dann werde ich den zu Karta. Ach, Kartago schicke ich den. Dann bekomme ich eine Einheit. Ähm ... Nehme meine Truppen und kriege die mit hier rein. Hm. Hm. Interessant. Ach. Äh, ja. Ja, ein Trink-Karta hast du bekommen, ne? Ja, genau. Ja. Alles klar. Okay, dann bin ich dran. Ich spiele die Diplomatie-Karte, wenn sie kommen möchte, bitte. Jawohl. Wie hast du jetzt ... Drei ... Äh ... Vier Leute draufschieben dürfen. Du darfst doch nur zwei plus einen mehr, oder? Da hat Ecke recht, ne? Wer schummelt denn hier schon wieder? Hallo? Das ist vollkommen richtig. Das stimmt doch gar nicht. Das ist ... Das ist eine Lüge. Nee, dann hat der Schiedsrichter ja interveniert. Ich dachte, meine Truppen darf ich da reinsetzen. Nix, aber du darfst nur ... Zwei. Warum hast du denn das hier drin? Ja, weil ich auch zwei dazugekriegt hab, du Pflaume. Ja, ich auch. Nee, du hast einen dazugekriegt. Der bleibt da jetzt drin, also ich glaubet wohl. Ja, so. Sag mal, jetzt ... Ich erwarte hier ... In der frühen Phase, ja? Ich erwarte hier ... Klärung seitens des Schiedsrichters. Ich erwarte Klärung seitens des Schiedsrichters. Schummelt Ecke setzt jetzt hier direkt schon los, weißt du, damit der Gottverwalter ... Ich muss ja aufpassen, dass du nicht so willst, du an der Lüge. Ja, man muss schon aufpassen. Der Schiedsrichter musste nachfragen beim Imperialen Rat und du hast Rechtecke. Es war komplett richtig. Ich weiß, dass ich recht habe. Alle sind gegen das Haus, Vernius. Alle. Das ist hier eine Intrige. Das ist natürlich eine Intrige. Das liegt nur an dich, Ranger. Alles gut, das Haus hat nichts damit zu tun. Das liegt nur an dich, ja. An dich, schon guck. Oh mein Gott. Ja. Fantastisch. Wir stammeln so vor sich hin. Wir kennen es bei Schummeln auch. Das war nicht beim Reden. Nachdem der erste Betrugsversuch erfolgreich aufgedeckt wurde, darf Helena weitermachen mit ihrem Zug. Diplomatie. Diplomatie. Genau. Und zwar bei den Fremen würde ich da gerne einmal meinen Agenten hinschicken. Das heißt, ich habe ein Wasser bekommen und kann jetzt noch eine meiner Einheiten aufs Kampffeld platzieren. Und tatsächlich würde ich einfach nur ein bisschen mitmischen mit einer einzigen Einheit. Mehr habe ich gar nicht. Das geht nicht. Das ist verboten. Das war auch mein Plan, aber ich habe es natürlich vergessen gehabt. Darauf habe ich gehofft, Steinwallen, weil sonst hätte ich wahrscheinlich gar nichts da investiert. So will ich den einen Spice schon mitnehmen. Ich finde, der Schiedsrichter sollte mich doch darauf hinweisen, wenn ich was vergesse. Ne, ne, ne. Weil ich der Älteste hier bin. So fangen wir hier nicht an. Du bist der Spielerfahrenste. So, jetzt muss ich nur schauen, aber ich habe, glaube ich, sonst nichts vergessen. So, sind wir durch, ne? Ja. Das heißt, ich muss mich jetzt mal kurz erinnern, wir machen jetzt den Aufdeckzug. Das heißt... Genau. Warte mal. Gab es da nicht eine Taste dafür für Aufdecken? Ne, ne? Man schmeißt alles irgendwie hin, ne? Ne, Reveal Hand, oder? Ach so, Reveal Hand. Gab es hier irgendwo? Ja, nach und nach. Unten. Ah, Reveal Hand. Alles klar. So. Aber jetzt wird es wild. Passt auf, Leute. Wir haben 5, 5, plus 1 sind 6, plus 1 sind 7. Joa. Krass. Was nehmen wir denn dafür? Das ist jetzt eine spannende Frage. So eine richtig supergeile Karte ist ja leider nicht da. Der Forscher ist doch stark. Ich meine, der Ingenieur. Ja, klar. Muss man halt auch. Ja gut, dann kannst du die 7 natürlich... Ja, außer du willst dann rechts noch was ziehen. Dann helfe ich als Gottverwalter halt auch nicht mehr, wenn er schon Erforschung da hat und den nicht möchte. Muss man halt auch noch bezahlen, ne? Aber ja, klar, ist natürlich gut, ja. Aber dann gehen Zweifel... Ja. Das habe ich mir auch gerade gedacht, ja. Ich finde auch den Truth sehr, sehr gut. Quatsch, damit kannst du gar nichts anfangen. Aber da merkt man, wo Ranger schon drauf schielt, ja. Ja, ja, ich... Ah, ich kann mich nicht entscheiden, Leute. Tatsächlich, ich folge meiner Intuition. Ich nehme... Äh, muss ich Equire... Equire musst du drücken. Ach, Mensch. Deswegen darfst du die Karte nicht nehmen. Du musst den Ingenieur nehmen und hier den Aral-Kist drücken. Ah, schaut mal, kommt da noch was Neues. Oh, Space-Gilde. So, drei plus zwei sind fünf, ja. Die ist natürlich auch gut. Komm, die kommt gleich direkt dazu ins Portfolio. Okay. Und, ja... Der kauft erst mal den ganzen Laden. Das ist noch ein Punkt, ne? Darf ich auch noch mitspielen? Wieso, ich habe sieben. Ja, sieben. Das ist zweimal drei ausgegeben. Ach so, war das eine Dreie? Man weiß Dreie Karten noch nicht. Alles klar, alles klar. Dann Missionara. Sieht auch noch nett aus, ne? Aber, ne. Oder, warte mal, ist das... Ach, stopp, das ist ja eine Benelgeistre-Karte. Oh, ja, natürlich. Ist doch die perfekte Kombi. Das ist ja unfassbar. Alles klar. So. Alter, die ist auch gut. Basic, ja. Ui. Das ist wie wehers. Keine Kampfpunkte für dich? Nee, ne? Nö, ich habe ja eh keine Einheit drin. Reveal ich meine Hand mal. Ich habe drei Punkte. Das heißt, ich kann mir das wunderschöne Death-Kommando kaufen. Hehe. So. Und ich bekomme zwei Punkte pro Truppe. Das heißt, ich habe vier Truppen drin. Das heißt, acht Stärke plus deutlich bin ich bei neun Kampfstärke. Yes, sir. So sieht's aus. So, dann kann ich... Nicht schlecht. Discard Reveal Cards, ne? Ja. So, also Reveal Hand müssen wir hier unten drücken dann, ne? Jo. Ich habe drei Punkte. Ach, wie niedlich. Ja. Ich hole mir hier... Ich hole mir hier... Ja, da lasse ich mich gar nicht drauf ein. Das ist also... Ein Messer. Ich hole mir das Frierenmesser. Ja. Ach, guck mal. Bin der Geserit. Möchtest du direkt haben? Steinwald schenke ich dir. Gebe ich dir aus. Gebe ich dir direkt aus. Ja, und das war alles, was ich jetzt hier dafür offenbaren wollte. Also... Discard Revealed Hand. Ja. Genau deinen Kampf dann. Ach so, mein Kampf, ja. Kannst du als nächstes noch einstellen, ja. Ähm... Um irgendwie das auszuspielen, ne? Nein, nein, nein. Sondern ich habe die Möglichkeit, dann alle drei Felder zu benutzen, frei wie ich möchte. Und wenn ich sie ausspiele, dann darf ich noch eine Karte aus meinem Deck dazu auf meine Hand nehmen, ne? Das habe ich richtig im Kopf. Genau. Fantastisch. Ja, dann kaufe ich auf jeden Fall die Acquire. Hm, Ligantab da. Okay, na gut. So, ähm... Jetzt dann noch der... Da habe ich die zwei. Äh, beziehungsweise nicht. Ich habe sogar drei, es war völlig egal, aber der Vollständigkeit halber. Und dann kann ich schon Discard Revealed Cards machen. Gut, dann frage ich in die Runde, will jemand Kampfintrigenkarten spielen? Vor allem Ranger, frage ich. Niemand hat Intrigenkarten, oder? Doch. Ranger ist der Einzige. Ach, okay, alles klar. Nein. Okay, dann ist die Sache entschieden. Äh, Ecke bekommt ein Einfluss und ein Spice. Ranger zwei Spice. Gaius ein Spice. Dann nehme ich den Einfluss bei der Handelsgilde. Gehe die hoch. Sollte dafür jetzt auch einen Siegpunkt gekriegt haben? Ja. Sehr gut. Und ich bekomme ein Spice nicht mehr. Zack. Ich muss mir auch noch meine zwei Spice manuell nehmen, ne? Ja, genau. Die werden nicht automatisch ausgegeben. Genau. Sehr schön. Ja, dann können wir... Ein Soldat, ein Spice fand ich jetzt einen ganz guten Tausch, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Okay, dann können wir den Konfliktbereich leeren. Genau. Und... Execute Maker Phase heißt... Genau, du kannst dann auch mal abspeichern. Ja, ich execute Recall Phase. Alles geht zurück. Und ihr seht, worum es in dieser Runde geht. Aber ja, ich speichere mal. Ah, nicht so spannend. Wobei, was bedeutet der... Das ist der Mentat. Du hast in der nächsten Runde dann einen Meer direkt. Ah, einen Agenten Meer, den man nutzt. Der ist der Mentat, den du kriegst. Das heißt, der ist in der Runde nicht zu holen. Genau. Ah, okay, okay. Verstehe. Interessant. Jo. Dann starten die Harkonnen. Dann darf ich beginnen, glaube ich, ne? Ja, das sagte ich gerade, ja. Ja, ich hatte gerade... Hat sich noch nicht identifiziert mit den Harkonnen ausreichend genug. Eine kurze Zwischenfrage. Wir haben ja das Problem oben mit dem... Mit der Raumgilde, da wir gerade gespeichert haben, noch einmal neu laden, damit eventuell die Felder verfügbar sind. Ja. Wie sehen das die anderen? Nein, dass wir hier nicht Send Agent drücken können. Dann können keine Fehler passieren. Können wir mal ausprobieren. Ja, können wir machen. Ja, können wir machen. Laden wir neu. Okay. Jetzt ist es auch. Äh, ist mal noch. Scheint immer noch so zu sein. Ja. Aber ist jetzt nicht so. Immer neu starten. Nee. Das machen wir nicht. Nee, genau. Komplett die Partie, meine ich. Ach so. Du dir wahrscheinlich Steinwallen zugutekommen bei seinem Start, wo er noch nicht so zufrieden war. Aber nee, Ecke. Leg los. Ja, ich muss kurz überlegen. Es gibt nicht so viele Felder, wo man an Solaris kommt, ne? Das ist tatsächlich auch mein Thema, ja. Mhm. Das ist korrekt, ja. Ja, das hab ich mir auch schon gedacht. Die Technologien haben Spice gekostet, ne? Technologien kosten Spice, genau. Okay, okay. Wir haben. Wenn ich das richtig sehe, bekomm ich nur... Du kommst beim Imperator, bekommst du Solaris. Und du bekommst Solaris über Handel, ne? Über Fracht. Ja. Dann machen wir doch den Imperator. Wir holen uns die Diplomatin und setzen uns bei dem Imperator. Wir bekommen einen weiteren Siegpunkt. Und zwei Solaris. Und damit ist meine Runde beendet. Na ja, das wollte ich alles in der ersten Runde machen, aber ich hab die ganzen Karten nicht gezogen, wo man zu den Fraktionen kommt. Und jetzt bin ich letzter. So. Mi, 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 mi. Ich spiele Seek Allies. Und gehe auf Full Space. So. Und jetzt ist hier diesen Token, nehm ich jetzt. Genau. Und den kann ich jetzt hier drauflegen. Hoppala. Und vorher solltest du dir angucken, was das bedeutet. Genau. Da kann ich eine Karte ablegen und krieg dafür ein... Genau. Jetzt? Irgendeiner aus der Hand, oder? Ja. Äh. Wofür brauche ich das denn? Warum kann ich die nicht nehmen? Was möchtest du machen? Eine Karte ablegen aus meiner Hand, dann krieg ich dafür ein Spice. Aber ich kann grad jetzt... So. Dann lege ich die hier ab. Und dann bekomme ich ein Spice. Und du kannst auch die Karte hier trashen. Die kann weg. Jo. Dann hab ich alles... Meine Karten... Ne, ich hab eine... Äh... Ich hab meine Intrigenkarte hier nicht bekommen. Hast du Send Engine gemacht, oder? Ja, eigentlich schon. Äh, welche Intrigenkarte? Hier diese... Also diese Full Space. Die Bonuskarte. Ja, der ist ja da drunter. Jedes Mal vergesse ich das. Schon mal Ranger. Hör auf die Narben zu klauen, du unkreativer Mensch. Sehr gut. Gaius ist. Bist du durch? Ja, okay. Da ist das die Langfinger-Area. Ja, ich überleg grad schon die ganze Zeit, ob ich meine Ringfertigkeiten nutzen möchte oder nicht. Und bin deswegen schon die ganze Zeit bei den Imperiumskarten. Ob ich da unbedingt eine haben möchte. Das ist knifflig gerade. Ob die alle so... Wie mächtig die sind. Also ich glaub, die eine ist schon nicht... ...leicht hier... ...zu haben. So, Shad, wir brauchen Geld. Das ist irgendwie das Erste. ...Karte. Da kann man dann eine... ...ablegen. Und wie war das? Ich muss dann eine vernichten oder ich kann? Äh, kurz... Ich hab nicht hingehört, welche jetzt? Bei der Guild Chief Administrator. Wenn ich die ausspielen würde, dann, wenn ich sie hätte. Äh, du kannst eine ablegen und dafür eine zerstören. Aber ich muss es nicht. Ich kann das halt so, wenn ich möchte. Genau, das hatten wir das letzte Mal. Aber ich glaube, alle Karten, die mit diesem Pfeil sind, sind optional. Optional, okay. Ich... ...gerne intervenieren. An die Regel... ...kundigen. Aber ich glaube, das war das Ergebnis. Das war korrekt. Ja, okay. Fantastisch. Gut. Dann mach ich... ...Folgendes. Und zwar nehme ich auf jeden Fall die Ringkarte. Das heißt, dann würde ich jetzt erst... Shad, für uns wäre das jetzt echt wichtig gewesen. ...die einmal nehmen. Das heißt, die würde ich jetzt einfach neben den Stapel legen, richtig? Genau. Einfach daneben legen. Äh, genau. Und dann musst du per Hand, glaube ich, eine ziehen. Äh, aus dem... ...aus dem Säckchen? Nee, hier. Ah, hier drüben. Ja. Nein. Ah, ja. Mit R drehe ich um, oder? Mit F, glaube ich. Mit F, ja. Oh, Stilger. Okay. Das ist eine coole Karte. Absolut. So, okay, das habe ich weggelegt. Fantastisch. Und, äh, jetzt sende ich natürlich noch meinen Agent. Und zwar hier oben hin. Das heißt, ich habe, genau, ich habe einen Solari bekommen. Und, äh... Ich würde mir mal überlegen, ob ich mir Stilger hole. Dann muss ich aber hier wieder hin. Krieg wieder kein Geld. Runtergehen. Dass ich quasi dann, äh, fünf Solari bekommen kann und ihr jeweils einen Solari bekommt. Ne, das ist richtig. Und so sieht es aus, ja. Ja. Gut, so machen wir das. Oder so ein Spice, wie du willst. Genau, das ist die Entscheidung, die ich quasi hätte. Äh, aber nee, ich nehme die Solari, das heißt, ihr dürftet ihr euch auch die, dann ein was holen. Da bin ich schnell dabei. Das glaube ich. Ja, das ist immer eine schöne Sache, da freut man sich. Okay, damit habe ich, äh, ja, ich kann ja nichts in den Kampf blicken. Ne, dann bin ich erst mal fertig. Ja. Also die Felder, wo man Geld bekommt, habt ihr schon besetzt. Vielen Dank. Dann bleibt mir nur langweiliger Quatsch. Da kann ich auch nicht hin. Ja. Langweiliger, schöner Quatsch. Ja, Leute. Obwohl. Hm. Ja. Ne, ich mache was anderes. Ich spiele Diplomatie und gehe ganz, ah ja, warte, gehe ganz langweilig hier. No, okay. Ja, boah. Nein, da wollte ich tatsächlich hin, deswegen no. So, und bringe zwei Truppen hier mit rein, zwei bescheidene, damit ich das nicht wieder vergesse. Dann mache ich das mal gleich. Ah, nee. Hm. Deine Schummel-Ecke. Ja. Der bin ich. Ähm. Ah, scheiße. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich spiele meine Ringfähigkeit. Ja, ich habe vergessen, dass ich die brauche für den Einfluss. Wenn ich das dann mache. Bekommen dafür eine Intrigenkarte? Shit. Ihr habt recht. Unkonzentriert. Unkonzentriert. Wäre ich die nicht auch einfach. Tauscht mir keine Schuld. Genau. Das ist einfacher. Nee, meine ich. Uh. Ähm. Und setze meinen Agenten auf das interstellare Shipping. So. Und gehe da. Die. Ah, jetzt ist die Frage. Wie viel habe ich? Ich habe dann sieben, das reicht nicht. Das ist Quark. Ich gehe zwei hoch. Gut, Chat. Wir kriegen vielleicht hier zwei. Dann haben wir schon immerhin drei. Dann kann man das nächste Mal. Dann beende ich, glaube ich. Vielleicht ein Dreadnought sich holen. Oder in den Rad gehen. Mal gucken. Dann bin ich jetzt dran. Ja. Dann spiele ich einmal die Karte hier. Und so viele Möglichkeiten habe ich damit ja dann auch nicht. Das heißt. Das heißt. Das heißt. Ich gehe hier oben hin. Bekomme dann halt einen Einflusspunkt hinterher dazu. Und ich werde mir die Forschung um einen vergünstigen. Da kann ich ja dann hier unten drauf. Ja, das geht auch nicht, ne? Da gibt es auch kein Feld. Dann einmal so. Genau. Okay. Um einen vergünstigt. Ja. Und dann habe ich alles bekommen dadurch. Das hier wird später angerechnet. Das habe ich genommen. Das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Weil er das Feld eh blockiert hat. Insofern war es jetzt nicht so ein großer Fehler. Fertig. Okay. Das ist jetzt hier wieder. Wenn man quasi noch eine Karte später dann beim Aufdecken hat. Die eine Kampfkraft anzeigt. Dann wäre man da durch. Ich denke dran, dass ich den Rabatt habe. Auch wenn man keinerlei Soldaten aufs Feld gepackt hat. Richtig? Nee, du musst immer Soldaten haben. So, die muss man trotzdem haben. Okay. Sonst helfen Schwerter nichts. Dann erleichtert mir das die Entscheidung sehr gut. Dann spiele ich die Dagger-Karte. Und werde jetzt mal den High Council betreten mit meinem Agenten. Und dafür fünf Solari-Talen. Für uns ist der High Council auch echt stark. Mit diesem Plus Eins haben wir schon immer Plus Drei. Ich spekuliere so ein bisschen auch auf diese Wurmkarten. Völlig irrelevant, weil ich da eh keine Möglichkeiten habe, diese Runde. Und ja, das war's. Was meinen Zugang geht. Kommt jetzt Intrigen-Wallen. Demenz-Wallen kommt eher. Ja, ich habe schon wieder was vergessen. Aber ist schon okay. Ich komme klar damit. Ich mag mich trotzdem. So. Das ist ja wichtig. Ich könnte aber jetzt noch eine Karte ziehen. Dann würde neu geschaffelt werden. Das könnte mir helfen. Das könnte mir hier oben helfen. Jetzt muss ich dann die spielen. Komme ich auch nicht auf fünf Punkte. Außerdem bin ich letzter dran. Ja, schwierig. Nee, ich glaube, ich entscheide mich um. Also, ich nehme Erkundung und gehe hier nach Kartag. Ich bin letzter hier, ne? Ihr habt schon alle gezogen, ne? Ja, du bist der Letzte. Okay, damit bin ich der Einzige im Kampffeld. Okay. Ja. Interessant. Wir lassen das Zeug ziemlich links liegen tatsächlich dieses Mal. Finde ich nicht schlecht. Gucken wir mal, was ich hier bekommen habe. Ah, ist ja auch ganz nett. Okay. Gut, meine Garnison habe ich, glaube ich, automatisch bekommen. Meine Truppe. Sieht zumindest so aus. Dann brauche ich auch nichts weiter reinwerfen. Nö, dann bin ich... Dann bin ich auch durch. So. Ecke, dann deck mal auf. Ja, schauen wir mal, was du so für Karten hast und was du kaufen kannst. Drei. Ey, du bist noch gemutet, Ecke. Du redest wahrscheinlich schon. Oh ja, schon. Ich habe drei Punkte. Der Dagger bringt mir nichts, weil ich im Kampf bin. Nicht im Kampf bin. Jetzt ist meine Frage bei der Flotte hier. Das heißt, ich lege eine Karte ab oder ich zerstöre eine Karte, eins von beiden. Und dann darf ich hier beim Handel meinen Steinchen noch einen weiter bewegen, ne? Wo hätte ich es verstanden? Wenn ich die beim Kart-Reveal natürlich nicht beim Agenten, ne? Beim Kart-Reveal das mache. Äh, nee. Das ist so. Äh, wenn du ein Kart-Reveal machst, hast du einfach diese Frachter-Fähigkeit. Das ist eine ganz normale Aufdeck-Fähigkeit. Ähm, es ist nur so, wenn du eine andere Karte spielst, mit der du eine Karte ablegen kannst oder zerstören kannst und dann diese Karte ablegst oder zerstörst, bekommst du zusätzlich noch diesen Aufdeckeffekt. Aber ansonsten funktioniert die Karte wie eine ganz normale Karte und hat den Aufdeckeffekt. Ja, dann werde ich die mir erstehen. Und, äh, dann kann ich mir nichts mehr leisten. Das heißt, meine Runde ist durch. Ich kann meine Karten wegpacken. So, Ranger ist. Ranger. Ja, dann Reveal Hand. Hopp, oder? Oh, okay. Drei Punkte insgesamt. Äh, die Auswahl ist groß. Ja, ich bin überwältigt von all dem, was ich, ich glaube tatsächlich, ich nehme den Imperial Spy. Das ist auch nicht, glaube ich. Oh, oh. Kann ich da auch noch was? Ja, das ist ja, was soll ich denn mit der Scheiß? Ich wollte gerade sagen, das ist ja nur Sadouka. Das ist egal, was man vielleicht nicht unbedingt haben möchte, ne? Ja, aber Sadouka, er bringt mir halt auch nur was, wenn ich jetzt. Ja, es ist schwierig. Okay. Ich nehme mir auch noch mit. Wollte Ecke die haben, oder was? Ne, ich wollte die nicht haben, weil die nicht so gut ist. Ah, okay. Oh, jetzt hätte ich zwei Punkte. Ah, scheiße. Verdammte Kacke. Okay. Mit drei Punkten hätte ich das. Ähm, bist du fertig, Ranger? Ja, ja. Ja. Reveal Hand. Okay. Okay. Reveal Hand. Wasser bekommen und andererseits aber auch Punkte und, äh... In der Aufdeckphase bekommt man, wie in der Aufdeckphase? Drei Solaris. Das, was draufsteht. Achso, ja, in der, äh, genau, in der Aufdeckphase ist das richtig. Ja, ist die Frage. Ist so eine Karte, die man lieber so am gegen Ende vielleicht erst sich kaufen würde und nicht gleich zu Beginn, ne? Wenn die dann die ganze Zeit im Kartendeck ist, na? Ah, ja, interessant. Ja, genau. Gut, ja, genau. Kampf war ich ja auch nicht. Dementsprechend kann ich dann Biscard Reveal Cards machen. Gut. Kleinwahl. Was du so hast? Ja, ich hab... Ein Punkt. Jawohl. Nun, ich ärgere mich so ein bisschen. Ich hätte, naja, ich hätte anders ausspielen müssen. Und dann hätte ich mir nämlich diese schöne Test of Humanity Karte gönnen können. Aber es reiht sich ein in eine, in eine Kette von Fehlern. Fatalen Entscheidungen. Ja, genau. So, ich hab... Du kannst schon am Anfang nach Ausreden. Ja, ja. Ja, ja. Am Ende, um so glorioser zu gewinnen. Aber das verrate ich euch nicht. Ähm, ich, ich kaufe euch, ich kaufe nichts, glaube ich. Die blöden Främen. Ja. Die blöden Främen. Sag ich jetzt mal als Atreides. Ähm, okay. Okay, dafür habe ich aber hier ordentlich Punkte. Aber das ist, glaube ich, völlig irrelevant. Ich lasse es einfach mal so liegen, weil ich eh gewonnen habe. Und das war es dann. Eine Schlacht gewinnt noch keinen Krieg. Wohl wahr. Philosoph. Äh, damit sind wir durch, ne? Ja, genau. Ja, genau. Gut. Gut, dann bekomme ich den Mentaten. Bind. Ja. Dann bekomme ich eine Intridenkarte. Ja, und zwei Solaris. Okay. So, dann können wir das resetten. Dann kommen die Sandwürmer. Dann können wir alles zurückholen. Und wir sind. Genau. Und du kannst nochmal vielleicht speichern, dann, wenn wir wieder jede Runde machen möchten. Ja, ja. Gibt es eigentlich hier auch eine Autosave? Ich glaube nicht, ne? Das wäre natürlich fantastisch. Ja. Es gibt allerdings, es gibt, ne, es gibt eine Autosave. Eigentlich brauchen wir nicht speichern. Ja, 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 es wird, glaube ich, jede Runde gespeichert. Ja, okay, dann ist ja alles gut. Also, so interpretiere ich das, was ich hier lese. Chat, würdet ihr das auch so sehen? Warte mal, 13.03. 8.32, ne? Ja. Ja, das hört sich gut an. Ja, vor fünf Minuten. Ja, vielleicht passiert das alle zehn Minuten oder so. Ach, Leute, ich kann das schnell speichern. Denkt schon mal nach. Fertig. Durch den Reset-Button ist der Mentat wieder hochgewandert. Ah, ja. Schummelwallen. Schweinerei. Ah, hier wird was geklärt. Hier, da will der hin. Ja, ja. Da sind sie gemutet und bespringen. Ecke will da hin. Ja, genau. Nun. Das kann natürlich auch ein völliger Irrweg für euch gewesen sein. Eine Finse, ja, ja. Ja, ist natürlich total unwahrscheinlich, dass sich jemand fünf Spice nehmen will. Äh, absolut. Spiel die hier. So, also mit der muss ich jetzt, hoppala, mit der muss ich jetzt Karten neu ziehen und die kaputt machen, ne? Oder? Genau. Genau. Ja, das heißt Reshuffle, Discard. Nein, 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 warte mal kurz. Die Draw-Bahn-Karte. Und das kannst du trashen. Done. Also ja, jetzt. Äh, warte, lass mich erst die Einheit einmal bewegen. Ich gehe nämlich hier oben hin zu Smuggling. Ich trash den mal für dich, okay? Da bekomme ich ein Solaris und dann gehe ich einmal vor und wieder zurück, dass ich fünf Solaris bekomme. Warum darfst du zweimal bewegen? Ich habe den falsch genommen. Ich wollte ihn da drüber auswählen. Natürlich. Ich wollte ihn wirklich, ich wollte ihn wirklich darüber auswählen. Ja, dann stell mich da hin. Warte, dann tue ich mir den Solaris wieder zurück. Du bist ja noch in deiner Runde. Genau. Da kann man nochmal alles repetieren. Erst wenn man die Runde abgegeben hat. Also vor und wieder zurück. Das kennen wir von dir. Ja, genau. Und du nimmst die Solaris? Deswegen sollst du da meine Dings noch nicht wegnehmen. Ich gehe da nicht auf mein Brett hier drauf. Das kommt hier durcheinander noch. So, dann habe ich meine fünf Solaris. Das heißt, ne? Wir kriegen alle einen. Du musst doch gucken. Es gibt ja ein Bild. Du musst doch gucken, was das Bild für euch sagt. Ach, ja, ja, ja. Ja. Schummelecke. Gut, dass du so weit weg von mir sitzt. Und, ähm, ja, nachdem ich das gemacht habe, jetzt komplett überfordert, weil hier keine Karte ist. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, wo oben und unten ist. Aber ich glaube, ich bin dann jetzt durch. So, Shad, wollen wir uns den High Couch hier holen? Dann mache ich. Ich hoffe es sehr. Ja, ich habe mich jetzt nicht mit dem, was ich mir die Runde voropferde, kalkuliert, aber ich mache jetzt folgendes. Sieg Allies. Und gehe einmal zur Space Hilder Send Agent. Den Solaris hat er schon. Ja. Ähm, wie war das, bekomme ich? Die habe ich jetzt in den, genau, in den Stapel gemischt bekommen, die Karte. Naja, fantastisch. Und, äh, muss ich die jetzt schon trashen, eigentlich, diese Sieg Allies Karte? Ja. Oder jetzt, ne? Kann ich dann einfach rechts in die Mülltonne einfach packen. Genau. Du kannst auch Rechtskrieg drauf machen oder so, dann trashen. So geht das auch. Stimmt, wir können gar nicht auf grün. Genau. Kann ich ja nicht. Was ist denn das hier, Leute? War es das schon? Oh, das ist ja eine Katastrophe. Ja, ich... Ja, ich... Ja. Jetzt kommt Demenzwein. Oh, 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 oh. Während Steinwein nachdenkt, Ranger, du hast durch das Sand Agent ein Solaris Extra bekommen. Du hattest vorher nur einen und jetzt sieben. Das geht mit fünf nicht. Ich habe einen zurückgelegt. Ich habe gerade noch mal ins Video-Deal von Steinwein geguckt. Du hattest einen. Und dann fünf drauf, dann kommt man auf sechs, nicht auf sieben. Schummel, Ranger. Ja, aber wie soll ich... Aber nee, da muss ich dann... Wie habe ich denn dann zwei Solaris dazubekommen? Weil ich habe einen definitiv zurückgelegt. Ich habe ja einen Videobeweis bei mir hier. Kann ich sonst gleich nochmal reingucken, aber... Hä? Ich habe... Warte mal. Du hattest ja oben bei dem, ähm... Bei der Raumgilde aus Sand Agent geklickt. Und dadurch wird dir automatisch einer gegeben. So, Shad. Wenn ich die spiele, kriege ich eine Karte, aber zwei Einfluss geht raus, ne? Das ist ein Problem. Fassen wir zusammen vorher ein, jetzt sechs, passt es. Aber vielleicht kriege ich eine grüne Karte, das wäre es, ne? Aber da kann ich nicht hin, weil das schon besetzt ist. Wer ist dran? Ich bin dran und ich muss komplizierte Berechnungen durchführen. Ich bitte um etwas Geduld. Das ist alles nicht ohne. Irgendjemand sagte, Ranger hätte übrigens die Solaris für jemand anderes geklickt. Wie die Solaris für jemand anderen klicken? Wie soll ich die Solaris für jemand anderen klicken? Weiß ich ja auch nicht genau, wie das funktionieren soll. Hä? Ich glaube, das ist... Glaubt, da hat jemand vielleicht falsch geguckt? Tatendrang. Okay, Leute. Ähm, ja. Es sind alles irgendwie... So eine Behelfsaktion, die ich hier mache. Aber auch damit kommt man... Gott. Also die Runde geht wirklich unter dem ersten Stich auf Steinwalds-Nörgel. Die Jammer-Runde. Die Jammer-Runde. Ja, absolut. Es ist eine absolute... Ähm, naja. Joa. Du hast doch schon angefangen. Das war es schon. Du warst der Erste. Ja, ich war Erste. So. Die Ersten werden die Letzten sein. Du weißt doch, wie das ist. Ja, ja, das stimmt. Die Letzten werden die Letzten sein, natürlich. Ich spiele... Ah, Moment. Mach ich erst... Nee. Wir spielen die hier. Die Jun und setzen auf den Schmuggler hier. Hm, hm, hm. Genauso Last hab ich gekriegt. Ich geh zurück. Das heißt, ich darf einen Einfluss hochsetzen. Ich bekomm zwei Truppen in die Garnition. Ähm, hab ich... Du musst doch zwei zurück, oder? Musst du nicht nur eins zurück? Nee, ich bin zwei hoch und dann geh ich eins zurück. Ich muss dann nicht zwei Punkte wieder einsetzen. Ich dachte nur, wenn du im obersten bist. Nein, 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 nein. Zurück ist einfach eine Aktion. Rück ist immer ein... Ah, okay, okay. Das wusste ich auch nicht. Und, äh, Einfluss darf ich hochsetzen. Da geh ich... Hm. Ich glaube, bei der Handelsgilde geh ich einen hoch. Dann... Darf ich jetzt noch entscheiden... Ich schummel jetzt mal. Ich nehm fünf Solaris. Das heißt, ihr alle dürft euch ein Solaris aus dem Pöttchen greifen. Mal sehen, ob sie's merken. Okay. Geil ist du auch? Äh, wie bitte? Sorry. Du darfst dir ein Solaris hier rauskratzen. Äh, vielen Dank. Ich hab grad eine wichtige Strategie mit dem Chat besprochen. Ich find das ganz schön. Wir haben neun... Im Chat muss ich jetzt sagen. Ey, Leute. Ja, ich überleg grad, ob ich was vergessen habe. Ah ja, stimmt. Wir haben neun Solaris. Ich spiel noch eine Entriegenkarte aus. Und hol mir noch einen weiteren Einflusspunkt bei der Handelsgilde. Krass. Und bekomm noch mal drei Solaris hinzu. Alter. Ja, die Harkonnen, die mögen Solaris, hab ich gehört. Aha. Und die Karte kann ich jetzt trashen, ne? Genau. So. Äh, damit wende ich meinen Zug. Dann... Kann ich... Bin ich dran. Oh, das ist so... Dann spiel ich mein Imperial Spy. Wir kommen nicht dorthin, wo wir ihn wollen. Dann müssen wir mal dann hier oben hingehen. So. Äh... Ich kann nur auf blau oder gelb setzen. Aber gelb wäre natürlich geil. Aber ich glaube, geil, das geht hier hin. So. Wealth. Das wäre natürlich schon super, sich die Zweistung. Und dann kann ich die Karte trashen und bekomm dafür eine Intrig-Karte. So. Und muss mir die einfach hier oben ziehen. Oh. Dann kann man die nochmal ausspielen. Immer, ne? Oder? Immer noch runter. Nee. Also, wenn es eine normale... Ähm... Also, es kommt drauf an. Es gibt drei Typen. Normale Intrig-Karte. Ich glaube, manche konnte man nur ausspielen in der Kampfphase. Die Karte auch gerade gespielt, oder? Ah, äh, entschuldige. Ich hab mich gemutet. Ich wollte dir gerade antworten. Ach so. Es gibt drei Typen. Einmal quasi die normalen. Die kannst du jederzeit spielen. In deinem Zug. Dann Kampf-Intrigen und Final-Intrigen. Okay. Also, Plot kann ich immer spielen, wenn er Plot spielt. Plot kannst du immer spielen, ja. Ja, dann nehm ich die hier noch. Äh, und da kriege ich nochmal zwei Solaris. Eins, zwei. Das sind wir nochmal mit. Und, äh, wo kommt die dann hin? In den Müll, ne? Ja. Ja. Ich hab's übrigens verwechselt. Wir haben gar nicht mehr. Wir haben fünf. Damit hab ich... Hab ich alles gemacht. Alles klar. Dann spiel ich meine Ring-Karte einmal. Gehe natürlich auf das, was überhaupt nicht erwartet wurde, Spicefeld. Boah, puh. Fünf Spice für zwei Wasser. Das ist ein solider Tausch. Ähm. So, jetzt mal kurz gucken. Genau, jetzt hab ich zwei Sachen. Ja, wir gehen auf das andere Spicefeld. Erstmal kann ich den Soldaten noch ins Kampffeld schicken. Boah, das ist halt jetzt echt die Frage. Will man das hier? Will man das nicht? Aber ich glaub, einen schick ich tatsächlich rein. Schauen wir mal, wo wir landen. Ähm. So, das war das. Und dann kann ich natürlich jetzt mit der Ringfähigkeit noch oben eine Karte, ähm, mal rausnehmen aus dem Ganzen. Ich nehm Test of Humanity. Na? Äh, die andere Karte, die rausgenommen wurde, muss zerstört werden, ne? Stimmt. Was war damit? Ja, na, ja. Wie zerstören wir die in den Müll? Ja, oder? Ja, ja, ja. Genau. Bring die mal. Bring mal Müll weg. Bring mal Müll weg. Sehr gut, sehr gut. Dann packe ich hier wieder eine neue hin. Nein. Hier ist mal, ich will doch nur eine haben. Dankeschön. Oh ja, ist auch okay. Ja, gut. So viel zu dem Plan meines Chats, dir eine Bene Gesserit-Karte vorzuenthalten. Das hat sehr gut funktioniert, lieber Chat. Ja. Mhm. Okay. Gut. Ja, genau. Kampf hab ich gemacht. Die Fähigkeit hab ich gespielt. Damit bin ich fertig. Gut. Dann geh ich Spice ernten. Es gibt ja immer noch ein bisschen was. Sogar zu einem noch besseren Kurs. Ein Wasser, drei Spice. Stimmt. Da ist der Kurs tatsächlich noch besser, wenn man es so sieht. Stimmt, ja. So. Es ist selber mir irgendwie unangenehm, dass du jetzt eine Armee da reingeworfen hast. Ich meinte, naja. Ja. Genau das wollte ich bewirken, Steinbein. Dass du dir jetzt überlegst, muss ich noch eine Einheit da reinbewegen oder nicht? Was mach ich denn jetzt? Was hat Geiles für Karten noch auf der Hand? Würde er den Kampf gewinnen? Schwierig. Tja, ja. Das ist schwierig. Wohl wahr. Aber gut. Ich investiere da jetzt lieber nichts. Um so viel geht's ja auch nicht. Und insofern bin ich auch durch. Ecke, die Halakonnen dürfen kommen. Ich darf? Ja. Ja, wir spielen unseren Dagger und setzen unseren Agenten beim Swapmaster ein. So. Das Ecke irgendwie, hat er irgendwie eine unverschämte Geschwindigkeit hier, seine Aktion. Einfluss schon überall oben, Siegpunkte, Swapmaster. Ja, das ist... Der Mann muss gestoppt werden. Gewöhnt euch an das Tempo einfach, das ist okay. So, ich glaub, damit kann mal eine Runde beendet werden, ne? Genau. Also, ich darf gleich nochmal, weil ich einen Agenten hab, aber macht ihr erstmal. Ich hab auch einen Agenten. Darf doch sonst gar nicht mehr. Ja, du hast einen Mentaten. Der ist viel besser. Wenn der nicht noch da gewesen wäre, hätte ich mir den erst geholt und dann den Swapmaster. Da hätte ich sogar heute vier Runden gehabt. Aber du schlingen lässt ihn ja schon. Ist ja schon frech gewesen, ne? So. Das muss ich jetzt revealen, ne? Jawohl. Yes, sir. Reveal-Hands. Vier Stück. Okay. Ja. Da ist keine so richtig, richtig cool irgendwie. Ne. So. Boah, ich find die Gank-Topper schon. Also die Gank-Topper. Na gut. Top da. Die sind schon ganz gut. Hat auch gar nichts. Oha. Ja, aber da muss ja auch die Taktik passen. Nur weil da irgendeine Garnison da weggekommen ist. Ja, da hast du völlig recht, ja. Absolut richtig. Klar, da die Hakonnen dann direkt sagen, da machen wir Kampf mit, oder? Ja, also ich... Irgendwo muss man seine Qualitäten haben, oder nicht? Ähm. Ja, und jetzt, äh, discard ich hier noch. Kajos. Ähm, ja. Ich hab jetzt nur die neue Karte. Das Problem ist natürlich halt, wenn wir jetzt noch eine Karte ausspielen, haben wir natürlich noch weniger Einfluss. Ähm. Vier haben wir. Das war die Frage. Ist es wert, den Top da zu nehmen? Drei Punkte. Also insgesamt fünf. Eigentlich brauchen wir mal eine grüne Karte. Lass mich kurz überlegen. Die neue Sadok-Karte. Wenn man sie ausspielt, bekommt man zwei Einheiten, die man... Ich könnte hier oben hingehen. ...die man das direkt ins Schlachtfeld packt, oder kann ich die auch in die Garnison packen? Ist das dann meine Entscheidung? Also du kannst die nicht direkt in die Schlacht führen, kommt aber auf das Feld an, wo du dann Agenten draufsetzt. Genau. Wenn ein Agenten auf dem Schlachtfeld steht, kann das auch drauf. Kann es auch noch drauf, okay. Also da du, also, jetzt sind wir mal realistisch, du kannst die nur auf, den Agenten nur auf grün und nur auf, äh, Imperator setzen. Das heißt, beim Imperator hast du kein Messerchen und es gibt auch keine grüne Karte, wo du Messerchen hast. Das heißt, nur für meine Garnison wäre es eine Verstärkung quasi. Ja. Ja, okay. Und was ist das andere? Äh, deploy up to three troops from your garrison to the conflict. Äh, aber das wäre ja bei der Reveal-Phase, das heißt, ich würde dann für den nächsten Konflikt schon mal drei aus meiner Garnison reinpacken, das verstehe ich nicht. Ne, wenn du revealst, und die Karte dabei ist, dann kannst du drei Truppen von der Garnison nochmal extra in den Konflikt hauen. Achso, bevor, ja stimmt, weil der Konflikt wird ja erst danach, äh, entschieden. Ja, ihr habt vollkommen recht, das war mein Denkfehler. Die kommt ja jetzt erstmal auf den Ablagestapel. Oh, boh, 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 boh. Stimmt. Oh nein. Nein, das ist eine schwierige Entscheidung. Ich meine, man könnte damit auch öfters zum Imperator kommen. Reiche, Kampf, ja. So, Shad, wir können auch eine Sache machen. Wir könnten entweder hier hingehen. Ah, da kommen wir ja nicht hin. Ne, mit dem Einfluss hat sich nicht. Wir müssen, wir müssen hier hingehen. Wir könnten natürlich hier, ne, wir haben nur ein Wasser, das bringt nichts. Aber wir haben zwei Einfluss. Wir könnten hier hingehen, kriegen wir noch eine Armee und Wasser. Ja, zwei Militäreinheiten ist schon nicht schlecht. Das ist, glaube ich, das Beste, was wir machen können. Weil, fünf, da habe ich dann zwei, dann könnte ich noch drei kaufen. Oder eine Karte ziehen. Das würde in dem Fall also nichts bringen. Dann würde ich mir tatsächlich die Sadokali holen. Drei, vier. So, und jetzt muss ich natürlich den Kampf noch einstellen. Damit hat sich das jetzt erledigt, weil die Fünferkarte ist weg. Wir haben jetzt drei, nach Adam Riese, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Vier. Und damit kann ich Discard Reveal Cards machen. Und Steinwallen ist dran. Ich denke an meine Plus-Eins-Durchforschung. Rechne ich doch die ganze Zeit immer mit. Jo. Okay. Ich spiele den Mentaten und mache Erkundung. Und das ist jetzt eine spannende Frage. Wo ich den jetzt hinsetze. Borisco, ich habe nicht vier auf der Hand. Ich habe drei. Ich setze ihn... Ich setze ihn... Ich setze ihn hier. Ziehe damit noch eine Karte. Ah, okay. War vielleicht nicht die richtige Entscheidung. Hast du... Hast du deine Garnison gekriegt? Automatisch? Ja. Ja, habe ich. Okay, gut. War mir nicht sicher, ob es bei meinen Taten auch klappt? Ja, doch. Tatsächlich. Habe ich gespielt. Ja, na ja. Ich bleibe aber bei der Eingarnision. Oder ist mir eine Truppe zwei Tacken wert? Die Qual der Wahl. Ist es mir nicht. Alles gut. Damit bin ich noch nicht durch. Wir haben ja noch eine Reveal-Phase. Genau. Dann darf ich. Ich spiele meine Ringfähigkeit. Und zahle ein Solaris. Ja, ja. Boris gesagt, ich wollte ja auf jeden Fall noch eine spielen. Und setze meinen Agenten auf Kartak. Bekomme dafür eine Garnison. Bekomme eine weitere Intrigenkarte. Und spiele ... So, Shad, was ist für uns wichtiger? Ja, spiele zwei. Der Swordmaster oder der High Counts. Was meint ihr? Okay. Wir kriegen damit nur zwei. Zwischen mir und Steinballen wird entschieden, wer die zwei Solari am Ende bekommt. Naja, das würde reichen mit Sieben. Können wir uns den Swordmaster haben? Moment, ich hab eine Frage, bevor ich zwei Truppen spiele. Ich bin auch am Zug. Ich spiele eine Intrigenkarte aus, die ich gerade gezogen habe. Ich kann drei Solaris ausgeben, bekomme dafür ein Schiff. Das Schiff kann ich jetzt aber nicht direkt in den Kampf ziehen. Oder darf ich es auch schon im Kampf benutzen? Das ist eine Plotkarte? Das heißt ... Naja, ist ja nicht verbunden mit einem Agentenzug. Und damit würde ich das so interpretieren, dass es in die Garnision muss. Und wenn du dann ... Hättest du vorher spielen müssen? Wenn du dann halt mit einem Agentenzug aus der Garnision raus ... Ja, ich hab ja keinen Agentenzug gekriegt. Also bei dem jetzt, den ich gelegt habe. Ja, dann geht's nicht. Geht's nicht. Okay, dann retten wir die aber nicht. Also du kannst sie ja spielen. Du kannst sie ja spielen. Die hast du ja deine Garnision gemacht. Ja, ich überlege gerade, es macht halt nur Sinn. Weil ich kann sie dann sowieso nie einsetzen direkt. Also lieber jetzt einsetzen. Und ... Drei ausgeben. Ja, dann ziehe ich aber noch eine Truppe. Ah, nee, ich part bei zwei Truppen. Alles gut. Ich kaufe mir mein Schlachtschiff für drei Solaris. Du hast die Intrigenkarte mit diesem Agentenzug bekommen. Sehe ich das richtig? Ja, ich hab die mit diesem Agentenzug gekriegt. Naja, das ist so eine Grenzfrage. Ich weiß nicht, wie ... ... die Schiedsrichter das sehen. Zunut ins Regelwerk nachschauen. Und falls das gleich der Fall sein sollte, dann ... Ja. Falls das nicht zu viel Aufwand ist. Vom Gefühl würde ich sagen, es ist halt ... Diese Intrigenkarte ist nicht mit der Agentenaktion selbst verbunden. Würde ich vom Gefühl auch sagen. Nach dem Agenten dann halt gespielt. Und dadurch ist sie auch nach dem Agenten dann erst in der Garnision. Laut Regelwerk dürfte ... Gaius? Ecke. Ecke, Entschuldigung. Ähm, erst sofort einsetzen. Ja, dann machen wir das. Alles klar. Okay. Und dafür ziehe ich dann nur eine Truppe rein ins Feld. Die ist ... Das Kampfschiff ist wie viel wert nochmal? Drei, ne? Die ist drei wert, ja. Nee, da stand auf vorher schon zwei Truppen. Ja, das war mein Zug. Er will erst drei, dann will er wieder zwei. Dann guckt er wieder ... Ja, das trägt hier von der Regelwerk ab. Ich hör auf zu meckern. Das ist kein Bazaar, man. Das ist ein Schlachtfeld. Ja, hör auf mit diesem ... Jo, komm, jetzt kommen zwei, jetzt kommen drei. Hier, gibt noch ein Schlachtschiff, Schiedsrichter, bitte mal Regelwerk, vorher wird nicht weitergespielt. Diese Decoys einfach, ich pass es nicht. Nur weil er meckern will. Wo ist der Druck hin bei dir, hä? Eieiei. Ja gut, ich beende meinen Zug. Dann darf Steinmann jetzt revealen. Jo. Das mach ich. Keine Kampfstärke, das heißt, also keine Zusätze, ich bin bei zwei. Ich habe fünf Einfluss. Nicht schlecht. Ja, der hättest du vorhin schon mal kaufen können, ne? Die aktuell fünf wert ist und hast dich dagegen entschieden. Ja, ich kauf sie auch nicht. Aber jetzt fünf Einfluss. Der Tochter ist gut. Ja, der finde ich ... Der ist auch gut. Also ich verstehe nicht, was ihr dagegen habt. Der ist schon ganz ... Der hat drei Kampfstärke. Ja, der ist schon gut. Ja, go boy. Kämpfen muss man halt auch hier und da, ne? Genau, das ist halt die Frage. Und der hat blau und gelb, da kannst du auf alle Felder in der Mitte setzen. Ja, von denen habe ich schon genug. Ich habe mir fehlen immer die grünen, Alter. Da musst du die auswechseln. Diese Blue-Karte gegen die Guntrooper auswechseln. Die müssen wieder fehlen, okay. Ja, ich meinte, die könnten wir spielen, um die Schlechten loszuwehren. Das ist auch gut. Stimmt, das ist nicht schlecht bei dir. Das ist wieder ... Der Daikin. Der Daikin. Godest, Godest. Ach komm, ich nehme den Topter. Da wird sich dein Mann eh drüber beschweren. Ja, ich weiß nicht, ob ich den auch genommen hätte. Dann rühle ich auch mal meine Karten, glaube ich, ne? Guild Accord. So, ich bin sehr froh, dass du den Copter genommen hast. Das Gunship, damit ich mir jetzt den Främie holen kann. Das ist sehr lieb gewesen. Wunderbar. Und fühle dich nicht beeinflusst von mir, dass ich da so ... Ich muss mal eine Truppenstärke definieren. Ich habe ... Ja, die Schummelstärke jetzt hier. So, wunderbar. Die Schummelstärke. Und damit kann ich meine Karten, glaube ich, auch wieder wegpacken. So. Genau. Ja, äh, Kampf. Genau, das heißt, jetzt kommt noch die Intrigenphase, ne? Für den Kampf. Das Problem an der Spice-muss-fließen-Phase ist ... Nee, wer fängt an? Ich bin nicht im Kampf dabei. Ach, du bist ja gar nicht im Kampf dabei. Ich habe nichts. Das heißt, Steinballen. Joa, ich ... Nö. Ecke? Nö, ich spiele auch nichts. Das Problem daran ist, dass diese Karte dann auch mal kommen muss. Die Spice-muss-fließen. Der Kampf entschieden, nicht wahr? Genau, 6, 4, 2. Jawohl. 6 Solaris geht an mich. Fantastisch, viel Glück nehmen wir gerne. So, dann resetten wir die Zone. Dann kommen die Sandwürmer. Dann wird alles zurückgerufen. Und es geht erstmals um einen Siegpunkt bei den Kämpfen. Ich darf als erstes noch mal ein Schiff, glaube ich, stellen, ne? Ich habe ja gewonnen. Richtig. Auf welcher Kampf war das denn? Eine Schande, wenn man das da nicht draufstellen würde, hä? Musst du das ... Was war das denn für ein Kampf? Da müsstest du das doch da draufstellen, oder? Nein, 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 nein. Das war kein Kampf. Das war ein offenes. Immer, wenn jemand mit einem Schlachtschiff gewinnt, kann er irgendwo auf diese drei Felder sein Schlachtschiff stellen. Darf aber im nächsten Runde dieses Schlachtschiff nicht einsetzen. Kriegt aber hier ein Obolus. Ja, das war Clever-Ecke. Ja, das ist auch mein Spitzname. Ach so, stimmt. Leute, ich bin ja dumm. Die Spice-muss-fließen-Karte ist ja immer da. Tatsächlich bin ich ganz froh, dass ich jetzt hier anfangen darf, denn wir fangen natürlich an mit You and the Desert Planet. Und natürlich, da wird Ecke sich freuen, packe ich da meinen Agenten direkt mal hin und hole mir die drei Spice, ohne dass ich was zahlen muss. Das wird mitgenommen. Gut, im Moment, ich darf meinen Spice auch nehmen. Ich habe nämlich die ganze gekriegt. Ich hatte zwei. Jetzt bekomme ich nämlich ein weiteres. So, jetzt ist alles ein bisschen ... Du hast neun Spice auf dem Lager. Was ist denn los bei dir? Ja, ich habe die Technik angewandt, die du heute in You and Spice Wars versucht hast zu machen. Der Preis muss erst ein bisschen sich erhöhen. Aber dann brauchen wir Karten, die viel Einfluss haben. Die sind nicht da. So, aber auf jeden Fall, es ist leider ein bisschen mau mit den Soldaten, aber den einen packe ich hier auf jeden Fall in den Kampf. Und jetzt lass mich kurz überlegen, habe ich alles an alles gedacht. Allerdings, sieben ist schon gut. Allerdings, Kampf habe ich gemacht. Mehr kann ich nicht bekommen. Wenn wir noch hier hingehen, haben wir acht und könnten uns die nehmen. Dann bin ich erst mal soweit. Fertig. Dann, bevor irgendjemand anderes dies tut, werde ich jetzt endlich mal, keine Ahnung, im gefühlten 45. Zug dieses Spiels auch mal auf ein grünes Feld gehen. Ah, auf ein grünes Feld will der Herr Atreides gehen, okay. Genau. Jetzt ist die Frage, wenn ich das jetzt automatisch mache. Ich habe ja die Fähigkeit, dass ich ein weniger bezahle auf dem grünen Feld. Ich checke mal. Ich habe jetzt sieben und gehe auf High Counts hier. Wie viel will mir abgezogen werden? Zu viel. Ja. Schweinebande. Nehme ich mir eins zurück. Die Karte ist ja frech von dir. Okay, alles klar. Dann gehöre ich jetzt auch dem Rat an. Großartig. Können wir keinen besseren vorstellen. Und ich nutze allerdings natürlich noch meine Ringfähigkeit und bekomme einen Einfluss, wo jemand vor mir ist. Ja. Spannend. Ich würde mal sagen, ich gebe also ein Spice aus und gehe hier beim Imperator ein hoch. Ein Spice wandert hier rein. Gut. Ecke. Ja. Ich habe überlegt. So, Chat, also Plan wäre, wir gehen hier oben hin und haben dann acht. Habe ich jetzt richtig. Ich spiele Diplomatin. Ja, vier. Und gehe bei den Fremen, hole ich mir das Wasser. Fünf, sechs, sieben, acht. Und ich darf bis zu zwei Truppen in den Kampf führen. Das machen wir auch. Allerdings kämpfen wir da nicht mit, ne? Das ist ein Problem. Gut, aber das... Ja, das war's. Das ist eigentlich doof, dass wir nicht mitkämpfen. Zenit's my turn. Weil wir könnten hier mit Reinforcements richtig gut was reißen. Ich spiele auch meinen Ring. Hoppala. So, klar. Erstmal nutze ich meine Ringfähigkeit. Und ich werde einen Einfluss bei den Fremen vorgehen und einen Einfluss beim Imperator zurück. So. Und dann schicke ich den aufs grüne Feld. Und zwar hier oben zum Swordmaster. So sind mir die acht abgezogen worden. Oh, gerade. Aber es ist ganz gut. Wir haben relativ viel Spice. Wir können Forschung kaufen. Ah, das war stimmt. Das war der neue Agent. Ja, richtig. Ja, und dann habe ich... Das habe ich bewegt. Holoprojektoren ist auch nicht schön. Geld habe ich ausgegeben. Den Swordmaster habe ich bekommen. Dann habe ich alles. Dann bist du dran, Gaius. Yes, Sir. Okay. Warte mal, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Der Swordmaster... Ah, das ist gar nicht so dumm. Ja, aber der ist jetzt voll. Nee, nicht für mich. Ich weiß. Deswegen wäre das tatsächlich noch eine Variante. Den kann man auch jetzt in dem Zug nochmal dann nutzen. Den dritten Agenten. Das ist richtig. Holoprojektor ist natürlich für unsere Strategie Spice muss fließen. Natürlich super hilfreich, weil wir dann Karten wegdrücken können, die uns keinen Einfluss geben. Eigentlich ist das eine gute Sache. Ah, warte mal. Ich denke, das machen wir. Ich warte, ja. Ja, 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 ja. Du hast ein Wasser, okay. Das ist da. Zwei. Sind gerade eh alle in ihren geheimen Chat-Besprechungen. Ja, ja, stimmt. Das stimmt. Dann mache ich das. Und dann ziehe ich da noch was hin. Und dann habe ich gewonnen. Dann müsst ihr dran denken. Meine Kerle. Ja, man kann dir... Das ist so ein bisschen wie beim Schach. Man muss doch mal den einen oder anderen Zug überdenken. Ich glaube, ich habe beim Schach noch nie jemanden reden hören. Die guten Schachspieler können das. Ja, genau. Die was können das? Die guten Schachspieler. Ach so. Wenn du mir so Content-Crate anguckst, die Schach machen, das ist unglaublich. Was die zwischendurch für Storys erzählen, während sie da irgendwie... Das ist mega unterhaltsam, finde ich, diese Storys auch noch dann nebenbei. Das ist ganz unterhaltsam. Ja, ich streame nicht so häufig Schach, aber wenn ich es tue, dann gebe ich ja immer halt meine Mühe. Ja. Okay, aber nee, dann mache ich das tatsächlich. Das heißt, wie mache ich das jetzt? Das Flagship können wir uns nicht leisten. Das ist das Swordmaster. Darf ich jetzt Send Agent klicken? Muss ich das manuell machen? Das weiß ich nicht. Probier mal aus. Was passiert? Ich klicke jetzt mal Send Agent und schaue, was passiert. Es passiert nichts. Dann muss das manuell machen. Dann machen wir es verlegen. So, dann packe ich den da manuell mal irgendwo auf dich drauf. Hallo. Ich stehe über dir. Hallo. So, wie es sich gehören sollte. So, dann muss ich acht. So. Das wird gerade abgezogen, glaube ich. Ich höre das Klingeln. Ja, tatsächlich. Das hat jetzt automatisch geklappt. Okay, gut. Ja, ja. Man kann auch die einfach hinziehen. Oh, ich habe Unsinn gebaut. Warte mal jetzt. Was jetzt? Ich habe Unsinn gebaut. Du hast deine Wahrscheinlichkeit auch abgezogen, oder? Ich muss meine drei zurückholen. Ich würde sagen, das ist doch zurecht. Ich würde sagen, das ist doch zurecht. Und halt du dich weiter mit Chat. Ja? Für diese Störaktion war das doch jetzt mehr als verdient, oder nicht? Wie viel Geld hatte denn Gaios noch gehabt, nachdem du ihn jetzt hier sabotiert hast? Er hat ja, bei ihm wurde ja nicht abgezogen, weil er auf mir drauf stand. Ja, ja, aber danach wurde dann ... Es wurde abgezogen. Es wurde abgezogen. Ich finde, für die Aktion muss Ranger ein so laeres Strafgeld bezahlen. Ich würde sagen, für die Aktion muss er einen Zappern uns alle schenken. Die kleinen Schummelversuch. Wir sind jetzt hier direkt auch ans Geld. Wir haben ja noch so einen Schummelversuch. Das ist dein dritter Strike. Also, dafür, dass du die erste Runde dadurch gewonnen hast, müsstest du uns allen 10. Das ist Vergangenheit. Das ist Vergangenheit. Alte Kamellen. Wer im Glashaus sitzt, der schießt mit dem Mörser. Dann passt es. Ähm, bababam. Mir fällt noch auf. Warte, ich habe kein Grün schon wieder. Ich habe gar nicht ... Doch, klar habe ich grün den Degger. ... die Karte gespielt natürlich. Das soll ja hier auch alles mit rechten Dingen zugehen. Dass es auch passt mit der Deggerkarte, dass ich die auch habe, genau. Äh, ja, aber damit ... ... bin ich, ja, durch mit dem Zug. Und darf dann später nochmal meinen dritten Agent nutzen. Gut. Dann bin ich dran, ne? Yes, Sir. Ich habe einen Plan. Mal sehen, ob ich ihn bis zum Ende gedacht habe. Ich spiele den Degger. Bin gespannt auf deinen Plan. Und muss händisch hier meinen Agenten hinschicken. Aber draufklicken kannst du auf Send Agent da oben. Nee, ich nicht. Also ich habe da vorhin draufgeklickt. Da ist da so ein roter Punkt drüber. Vielleicht geht es wieder. So, also er kommt hier ... ... ganz rechts am Rande drüber hovers. Dann kannst du draufklicken. Ah ja, stimmt. Ich sehe es. Okay, egal. So, ich kaufe ... Also ich bin hier. Dafür kriege ich auch einen Einfluss später noch. Ich werde mir aber auch eine Forschung gönnen. Und zwar Holoprojektoren für zwei Spice. Das ist das erste Zeichen davon gewesen. Wie das erste Zeichen? Er dreht den Holoprojektor um. Also setzt den ein. Dafür muss er eine Karte ablegen und zieht eine neue Karte. Das ist Karte und Drehende. Genau, das kann ich quasi einmal pro Runde machen. Okay. Jo. Ich gehe mal davon aus, dass man ... Frage an die Regelkundigen. Dürfte ich jetzt noch was kaufen? Darf man hier nur einmal ... Man darf wahrscheinlich nur einmal kaufen, ne? Ja, eins um eins. Genau, eine. Eine, ja. Okay. Schade. Aber leer kaufen oben. Die ganzen Stapel. Hattest du so viel Spice? Ist das schon abgezogen? Nein. Oder? Nee, ne? Glaube ich auch nicht. Alter, das ist nicht bei Acquire automatisch abgezogen. Ist ja merkwürdig. Du hast ja nicht direkt draufgeklickt. Genau, du hast ja nicht draufgeklickt. Ach doch, du hast auch ... Achso, da rechts hast du gemacht, ne? Ich weiß es nicht mehr, wie viel du hattest. War ich nicht sicher. Ne, ist ja minus eins, ne? Weil ich da stehe. Aber ich weiß nicht, ob er das automatisch berechnet. Guckt mal mal ins VOD. Genau, hatte eher vier. Ne, zwei müsste ich jetzt bezahlt haben. Das heißt, ich müsste fünf gehabt haben. Kann das hier mal checken? Ich schau kurz nach. Ja, danke sehr. Die nächste spannende Frage in diesem Zusammenhang. Bohnen nicht abgezogen, sagt bei mir im Chat jemand. Wir lassen es aber mal offiziell prüfen. Sonst habe ich hinterher wieder irgendjemanden Spice gekauft oder so. Ich glaube auch, ich habe es nicht. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich bezahle es auch. Du musst es noch zahlen, ja. Okay. Okay. Jetzt, ich bin ja noch dran, ne? Das heißt, ich könnte eigentlich ja noch diese geile neue Forschung nutzen. Und das mache ich auch. Ich flippe die. Was kannst du jetzt genau machen? Da kann ich einfach eine Karte ablegen. Mhm. Und eine neue Karte ziehen. Ach so, okay. Oh. Nett. Okay. Das war mein Zug. Nett hier. Warte, schon mal Baden-Wittenberg. Warte. Nett. Sehr gut. So, was machen die da, Colin? Dann darf ich, ne? Haben wir neuen Spice? Ja. Ich habe jetzt ... Okay, Leute, was ist besser? Ich muss mir ganz kurz noch beraten. Ich habe jetzt das ganze Lachen, das ganze Hin und Her hier. Spice, Moss, Flow? Oder doch die Einflusskarte erst mal. Klar, Moment. Plus eins Einfluss über alles. Ich führe Selbstgespräche, während ihr alle mit den Chats redet. Hey, Ranger, wie geht's dir? Läuft dir auch nicht? Richtig gut. Und dir? Ja, ein bisschen heiß hier auf die Unen. Sag ich dir. Bisschen sandig. Läuft die Dictatorship-Karte ja auch nicht weg, ne? Daraus hat die Schule 2 denken. Überall Sand. Na ja. An welche Episode? An die chronologische Episode 2 oder an die echte Episode 2? Ähm, ich glaube, wir sollten Spice, Moss, Flow nehmen. Oder was meint ihr? Die 9 zu haben, hat man auch nicht so oft, ne? Hm. In der Hoffnung, dass ein anderer ... Was ist denn da los? Oh, ich bin aus der Sinn auf F gekommen. Ja, ja, Sabotage schon wieder. Schießt denn die Ecke so gegen mich? Geht zu Lars in Shipping? Machen wir heute Freunde. Und geht zwei Felder hoch. Lars, was heißt zuletzt? Lars, was heißt zuletzt? Das geht nicht. Das sind ja ganz viele Karten. So, nochmal überprüfen. Wir müssen jetzt jede Runde nehmen. Ja, ja. Steinwallen will sich da oben den Spice Room irgendwann kaufen. Hey, ich sag nur, was die Hände da zeigen. Den Spice Room? Was ist denn der Spice Room? Spice Room. Was ist Spice Wurm? Was ist Spice Wurm? Ach, der Spice Wurm. Ich hab Wurm verstanden. Der Spice Room. Ähm, nee, den Spice Room, den baut sich grad Gaius mit seinen neuen Spice. Den bau ich gerade, ja. Ach, Gottes Willen. Aber ihr könnt sie ja ... Die kann man ja nicht ausverkaufen. Insofern kann ich hier rumfuchten, wie ich will. Ich spiel hier Christ Knife und gehe hier oben drauf. So. Zack. Dadurch kann ich einmal hier den Snooper Token bekommen. Den kann ich dann hier drauflegen. Und wenn ich den da drauflege, gain the bonus from this tokens Influence Track. Also kriege ich das Wasser zurück. Hier drauf. Und dann einmal das Wasser zurück. Und ... Wenn wir das gemacht haben, dann hab ich noch zwei Truppen bekommen. Ich überleg gerade, aber ich muss einen ... Hier, einen Victory-Punkt muss ich noch nach vorne gehen. Da bin ich jetzt nicht nach vorne gekommen. Weil ich hab ja einen von hier oben und einen von hier jetzt. Ja. So, plus eins. So, und jetzt überlege ich. Schicke ich dafür jetzt Truppen da rein? Aber dann ist da hier Aggressivitätsecke auf einmal. Und, äh, spielt hier irgendwelche ... Auch die kannst du bauen, ja. Spielt hier irgendwelche ... Ja, da hör ich mir doch nicht an, was du jetzt erzählst. Ja, wieso? Jetzt ist der perfekte Moment, weil sein Schlachtschiff kann nicht eingreifen. Das stimmt natürlich. Ich bin sehr dankbar für eure Tipps. Natürlich, ganz klar. Die sind auch vollkommen ohne irgendwelche Hintergedanken oder ähnliches. Ja, ich wirf alle drei Truppen rein. Würde ich auch machen. Würde ich auch machen. Mh, 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 mh ... Naja, er hat jetzt nicht mehr sehr viel in seiner Reserve. Aber hast du denn vor, zu gewinnen? Ich frag nur für einen Freund. Guck mal, du kriegst nicht nur einen Siegpunkt, sondern du kriegst auch noch hier ... Äh ... Ah, okay. Ich schicke einen bei. Er will nicht gewinnen. Oh mein Gott. Scheinbar nicht. So können wir doch Ecke nie aufhalten. Ich meinte, das ist nur ... Ja, dann fang an. Das ist doch seine Stärke. Es ist halt diese Militärkacke. So, das heißt, wir müssen die Gelegenheit nutzen, wo wir ihn mal schlagen können. Das wäre jetzt der Moment gewesen. Aber die Frage ist, wie viel kann denn Ecke jetzt so gefühlsmäßig noch reinbringen als Harkonnen? Hat er da jetzt wirklich noch so viel insgeheime Macht? Naja, kann nicht nur. Er hat seine Kriegenkarten, ne? Ja. Naja. Eine hat er davon, ne? Ihr macht das schon. Steinbein hat ja auch noch zwei Truppen. Die kann er ja noch dann da reinwerfen hinterher. Ich hab keine Agenten mehr, Mann. Ach so, ja. Ich wusste nicht, dass ... Du bist der Letzte. Du bist der Allerletzte jetzt hier. Nee, nee, ich hab auch noch eine Agenten. Nee, nee, nee. Ja. Alle anderen haben drei Agenten, nur du nicht. Keine Sorge, ich werde gleich zur Rettung von Arrakis kommen. Dafür bin ich im Rat. Ranger, bist du schon fertig gewesen? Habe ich jetzt vergessen währenddessen. Also, ich würde sagen, ja. Warte mal, warte, nein, bin ich noch nicht. Halt. Okay. Ich krieg nämlich noch ein Solaris. Das ist hier auf der Karte drauf. Ah, okay. Weil, guck erst mal auf meine Karten hier, bevor die Kritik geübt wird. Ich glaube, es geht los. Ich wollte ja nur hören, wieso. Die Begründung habe ich gehört, akzeptiert und bin sehr zufrieden. Und dann würde ich jetzt weitermachen. Einverstanden? Ja, jetzt darfst du wieder. Fantastisch. Dann nehmen wir jetzt Diplomatie. Und damit Steinbein zufrieden ist, gehen wir jetzt zum Highliner. Zu wem? Oh, krass. All in hier. So. Es ist korrekt, dass ich jetzt bis zu fünf aufs Flachtfeld auch werfen darf. Sieben. Bis zu sieben darfst du. Bis zu sieben dann. Ja gut, ich hatte halt nichts mehr in der Reserve. Du kannst alles verschlossen, ja. So, aber jetzt ist halt die Qual der Wahl. Wie ihr schon gesagt habt, Ecke kann da richtig natürlich auch noch was bringen. Wie viel ist jetzt die richtige Zahl? Ich würde sieben reinpacken. Ja, ja, nee. Damit holt er dich auf jeden Fall nicht. Damit holt er dich auf jeden Fall nicht. Also, wenn du sieben jetzt noch reinpackst. Er hat doch nicht sieben. Guck doch mal hin. Er hat fünf. Boah, er hat nur fünf. Der Ranger kann nicht rechnen. Das ist ganz normal. Was sagt denn der Chat? Also, er kann noch eine so reinpacken. Den Dings kann er nicht bekommen. Er hat eine Intrigenkarte. Was weiß ich, wenn das so eine richtig krasse Intrigenkarte ist. Wie viel kann er da bekommen? Vielleicht fünf? Ey, das ist Ecke. Der hat keine Möglichkeiten gegen dich. Gibt es irgendwie diese Harkonnen-Spezialsache, wo er irgendwas noch aufmachen kann? Ich habe immer was Speziales dabei. Nein. Ihn selber. Außerdem, wenn er eine supergeile Intrigenkarte hat und er sie jetzt verwendet, ist das auch wie ein Erfolg. Weil er sie dann bei den wichtigen Schlachten nicht verwendet. Das ist ja nur eine halbwichtige Schlacht. Ja. Also, lass mich. Dann hat er drei. Jetzt geht er mit allen rein. Also, so einen zögerlichen Befehlshaber will ich aber nicht haben. Da sterbe ich ja schon vorne. Drei wären angemessen. Er hat ja noch drei Karten auf der Hand, ne? Da kann er ja noch diese ganzen Schwertkämpfer haben oder was er da hat. Ah, du hast recht. Er hat noch die Karten auf der Hand. Ah, da hast du leider recht. Aber ich weiß nicht, was er sich geholt hat. Aber den Topter hat er sich nicht geholt. Also, ich habe ihm die Death-Kommandos geholt. Und zwar zweimal, würde ich nur sagen. Das sind sowas drei Punkte. Jetzt hör nicht auf, Ecke. Oh Mann, das wäre jetzt halt dann bitter, das zu verlieren, wenn man so viel investiert. Das ist ganz bitter. Guck mal hier, Gaius. Guck mal hier. Ich habe ein Death-Kommando auf der Hand. Da. So. Was ist das denn für eine Beeinflussung? Jetzt kann ich auch so zu seinen T-Shirt-Tricks. Hat er das gerade wirklich gezeigt? Ja. Wow. Ja, ich kann es ja auch bei dir auch nicht zeigen. Ich zeige es bei dir. Guck mal, da ist mein Death-Kommando. Hier. Da ist mein Death-Kommando. Was ist das für einer? Oh Gott. Poser. Das ist die psychologische Kriegsführung jetzt, die er macht, ne? Er hat eine Karte, wo er drei. Drei. Drei Stück bekommt. Aber war es nicht so eine Freemen-Karte, wo man eine zweite Freemen-Karte braucht, dass das überhaupt geht? War das nicht so ein Kampf? Nee. Nee, nee, das ist eine andere Karte. Die habe ich bei mir. So, Entscheidung, Entscheidung. Trommelwirbel. Also, ich packe noch einen rein, aber den anderen lasse ich drin. So, Entscheidung ist getroffen. Jetzt hat er Ken noch geschafft, mit seiner psychologischen Kriegsführung die zu verunsichern. Das ist unfassbar. Gerade da musst du mit allem rein. Und jetzt gewinne ich trotzdem. So. Ich reveale einfach, weil ich bescheiden bin und nicht irgendwie drei Leute hier beschäftige. Mein Wasser habe ich ja bekommen, ne? Das müsste automatisch gewesen sein. So, ich habe fünf Einfluss, sechs Einfluss, sieben Einfluss, neun Einfluss und da gönnen wir uns mal. Ah, deswegen warst du da schon gewesen. Das Bice Must Flow. Warte mal, kannst du mal kurz sagen, wo, ach du hast, durch die Technologie hast du, also vier, fünf, sechs, dann hast du durch den Rad, hast du acht. Wie kommst du auf neun? Hier oben rechts. Ah, ja, 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 vollkommen richtig. Okay. So, ich glaube, ich kann ein vorgehen. Ganz schöner Overkill, ne? Naja. Neun. Wo bist du jetzt einen vorgegangen? Äh, bei den Siegpunkten. Hat er einen Siegpunkt gekauft. Gekauft, ja. Wie, der hat einen Siegpunkt gekauft? Ja, der Wurm gibt den Siegpunkt. Guck mal, da oben. So, der hat sich einen Wurm gekauft. Hab das hier mal mit seiner Hand drüber. Da habe ich doch gesagt. Range, das war doch der Spice Room. Das war der Spice Room, den er gemietet hat. Mit dem Wurm da drin. Dann darf ich jetzt. Ja, bitte. Und, äh, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Aber du noch nicht revealen. Du hast noch eine Einheit, die ihr bewegen kannst. Ja, ich weiß. Ja, okay. Wollt's ja nur sagen. Ach, Shad, ich bin mir nicht sicher, ob die Strategie aufgehen wird. Hier? Nicht jetzt? Es ist die Frage, ob mit dieser Strategie es überhaupt klug ist, drei Agenten zu haben, weil du ja eigentlich gar nicht so viele Karten ausspielen willst. Bin ich auf jeden Fall gespannt, was Eck gemacht. Sehr, sehr gespannt. Oh Gott. Ich spiele meinen Dagger aus. Andererseits ist es. Und setz auf den Mentaten einen drauf. Einen Kampffeld. Richtig dafür, dass ich einen Overkill mit der Armee gemacht habe. Und dann ist der Zug erstmal vorbei. Bin aber gleich nochmal dran, weil ich den Mentaten noch habe. Ach, dem Mentaten bin ich. Ich spiele, ich, hallo, ich spiele den Dune-Planeten. Dann gehe ich hier oben hin. Warte mal, jetzt gucke ich erstmal nach. Vier Solaris habe ich gerade. Da ist echt dein Name. Ja. Dann habe ich jetzt fünf Solaris. Dann kann ich eigentlich hier nach vorne gehen. Damit habe ich alles gemacht. Ja. Gut. Das heißt, ich kann Reveal Hand machen, ne? Ja. Ja. Gut. Uh. Ja. Stilga. Stifla. Stiflas Mom ist das. Schauen wir mal, ob mir Stilga helfen wird. Genau, so werte ich. Ähm, genau. Ich habe drei, warte mal, jetzt habe ich fünf Punkte. Äh. Oh, fünf, 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 fünf sind nicht so toll. Hol dir die Gantchips, die sind super. Die Ganttop da. Oder kauft ihr den Ingenieur da weg, bevor sich den hier Steinbein kauft? Ja, das Problem ist, ich werde nie auf Technologien gehen. Mich wundert es, dass es Steinbein hat. Ja, aber dann zerstör den einfach. So. Aber dann kann es Steinbein nicht kriegen. Aber dann habe ich den völlig nervig. Zerstör ihn. Ja, dann zerstör ihn. Er hat ihn im Deck. Ja, wenn ich das nächste Mal Ringfähigkeit habe. Ja, genau. Seine ganze Strigid wartet darauf ab, diese eine blöde Karte zu zerstören. Richtig, richtig. Lass dich von Ecke nicht so leicht manipulieren. Wer soll das selber machen? Ja, wirklich gute Tipp. Ich helfe nur. Ich erweitere den Horizont in meinen Einwürfen hier. Aber du kannst hier auch den Ingenieur kaufen, das stimmt, ja. Ja, aber ich habe ja was anderes vor. Ja, du hast was anderes vor, ja. Das stimmt. Boah, Ganttop. Das ist gut. Ihr habt recht. Das müssen wir nutzen. Kriegen wir mit zwei Karten? Oder you may deploy it. Mhm. Mhm. Ich finde die alle irgendwie ein bisschen knifflig. Du musst ja auch keine kaufen, ne? Die Bende Gesserit war von vorhin noch, ne? Ja. Die muss noch benichtet werden, oder? Dann tue ich die weg. Ja, ja, die hatte ich sonst auch. Die wäre wahrscheinlich noch am besten gewesen jetzt. Ja, klar. Ich kann auch keine kaufen, aber das wäre irgendwie auch ein bisschen... Das hat, glaube ich, noch nie einer gemacht. Das ist eine valide Strategie. Ja, na. Bevor man sich das Deck zumüllt. Der Arakis Recruiter ist eigentlich auch ganz gut. Mit dem Soldaten. Aber, Chad, der Ixion Engineer ist gar nicht so doof, ne? Naja, ich glaube, ich hole mir den Ganttop da. Die kann man trashen. Was haben wir da noch? Einen Punkt. Warte mal, was macht die? Water Paddler. Das heißt, immer wenn man es revealed, würde man ein Wasser bekommen. Ja, oder halt, wenn du sie abwirfst. Ja, das ist richtig, was er gesagt hat. Oder wenn du sie abwirfst oder komplett discardest, kriegst du auch noch ein Wasser. Ah ja, aber dafür bräuchte ich quasi eine andere Karte, um das mehr machen zu können, ne? Genau. Warum? Oder zum Beispiel die Benel-Gesserit-Geschichte hier oder sowas. Warum denn jedes Mal ein Wasser, wenn er die revealed? Da ist doch gar nichts drauf. Das ist der Aufdeckeffekt. Doch, unten. Das Wasser. Siehst du nicht das Wassertropfen? Ja, aber da muss er ja vorher eine Karte... Nein, 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 nein. Das ist zusätzlich. Also das ist... Der Aufdeckeffekt gilt ganz normal. Außerdem kann er die Karte aber auch verwenden, wenn er sie ablegt oder zerstört, kriegt er diesen Aufdeckeffekt quasi on top. Auch nochmal. Ah, das ist jetzt tatsächlich eine gute Frage. Und ich würde auch direkt ein Wasser jetzt schon beim Kauf bekommen, ne? Oben rechts. Jo. Darf ich die schnell zu vernichten, ist die Frage, ne? Da hat man im Startdecker nichts drin, sondern man müsste sich hier auch so eine Karte kaufen, um irgendwas vernichten zu können. Ja, aber komm, ich kauf sie. Ich kauf sie. Acquire. Da habe ich alle fünf Punkte ausgeschöpft. Gut. Das heißt, das war das. Dieser übrigens, der jetzt da gezogen ist, das nochmal zur Erinnerung, der hat so eine Heimlichkeitsfähigkeit. Der kann auch auf ein gelbes Feld gehen, wenn schon ein anderer dort steht. Ah, okay. Ähm, so, jetzt habe ich das Ding. Ah, jetzt muss ich meine hier Kampf noch festlegen, ne? 4, 8, 9, 10, 13, wenn ich mich nicht verzählt habe. Das ist doch schon mal eine Ansage. Ja, ja, mal schauen, was jetzt... Chat, für uns ist es wichtig, dass die Siegpunkte sich so ein bisschen verteilen. Ja. So. Wäre gut, wenn Gaius jetzt geht. Ich setze den Click-Command ein. So. Äh, und setze die Mentaten. Tja. Genau, wo packst du jetzt hin? Ich bin gespannt. Ja, das heißt, der Dev-Command geht nicht in den Kampf, ne? Nö, den brauche ich nicht. Den brauche ich nicht. Kann ich ja eh nicht aktivieren. Das ist eine Freem-Karte. Also ein Freem-Band. Ach so. Also es war... Keine Warte, eine Freem-Karte auf der Hand. Es war wirklich locken, dass ich mehr reinwerfe. Ja, 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 genau. Dann muss ich... Also hätte ich jetzt nur vier reingestellt, dann stände ich vor der Entscheidung, ob ich da jetzt mitziehe. Ach so. Okay. Aber hättest du fünf reingestellt, war mir klar, gut, das schaffe ich nicht mehr, also brauche ich nicht mitziehen. Okay. Also ich habe mir schon... Ja, das weiß ich, dass ich schon mal vier Solaris kriege hier und so weiter, das reicht mir auch. Ja, dann ist die Schlacht doch schon mal gewonnen, das ist doch schon mal schön. Siegpunkt, den Nehmer. Gut, gut. Und wir haben mal was gegen die Hakon unternommen, so wie sie es die Atribles gewünscht haben. Ich könnte mir auch vorstellen, Shad, ein Dreadnought zu kaufen, damit wir bei den Schlachten ein bisschen mehr noch was für die Atribles genommen haben, also... Und bei der Gelegenheit holen wir uns die dritte Forschung und dann vielleicht... Ja, Steinmeier, die will ich auch haben. Du musst aufhören mit deinem Zeiger hier rumzufliegen, ey. Ja, ich habe meinen Zuschauern gezeigt, dass du die Karte kaufen willst. Ja, gut, sehr schön. Ja, ja, ja. Und wir überlegen, was die Gegenstrategie wird. Ja, ich glaube, es macht Sinn, dass ich mich hier auf Kartak draufsetze. Okay. Interessant. Eine weitere Truppe in der Garnison gekriegt, das ist gut. Für die Zukunft. Das war's soweit, glaube ich. Ja. Dann bin ich. Genau, Ranger. Reveal Hand. Einfach nur... Ein Bündchen. So, drei Kampfkraft. Ein Bündchen. Ich kaufe den Comb Delegate. Nee, das ist, glaube ich, einzeln. C, H, O, R auf jeden Fall den von dem Markt da. Mhm. Oh. Ja. Damit bin ich dann durch. Schwierig. Sehr gut. Ich war ja eh schon, äh, durch und fertig. Das heißt dann, Ecke, oder? Jawohl. Äh, genau. Ich reveal meine Karten. So, bekomme einen Handelspunkt dazu. Mhm. Darf mein Händler hier oben einmal zurücksetzen. Okay, das war's halt schon ein bisschen Overkill, ne? Zwei Truppen in die Garnision. Wenn jetzt beim nächsten Mal zwei Siegpunkte bekommen, bin ich sauer. Äh, geh beim Imperator ein hoch. Mhm. Und nehme mir... Ja, doch, fünf Solaris. Ihr bekommt alle ein Solaris. Woo! Und als Kampfwert habe ich dann... Warte, ich kann noch kaufen. Zwei Punkte habe ich zum Einkaufen. Das ist der Gutierer. Das ist ganz nett, aber ich brauche die Främe hier. Ich hole mir die Arrakis-Laison. Sehr schön. Und mein Kampfwert ist... Vier. Lächerlich knapp über Ranger. Ja, ich würde mal sagen, ein Pferd springen so hoch, wie es muss, ne? Also... Das ist die Hakon-Nami hier. So. Nicht schlecht. Ja, die Hakon-Nami ist jetzt bei mir in meiner Garnision, also... Ja, das stimmt leider. Aber ich bekomme ja noch Arrakine, da bin ich ganz zufrieden mit. Gut. Auch nicht schlecht. Kann ich mir nur meine zwei Solaris nehmen? Stopp, 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 stopp. Äh, Intrigenkarten. Ja, ich habe das Gefühl, Ranger will so eine Intrigen... Oder wer, wer fängt an? Nee, Scheinball ist nicht im Kampf. Ich bin nicht drin. Ecke, Intrigenkarte? Intrigenkarte? Nee, ich spiel keiner. Ranger? Stimmt, ich darf ja auch noch Intrigenkarten spielen, ne? Richtig, Ranger. Nee, Karten nicht, du hast nur eine Karte, also... Nicht so hochtrabend, ja. Hm. Äh, hast du was gesagt, jetzt was Wichtiges für die Schlacht? Ich habe dir gerade nicht zugehört. Nee, war vollkommen irrelevant. Okay. So. Aber nee, ich spiele die jetzt nicht. Okay, Geil, es hat keine, damit hat es jetzt erledigt. Damit ein Siebpunkt für Gaius. Jawohl, den machen wir manuell, oder nee? Ja, manuell. Nicht über das Plus oben? Naja, über das Plus, ja. Doch, ne? Okay. Also, das ist für mich manuell. Und wie läuft das mit Arakeen jetzt nochmal? Ja, dann nimmst du hier dein Fähnchen. Du bist mein Banner hier. Mein Fähnchen, ja. Und packst es auf Arakeen. Hier hin, ne? Korrekt. Und die anderen nehmen sich bitte das Geld. Danke. Danke für die erfolgreiche Schlacht. Ja, es sind viel zu viele Soldaten gestorben auf unserer Seite. Harkon ist wieder das Reich hier oben. Das Schlachtschiff geht jetzt raus, genau. Bekomme ich jetzt eigentlich immer ein Solaris, wenn da oben jemand bei Arakeen draufgeht? Oder bringt das mir wirklich nur diesen Verteidigungsstil? Nein, du bekommst auch einen Solaris, wenn da jemand draufgeht. Okay, fantastisch. Jetzt würde ich am liebsten sogar zweiter Platz werden und nicht erster. Was ist denn hier? Zwei Wasser ist ja echt geil. Bevor die neue Runde startet, es sind jetzt gerade zwei spielmechanische Fehler aufgetreten. Zum einen, als Gaius die Karte gezogen hat, hat er kein Wasser bekommen. Ah. Das muss er sich noch gut schreiben. Zum anderen, als Ecke seine eine Truppe beim Imperator seinen Einflusspunkt einhoch gesetzt hat, ist ebenfalls ein Siegpunkt vergeben worden, der so noch nicht passiert wäre. Vielen Dank. Das war ein sehr guter Hinweis. Aber wieso habe ich denn da einen Siegpunkt bekommen? Die Ecke war schon echt weit vorne. Ja, das ist ein bisschen verbuggt. Diese Siegpunkte sind ein bisschen verbuggt. Okay, sehr gut. Hervorragend. Irgendwas wackelt hier. Hier, das wackelt. Wackelt. Ja. Jetzt würde gerade wieder eine ganz neue Runde starten. Wollen wir vielleicht mal kurz fünf Minuten Pause machen oder drei Minuten? Ja, das ist eine gute Idee. Ja, eine biologische Pause. Eine biologische Pause. Perfekt, sehr schön. Ich speichere auch mal. So. Ja, ich würde sagen, es ist noch alles drin. Ecke spielt schon relativ stark, schnell auf Sieg. Aber noch gibt es, glaube ich, Möglichkeiten. Noch kann es spannend werden. Ihr könnt euch direkt mal mein Deck anschauen und überlegen, wie wir das jetzt am besten machen. Das, was wir vorhaben. Einfluss ist nicht so dolle. Wir würden natürlich gerne acht oder neun bekommen. Ja, Gaius bekommt auch Solaris, wenn er selbst drauf geht. Ja, das ist richtig. Nicht so. Ja, das ist richtig. Nein, ich würde gerne... Ja, ich würde gerne... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hiermit möchte ich gerne sagen, folgen Sie Ranger Area auf Twitch und YouTube. Dankeschön. Ach guck mal, jetzt hat er sich da gemutet, der Gaius, ganz schnell. Ja, da sind sie, die richtigen. Da sind sie, da sind sie. Okay. Was macht ein Sicherheitsdienst in der Nudelfabrik? Die passt da auf. Was haben wir denn noch? Wartet mal, ich kann noch ganz viele finden. Gib mir eine Sekunde, dann erzähle ich euch noch mehr Flachwitze, damit ihr alle unterhalten seid. Ecke, ich hab deinen Chat übernommen. Ich hab jetzt hier Flachwitze ausgepackt. Sehr gut. Also, du kommst ein Zyklop zum Augearzt. Ach du meine Fresse. Was ist orange und läuft durch den Wald? Eine Wandarine. Ein Badreiniger kostet im Schnitt 3,99. Da will ich gar nicht wissen, was ein Goodreiniger kostet. Der braucht ein bisschen, da muss man ein bisschen überlegen. Ich kann kein Englisch, das weißt du, ne? Das weiß ich, ja, natürlich weiß ich das. Deswegen, wenn wir wirklich zusammen nach Italien fliegen, werde ich auch die ganze Zeit Englisch sprechen. Ich kann über Italienisch. Es gibt eine Grundsatzentscheidung. Wollen wir einen Schlachtschiff haben? Ja, schön. Eigentlich nicht Teil unserer Italienischen. Trapattoni! 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 Picobello! Es geht weiter. Wir haben noch weitere Witze. Wieso können Sklattisch recht lügen? Weil sie so gut zu durchschauen sind. So. Wir brauchen aber Spice, insofern müssen wir auch auf Kampffelder gehen und dann ist es gut, wenn wir ein Schlachtschiff haben. Was macht ein Pirat ... Hallo? Jetzt pscht. Was macht ein Pirat auf dem Tennisplatz? Er störte Bäcker. Oh nein, ey. Was kommt aus einer defekten Kaffeemaschine? Ein Cappuccino. So, ich bin wieder da. Mein Zahnarzt sagt, ich brauche eine Krone. Nenne ich mal jemand, der mich versteht. Oh mein Gott. Was hat Mittelamerika zu bieten? Sie haben vielleicht schlechte Maurer, aber dafür Guatemaler. Bitte auch, Mann. Ich, 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 ja. Ohne Mist, das sind nicht, du weißt, woher die Witze kommen. Die sind nicht von mir. Die sind von euch. Da draußen. Ja? Das sind eure Witze. Ohne Mist. Von den Menschen da draußen. Der sabotiert mich hier. Von den Menschen da draußen, ja. Warum kannst du keine Uhren vom Boden aufheben? Ich habe kein Urheberrecht. Mann, 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 ey. So, ist gar nichts? Ist wieder da? Das wäre erfreulich. Yes, ich bin da. Okay. Das wäre erfreulich. Genau, ich kann noch ein bisschen, ich kann noch ein bisschen mehr, äh, vorlesen. Tisch noch einen auf, komm. Einen letzten. Jetzt habe ich es geschlossen. Okay, gut. Wie heißt eine einsame Tortellini? So, ist ein bisschen schwierig. Ich würde eigentlich gerne den Ring nutzen, aber wir brauchen eigentlich wiederum die Punkte. Okay, gut. Ich glaube, Steinmann, du darfst beginnen, ne? Damit, äh, wir wieder ins Spiel einfinden. Ja. Ich fürchte auch. Ich spiele das Messer. Und gehe hierhin. Da wird mir einer zu viel abgezogen. Nehme ich mir zurück. Das heißt, ich bekomme ein Schlachtschiff. Genau, es ist schon da. Und ich gönne mir die Artillerie. Äh, Require. Ach ja. Acquire. Acquire, Entschuldigung. Dafür bin ich ja da. Aber der Effekt ist einfach nur, dass es umgedreht wird. Das hätte ich auch manuell machen können. Egal. Und dafür zahle ich noch ein Spice. Wird der nicht automatisch abgezogen? Nein. Da vorne auch nicht. Okay, gut. Also man mag mich korrigieren, wenn man es gesehen hat. Aber ich glaube nicht. Jo. Mhm. Okay. Das war mein Zug. Dann darf ich. Ein bedeutender Zug. Ähm, ich spiele erst mal zwei, nee, erst mal eine Intrigenkarte. Ach, erst mal nur eine. Pass your turn. Nee, you may pass your turn. Genau. Ja. Also du ziehst eine Karte. Also du ziehst eine Karte und darfst einfach aussetzen. Darf. Muss nicht, ne? Ja, genau. Dann traue ich mal eine Karte. Oh. Oh la la. Das ist interessant. Das wäre natürlich alles. Ja, der David, du hast recht. Die Teche immer früh ausspielen, damit man die Kartenoptionen hat, ne? Kann ich dann am Anfang meines nächsten Zuges machen. Hätte ich wahrscheinlich, ja, hätte ich wahrscheinlich jetzt vor dem Zug direkt machen müssen. Ja, ich spiele mein... Das gute ist, Chat. Und das trottet ihr ja wieder. Wir sind als erstes dran und wir sollten uns den natürlich holen. Ja, bekomme ich den Punkt nicht, ne? Wenn ich die ausspiele. Den Händlerpunkt hier. Äh, ja, klar. Hm. Hm. Deswegen ist die da zum Outfit nicht ganz so wertvoll, ne? Hm. Nö, die ist nicht wertvoll, nein. Das ist vollkommen relevant. Wir müssen zusehen, dass wir einfach nur fünf Punkte bekommen, wenn wir den haben wollen. Dafür brauchen wir ja nur zwei auf der Hand. Das sollte easy möglich sein. Ja, ich spiele den Deck an. Das ist quasi schon safe. Insofern können wir auch den... Und ich spiele mir den High Console. Ah, da gesellt sich jemand zu uns. Äh, bist du schon wieder raus, Gaius? Äh, ja, ich glaube, das passiert... Das hatten wir doch beim letzten Mal auch, oder? Dass die uns immer wieder rausschmeißen automatisch, ne? Äh, wie mache ich das? Automatisch einfach reinpacken, oder? Per Hand reinpacken. Per Hand, ne? Okay. Das war beim letzten Mal auch leider schon das Problem. Ich erinnere mich. Wir würden das jetzt ein politisches Zeichen innerhalb der High Council sehen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Glaube ich auch. Ich glaube, dass die Hakonnen eher jetzt irgendwie hier mit Waffengewalt reinkamen. Für den Ring fehlt uns nicht das Beiß. Wir haben hier noch... Und mit Sicherheitstruppen wieder zurück... ...kamen. Gut. Die Frage ist, Chat, auf welches Feld gehen wir eigentlich als nächstes? Ja. Äh, das heißt... Wahrscheinlich Spice-Ernte würde ich, glaube ich, gerne machen. Wir brauchen Spice für die Bände gestern. Was macht das aus Vernius? Von X. Ach, ich bin dran. Glaubt dran. Ich meine, wenn Ecker gemutet ist, gehe ich davon aus, dass du euch heute dran bist. Wenn er nicht mehr mit uns reden will... Wenn er nicht mehr mit uns reden will, dann ja... Dann gibt es was Wichtiges zu besprechen. Dann bin ich jetzt dran. Das ist absolut richtig. Wie du das sagst. Bist du ganz frustriert? Das ist doch was Schönes. Ja. Ich freue mich auch ein bisschen. Ähm... Wie ich denn hin? Ja, ich denke, ich würde den Ring spielen. Ähm... Ich habe mir so ein Feld ausgeschaut. Ich wette, dass du genau dorthin gehen wirst. Aber wir sehen. Wir decken noch eine Karte auf. Dann können wir nochmal neu entscheiden. Ach, schauen wir mal. Den Decker werde ich... Boah, jetzt muss ich... Jetzt muss ich haargenau überlegen. Will ich das so machen oder nicht? Den werde ich rausnehmen. Da war ich ganz froh, dass ich das gerade mit dem Chat durchgehen konnte. Schade ist, dass wir keine drei mehr haben. Will ich das so oder will ich das nicht? Soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein? Gein. Aber wir haben ja eh nichts. Hier lohnt es sich auf jeden Fall mitzukämpfen. Ah! Das zerfrisst mich gerade innerlich. Ja, wir alle kennen diese Probleme. Na komm, wir machen das ja. So, wir gehen da hin. Dann gehe ich einmal hier oben drauf auf den Interstellar. Dann gehe ich zwei nach vorne. Mhm. Und ich muss hier die Karte thrashen. Yes. Okay. Dann habe ich jetzt meinen Zug... ... äh, gemacht. Fantastikabel. Dann nehme ich bitte einmal die Bene Gesserit-Initiative. Ähm. Ist natürlich schade, wenn wir den... Ich darf jetzt eine Karte mir noch ziehen. Dagger wegschleißen. Ich mache das mit dem Roll-One-Kart, ne? Mit dem Button. Ja. Fantastisch. Mhm. Und jetzt gehe ich mit meinem Argenten, ähm, gerne einmal nach Hagabessin. Hol mir drei Spice. Für ein Wasser. Scheiße. Das war unser Zug. Warte mal, Kampf. Boah, wie wertvoll sind zwei Wasser. Hm. Das war unser Zug. Ach, wirklich? Da müssen wir... Auf Arakis schon. Ja, auf Arakis. Lohnt sich, für eins beißen, da hinzugehen? Aber es ist auch ein Siegpunkt, ne? Ja, aber ganz im Ernst, ähm, du siehst schon, was die Hagonnen da auf dem Feld haben. Ach, das ist ja, das ist... Ein stiller Armee. Das ist, äh... Ja, und selbst wenn wir alle irgendwie noch eins, was reinpackt, schön, was ich kaufe. Ich glaube, das lassen wir diesmal einfach völlig... Das lassen wir einfach mal völlig aus, ähm... Und damit bin ich dann da schon fertig. Aber ich muss das Messer, muss ich nehmen jetzt. Ja, ihr seht, ich habe eine kleine Messersammlung. Ich spiele das nächste Messe. Und... Halt, nee, warte mal. Äh, das war ein Fehler. Ich bin da noch in Zug. Wolltest du deine Messer... Halt, doch, ich will das Messer... Stopp, 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 ja, heute ist der Tag der Fehler. Nein, nein, aber ich bin da dran. Also das Messer wollte ich schon spielen, aber für die Holoprojektoren natürlich. Ah, zack, und dafür ziehe ich eine neue Karte. So, das war der Plan. Ja, ein bisschen... Ah, okay, das ändert jetzt nochmal hier und da möglicherweise was. Tut es das wirklich? Okay, da muss ich kurz noch denken. Es ist wirklich grandios, wenn ihr in den Gesprächen mit eurem Chat versinkt und eurem Maus irgendwo hinbewegt und genau da drauf zeigt, wo ihr das machen möchtet. Ich schaue hier einfach nur zu und weiß direkt schon, was die Pläne sind. Du kannst es sehr genau beobachten, das stimmt tatsächlich, ja, das ist spannend. Okay, ich mache es. Also, ich spiele jetzt den Ring. Nebenbei spiele ich noch eine Intrigenkarte, die mir zwei Spice gibt. Ähm, mit der Ringkarte bewege ich mich nach Siege Tabar. Und... Tabar, okay. Kommt was aufs Schlachtfeld, ist die Frage. Was macht Steinwallen? Den Bonus hier bekommt jeder, der einmal über die vier drüber gegangen ist, ne? Hier, ähm, bei der... Ja, ja, das bekommt jeder. Zählt der Fremenbund nur dann, wenn man die Karte ausgespielt hat? Oder zählt sie nur dann, wenn man sie gemeinsam revealed? Nee, die muss einfach ausgespielt sein. Das heißt, die muss offen liegen. Also, du kannst sie vorher schon für die Agenten genutzt haben. Wenn da auch eine Fremenkarte gibt, muss einfach irgendwie offen rumliegen. Außer Ablagestapel, das fehlt nicht. So, jetzt ist auch bei mir wieder die Entscheidung, wie viel haue ich hier rein. Oh ja, das ist schon mal eine spannende Entscheidung. Ich mache es mal so. Okay, und dann gebe ich noch ein Spice wiederum aus für meine Ringfähigkeit. Und gehe beim Imperator ein hoch. Was mir auch einen Siegpunkt gibt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Grandios. Gerne wieder. Nächster. So, das gibt uns fünf. So, dass wir den... Ich spiele... Bin echt gespannt, was Eck jetzt macht mit seinem Militär auch. Reconistence? Diesmal müsst ihr dagegen halten, das ist euch schon klar. Und... Ey, alle mal gegen die Haken. Aber nicht für Wasser. Ne, für den Siegpunkt natürlich. Wir dürfen ihm doch nicht den Siegpunkt überlassen. Ich kann nichts mehr machen. Ich habe auch gar nicht mitbekommen, was Steinweigen gemacht hat, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, was ich als nächstes tue. Ja, das ist nicht schlimm. Ich sehe Schiffe in der Mitte, also... Ja, ich kann Truppen stellen. Und bringe natürlich auch alles mit aus Feld, was ich hier geben darf. Natürlich, natürlich. Und beende meinen Zug. Ja, also wir werden zweiter Platz werden. Das ist okay. Zwei Wasser sind schon sehr cool. Da kann man... Also ich hoffe, wir werden zweiter werden. Da kann man dann schon gut was machen. Vielleicht hat auch eine Armee nur gereicht. Ich bin mir nicht sicher. Das Gute ist, dass wir, wenn wir nicht gewinnen, immer das Schlachtschiff wieder bekommen. Ja, ich glaube, immer wenn Ecke schweigt, ist Ranger dran. Stimmt, ja, Ranger. Das hat er noch nicht so richtig drauf. Das muss noch irgendwie... Ich spiele den hier, Bene Gesserit-Sister. Die Schwester, natürlich. Jetzt geht es hier los. Dann setze ich den hier drauf. Ah, Ecke hat nur zwei, okay. Ja. Oh, dann spiele ich einmal die hier. Das hat sich jetzt sehr spannend an... Oh, okay. Oh. Oh, ja. Also, jetzt wird es lustig gemacht. Das ist jetzt aber hier kollektiv. Das wird einmal getrasht. Lola, lala. Hat den Einfluss mit manchmal gar nicht. Ja. Den lasse ich mir. Schmeggelase, wie man so schön sagt. Und dann habe ich... Also, ich habe auf jeden Fall schon mal fertig, weil... Ja. Du hast es schon mal fertig. Okay, fantastisch. Die Frage ist, ob wir langfristig wirklich nur mit zwei Agenten klarkommen. Das bedeutet, ich bekomme, äh, weil... Also, ich gehe zum Imperator, ähm, und Spire. Mal schauen, ob ich alles automatisch bekomme. Was ich bekommen soll. Ja, das kannst du ja immer. Das ist... Müsste alles bekommen haben, genau. Bei den Agenten funktioniert das. Genau, so. Ähm, jetzt kann ich aber noch... Aber jetzt bekomme ich natürlich meine Karte quasi noch... Zwei. Habe ich die auch schon bekommen gehabt? Nein, 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 nein. Die müsste ich jetzt, äh, von unten manuell reinpacken, richtig? Die Truppen meinst du? Die hast du gekriegt. Nein, aber nicht die zwei von der Karte. Genau. Nicht die zwei von der Karte. Die meine ich, die tue ich jetzt noch in meine Garnition rein, die zwei. Genau. Und... Zack. Da gibt's übrigens auch einen Button hier. Ähm, auch. Wofür waren nochmal die Voice-Token oben links? Was für eine Token? Die neben dem Imperator direkt sind. Äh, das ist für eine andere Person. Ach so, okay. Das ist... Moment, das hat mit dir nichts zu tun. Aber ich höre auf, ich will die Voice-Token. Es gibt aber auch eine Intrigenkarte, womit du die nutzen kannst. Ah, okay. Na, dann hat es vielleicht doch was mit dir zu tun. Endlich bekomme meine Stimme ein Gesicht. So, aber ich bin auf jeden Fall dann damit fertig. Und, äh... Ja, Steinbein. It's on the right. Äh, ja. Ich bin ja immer nochmal zwei Mitarbeitern unterwegs. Deswegen... Und? ...reviele ich hier. Habt zwei Einfluss, plus drei sind fünf. Und da gönne ich mir endlich mal den Ixion Engineer. Ja, das war absehbar. I told you. Weirding. Weirding, Wayne. Oh. Das kann richtig stark sein. Oha, krass. Würde ich direkt kaufen an eurer Stelle. Ja, da will schon wieder jemand hier locken, ne? Äh, wenn wir schon mal dabei sind, kann mir mal jemand die Guild-Accord erklären? Ich bin da noch ein bisschen... Also, das Erste verstehe ich natürlich, dass es dann zwei Spies billiger ist. Aber das Aufdeck, die Aufdecksache, bin ich mir nicht ganz sicher. Wenn du eine Allianz hast mit der... Mit der Gilde. Ja. Dann bekommst du drei Spies und ein Wasser. Ansonsten kriegst du nur ein Wasser. Und dann gibt's natürlich... Ah. Und dann gibt's natürlich noch diese Zusatzfunktion, wenn du die Karte mit einer anderen Karte ablegst oder zerstörst, gibt's das auch. Äh, warte mal. Und die Allianz hatte... Hab ich... Ab wann? Äh, die hat rot gerade. Also... Ach, nur derjenige, der auch am meisten Punkte hat? Es kann nur einer die Allianz haben? Oder reicht das, wenn ich da oben... Nein, 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 nein. Es kann nur einer, der den Token hat. Der, der so am höchsten ist. Das ist klar. Okay, okay, verstehe. Den Token? Wo sehe ich den Token? Hier. Ah. Ja, fantastisch. Die liegt auf dem Gesicht des hässlichen Mannes. Sobald man bei diesem goldenen Bereich kommt... Des hässlichen Mannes. Der Erste, der da quasi ist, der bekommt den Token. Und wenn jemand ihn übertrifft, würde der dann den Token bekommen. So sieht es aus. Also die... Alles klar. Jetzt war ich kurz verwirrt. Wo waren wir jetzt? Achso, ich hab... Ich hab alles gemacht, ne? Ich muss aber noch meine Kampfstärke definieren. Genau. Das musst du noch machen. Drei plus vier sind sieben. Okay. Dann darf ich? Ja. Ich bitte darum. Ähm... Dann spiel ich die Araken-Diazion und hol mir den Mentaten. Hier eine Karte. Also bekomm ich ja auch automatisch. Du bist ja wie so ein Mentaten-Freund, ne? Hast du, glaub ich... Ich bin halt jemand, der ganz gerne bei so einem wichtigen Schlacht am Ende. Und... Ah, ich verstehe. Dann muss ich nicht so viel riskieren. Ähm... Habe ich was vergessen? Ja, Gaius kann natürlich auch noch hier zehn Stärke reinbringen. Ich hab die Sachen gekriegt. Ich hab die Karte gezogen. Nö, ich glaube, das war's, ne? Ja. Zug ist vorbei. Ich hätte mir die zwei Token nicht investieren sollen. Dann spiel ich meinen Ring. Pack das bitte wieder ein. Was? Ich hab das Ding verstanden. Hab ich auch verstanden, muss ich sagen. Dann spiel ich mein Ding. Okay. Aber was machst du damit? Äh... Hab ich jetzt direkt vergessen durch diese Unterbrechung hier. Den Ding... Erstmal werde ich die Ringfähigkeit aktivieren, ja? Das heißt, ich gehe hier mit dem einen zurück. Und gehe hier einen nach oben. Dadurch bekomm ich einen Siegespunkt. Hab ich den schon bekommen? Ja, ne? Ja. Nehmen wir einmal den Schlüssel. So. Und mein nächstes Feld ist... Gain one influence on this tokens influence track. Das heißt, ich darf noch einen nach oben gehen. So. Mach ich auch. Dann werde ich einmal hier oben... Jetzt ist wieder ein Fehler passiert. Stopp. Was? Du hast den falschen hochgestellt? Schummel? Nein, 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 nein. Nein, ich nicht. Nein, aber er ist ein Siegpunkt trotzdem gekommen. Hä? Darfst du nicht deinen Siegpunkt... Also warte, deinen... On den selben Track? Ja, ja. Ist doch der selbe. Okay. Ist ein drunter. Ne, ne, ne. Ich hab... Da bin ich einen da unten gerutscht. Ich muss einen da drüber. Den nach oben bewegen. Ja, das hab ich auch gedacht. Genau, ja. Der Abend der Fehler nimmt nicht. Ist doch in Ordnung. Ja, Fehler. Ja, das... Dann geh ich hier einmal zurück. Dann kann ich mir eine... Ich bin überrascht, das gefühlt mir heute die wenigsten Fehler passiert. Ein, ein... Also ich hab noch einen Solaris, hab ich bekommen dafür. Ja, hab ich bekommen. Ähm... Dann kann ich mir eine Forschungskarte um zwei günstiger kaufen. Da hol ich mir die Training-Brones. Acquire. So, und muss einen bezahlen, ein Spice. Ich glaub, ich hab noch keinen, ne? Ja. So. Dann bekomm ich zwei Truppen. Die muss ich noch reinstellen. Eins. Gibt's auch einen Button für. Drei. Kann man das nicht ziehen. Dann kann ich noch einen Einfluss nach oben gehen. Da geh ich den hier nach oben. Jetzt bist du wieder einen Siegespunkt nach oben geschnellt. Ja, das ist auch richtig. Das ist auch richtig. Weil er jetzt als Führender ist. Ja, ja, sorry. Ähm... Die zwei Truppen hab ich auch bekommen, ne? Ja, zwei, zwei. Ja, passt auch. Und dann krieg ich zwei Spice. Eins. Zwei. Okay. Ähm... Einsetzen kann ich keinen, weil ich in keinem Kampfgebiet bin. Ähm... Oder? Ja, ne? Weil ich... Korrekt. Ja. Okay. Dann nutze ich noch einmal die Karte hier. Die muss ich einfach nur umdrehen. Und dann krieg ich dafür auch nochmal eine Truppe. Ui, du sammelst auch einiges an. Okay. Wann mal kurz. Ah ja. Das kannst du auch jede... Boah, krass. Mhm. Erde Runde. Das ist auch stark. Und dann hab ich jetzt, äh... Hab ich jetzt alles. Gut. Dann spiel ich die Dagger-Karte. Äh... Und würde mir gerne eine Dreadnought kaufen. Für drei. Äh... Wie machen wir das jetzt wieder am klausten? Äh... Ich mach alles einfach manuell, oder? Genau. Weil schon einer draufsteht. Jawoll. So. Da hab ich den da. Na. Komm. Mit. Lass den doch bei dir stehen. Ja. Egal. Jetzt hab ich den oben. Ähm. So. Jetzt macht er irgendwas automatisch, ne? Oh, tatsächlich. Er hat jetzt... Ach, es hat gereicht, dass er nur irgendwo auf der Karte steht. Ja, genau. Jetzt sind meine drei Dings abgezogen worden. Ja. Und ich hab das Teil bekommen. Darf ich das jetzt eigentlich in den Kampf werfen? Das hatten wir vorhin schon. Nein. Nein, weil du nicht auf einer... Du stehst nicht auf einer Schlachtfeldkarte. Das hast du mir grad sogar bestätigt in meiner Runde. Eine Sekunde. Aber wie war... Aber wie war das bei Ecke vorhin? War da nicht... Weil ich eine Karte gespielt hab. Andere Situation? Ach, das war eine Karte mit dem... Ich hab mir eine Trigenkarte gespielt. Mit dem Schlachtschiff. Ich hab mir eine Trigenkarte gespielt, wo ich ein Schlachtschiff gebockt habe. Da war ich mir jetzt noch nicht sicher. Gut, gut. Äh, dann hab ich die... Achso, jetzt könnte ich noch... Wie war das jetzt? Könnte ich dir auch noch... Eine Technologienkarte theoretisch kaufen, ne? Jawoll. Das ist wieder schon gut, ey. Bin da gelacht? Das ist... Das ist diese hier. Genau, das heißt, wenn ich jetzt hier... Auf die Stufe 2, genau, gewesen bin und das wieder irgendwie bekomme... Kriegst du 3 und du kannst sie auch direkt in das Schlachtfeld bringen. Ah, okay. Und... Das ist eine Karte, die ich dann quasi... Die immer gilt quasi. Die gilt immer. Das ist deine Fähigkeit dann. Dauerhaft. Das ist eigentlich gar nicht so dumm, muss ich sagen. Zwei Spice. Ist zwar nicht günstiger. Aber ich glaube... Ja, doch. Doch, doch, doch. Die hole ich mir jetzt mal tatsächlich. Acquire. Gut. Dann bin ich fertig. Packe ich die einfach... Wo habt ihr die immer? Ich hab die einfach drüber gestellt, ne? Du kannst ja auch bei mir hinlegen, wenn du möchtest. Das machen wir nicht. Nee, aber dann ist Steinbein. Nee, ich bin... Sorry, dann ist Ecke, ne? Der kann sogar noch einen richtigen Zug machen, ja. Wir sind am strugglen gerade, was ich machen möchte. Aber gut für uns war, dass Gaius jetzt nicht... nicht in die Schlacht gegangen ist. Das ist natürlich nicht so gut. Das heißt, wir kriegen doch unsere zwei Wasser, was okay ist. Blöderweise sind wir dann nächste Runde wieder letzte. Das heißt, wir werden Spice hier nicht bekommen. Und dass man nur zwei Züge hat, ist auch immer so... Steinbein, du hast beide Degger gespielt, ne? Ähm, hast du das nicht gemerkt? Doch, aber ich wollte es von dir nochmal hören, ob du mich jetzt anlügst oder nicht anlügst. Das ist ein Vertrauensbeweis jetzt. Hast du beide Degger gespielt? Ich glaube, er lügt dich an. Steinbein. Ich glaube, er lügt dich an. Guck doch mal auf meine... Also guck doch mal... Ich habe doch gar keine Hand mehr. Warum ist das überhaupt interessant noch? Aber du eine Intrigenkarte hast. Also ich sage mal, so viel Ecke, da liegt schon eine Stärke, ne? Ja, ne, aber die Stärke kann sich doch verändern. Ja, aber da haben wir keine Intrigenkarte. Und wie hat das Messer mit der Intrigenkarte zu tun? Du meinst, es gibt eine... Wenn du zwei Messer gespielt hast, dann kriegst du sechs Stärkepunkte. Dann kriegst du ein Schwert. Nein. Genau. Dann kriegst du ein Schwert. Nein. Ich werde kein Overkill machen hier. Das ist halt das Freche. Ja, nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du in deinem letzten Zug dann dich einfach so gnadlos kapitulierst vor diesem Siegpunkt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Meinst du, da kommt noch so viel? Ich will kein Overkill machen. Das sind die Mindgames jetzt, ne? Einfach. Der steht eben Dreadnought da drin, aber will kein Overkill. Einzel hat eine richtig krasse Intrigenkarte. Da hat er dann irgendwie... Da holt er die Zehn. Nein, da reichen ja schon drei Punkte oder so ein Quatsch. Das ist die Frage, was du halt noch hast, ne? Ich hab genug. Aber es ist halt die Frage, wie will ich einsetzen? Nebenbei bemerkwollte ich anmerken, dass scheinbar mir nicht die zwei Spice abgezogen wurden für die Technologie. Ne, die muss man immer selber zahlen. Die muss man manuell machen. Ah, ich dachte, die werden automatisch abzuholen. Das ist mir direkt aufgefallen, aber ich wollte es nicht sagen. Schummelranger. Lässt einfach andere Schummelranger gehen. Genau. Ich bin ja froh, dass ich's gesagt habe. So, komm, jetzt geh rein. Ja, gut. Ich würde schon ein bisschen was investieren, weil das wäre schon wieder gegen Steinweilen zu verlieren, ne? Also, da sollte man schon auf Nummer sicher gehen. Und ich hol mir den Anzug hier. Ich bekomme ein Wasser. Und... All in hier. Alles auf Risiko. Mach gar nix. Ach. Dann darf ich mal die Karten revealen, weil niemand mehr ist, ne? Ich bin doch... Hallo. Ach, ja, stimmt. Ich bin ja... Und dann haben wir auch noch Gaius. Ach ja, stimmt. Ihr seid auch noch dran, ja. Also, bitte. Steinweil hat ja nur zwei Agenten. Ich kann es vergessen. Also, ich mache jetzt hier Reveal Hand. Ich kriege drei. Ja. Ui. Ah. Hm. Ja, doch. Ich hole mir den hier. Ach, guck mal, da ist doch der Voice. Da haben wir die Stimme. Ah, ja. Guck mal. Äh, ja. Mehr habe ich nicht. Ich habe keine Einheiten im Kampf. Also, discard Revealed Cards. Da bekomme ich hier oben noch irgendwas durch, ne? Discard Revealed Cards. Geil. Jawohl. Revealed Hand. Vier Punkte plus die zwei vom High Council, also sechs. Jetzt war ich mit meinem Chat hin und her gerissen. Guild Accord oder nicht Guild Accord, aber ich glaube, es ist schon... Die Directorship, die wäre schon geil für uns. Die ist sich zu holen. Na gut. Ja, doch. Paar Runden sind ja noch. Acquire. Sie sehen immer so aus wie gigantische Muscheln. Karte, das ist schon gut. Karte kaputt machen. Ähm, so. Im Kampf bin ich nicht beteiligt. Ich habe die Punkte ausgegeben. Dann sollte es das gewesen sein. Jetzt bin ich mal gespannt. So, Ecke, jetzt bist du dran. Wie holt Schummelecke sich den Sieg? Ja, ist ja wohl nicht sehr schwer, oder? Wir sind jetzt punktgleich. Wir brauchen nur so ein paar Schwerderfahrt haben. Siehst du? Ja, drei Schwerder hat er. Ja, aber Frame-Bond ist gegeben. Ach so. Ja, er hat hier unten eine Frame. Hat er die gespielt? Ja, hat er Glück. Ach, tatsächlich. Deswegen hat er gefragt. Ja, clever. Und was haben jetzt meine Messer noch zu bedeuten gehabt? Ecke, du bist noch gemutet. Deswegen ist es so angenehm gerade. Ja. Er bleibt jetzt auch einfach gemutet, glaube ich. Oh Gott, ich habe schon erklärt, warum. Ich habe einen Knick in der Optik gehabt. Das stimmt schon, da war ein Fehler von mir. Aber ich hatte einfach durchgerechnet, was du maximal kriegen könntest. Im schlimmsten Fall. Aber da habe ich mir überlegt, wenn du den Trink-Kader hast, es gibt eine, die gibt dir sieben Angriffspower oder sowas. Und eine, die gibt dir drei. Aber wenn du die hast, dann ist es eh durch. Dann bräuchte ich da nicht gegen anstecken. Dann sind die zwei Wasser auch okay dafür. Ich kann Sachen für fünf kaufen, weil ich im Cons im Hohen Rat sitze. Tja. Noch eine Freeman-Bund-Karte. Dann hol dir noch mal die Arrakis. Verlier so. Ne, ich hole mir das Powerplay. Weißhunter. Und ich kann so deine Karte zerstören, richtig? Ne, darf ich nicht. Womit jetzt? Durch das Lied hier darf ich nicht, ne? Ne, das funktioniert anders. Nur wenn du diese zerstörst, dann kriegst du. Ne, wenn ich die ablege. Ich muss sie nicht zerstören. Oder zerstörst. Oder zerstörst, genau. Okay, warte mal. Handelsding habe ich gesetzt. Kampfpunkte sind, glaube ich, auch gesetzt. Zehn, wenn ich mich nicht verguckt habe. Ja, siegen plus drei. Ja, das war's dann. Sind wir durch? Die Intrigen-Phase dann, ne? Ah ja, stimmt. Nein, war nicht. Ja, ich spiele... Oh. Ähm, nö. Nein, ich spiele nichts. Das war doch nur völlig angetäuscht, oder? Dann spiele ich auch nichts. Okay, so, damit hast du gewonnen. Du bekommst... Ein Fähnchen und einen Siegpunkt. Genau, das ist Imperial Bessin und ein Siegpunkt. Wo? Imperial Bessin, wo ist es denn? Da, vorne das kleine, ne? Genau. Ja. Und ein Siegpunkt. Oh, cool wäre es gewesen, wenn ihr einfach gleich aufgewiesen wärt, wenn ihr das noch... Und ich darf mein Schlachtschiff bewegen. Mhm. Pack das... da drauf. Ja. Ja. Oh, und es gibt keinen Siegpunkt. Hm, was in der Schande. Bei ist okay. Und hier wackelt es schon wieder. Das kommt, weil dein... Ach, das war bei mir. Ja. Weil dein Marker wieder weg ist. Okay, dann darf ich, ne? Jawohl. So, okay. Wir müssen jetzt mal gucken. Wir müssen Einfluss bekommen. Das ist das große Thema. Aha. Ich brauche mal eine Minute zu überlegen. Ja, ich... Soll ich schon mal vorher ziehen? Ja, ne? Spice muss fließen, haben wir halt nicht. Können wir dich zerstören? Jetzt hat sie da wieder allen in ihren geheimen Diskussionen drin. Während ich schon meinen Schlachtzug perfekt vorbereitet habe im Kopf. Während ich schon weiß, wie ich Gottverwalter werde. So, wir haben aber auch kein Spice, um Bene Gesseri zu spielen. Einen brillanten Frachtzug. Aha, um das hier zu machen. Ja, ja. Wir haben aber vier Spice. Man könnte auch einfach drei Karten ziehen. Okay, gut. Ich spiele erstmal eine Dune-Karte aus. Das ist die Frage, was ich wegwerfe. Dune-Karte. Dadurch darf die jetzt aber auch überall aufgesetzt werden bei den Fraktionen. Und ich setze sie auf Hardy Warriors. Kommen weitere Truppen. Warte mal, was passiert? Ah, warte mal. The card you play this turn. Ah ja, okay, verstehe. Genau, kann die dann trashen. Mhm. Und hab meinen Siegpunkt gekriegt. Ja, sehr gut. Und damit ist meine Runde durch. Ranger, du bist. So, welche Karte werfen wir ab, Leute? Dann spiele ich bei mir den Crys-Knife. Den Gun-Popper? Dafür bekomme ich ein Solaris. So, und ich setze eine Einheit ein. Und ich hier drüben. Kommt für ein Wasser. Und kann noch am Kampf teilnehmen. Man müsste aber Spice auch ernten. Wissen dafür Spice. So, rein. Hm. Jo, das heißt Gaius ist. Jawoll. Da habt ihr jetzt schon ein bisschen was blockiert. Nehmen wir mal. Ganz schwierige Entscheidung. Ja, doch. Nehmen wir Dune. Wir müssen eigentlich zuerst. Na, komm raus. Ah, jetzt RZR Spice. Manchmal wollen diese Karten nicht. Was ist denn das jetzt? Dune, Desert Planet. Und ich würde mir gern einmal das Spice holen. Ja, das ist so bitter. Popper brauche ich für die drei Karten. Stimmt, da könnte man raufgehen. Okay, ich habe noch eine kurze Frage. Ich gehe nicht davon aus, dass das so ist. Aber in meinem Chat gab es die Vermutung bei dieser Karte Water Paddler von vorhin, wenn ihr euch erinnert. Und wenn man die ausspielen würde, dass man die dann vernichten kann. Das geht meines Wissens nicht. Dafür bräuchte ich eine andere Karte, um die zu zerstören. Ja, Karten, die man direkt vernichten kann, da steht das explizit auf dem Ausspieleffekt drauf. Also, es geht um diesen komischen, naja, ihr wisst was, dieses Entladen heißt das offiziell. Ne, die kann man nicht direkt zerstören. Okay. Der Effekt, der da drauf ist, wird aktiviert, wenn man diese Karte durch eine andere Karte zerstört oder ablegt. Okay, ne, alles klar, passt. Doch, das ist die komplizierteste Spielmechanik überhaupt in diesem ganzen Spiel. Leider, leider. Wenn ich mein Schlachtschiff hier reinpacke und verliere, wandert es ja einfach wieder in die Garnition zurück, ne? So ist es. Das heißt, das packe ich auf jeden Fall rein. Äh, pfff, Eisbeiß und eine Intrigenkarte. Tja, Leute. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Das Problem ist, um zu dem Benegesserer zu gehen, hier, und dann... Wir gehen dann hier nicht hin, beziehungsweise wir gehen vielleicht nur hier hin, um hochzukommen. Was willst du hier machen, Steinbein? Was willst du hier machen? Da will ich nicht hin. Ist da noch keiner? Da habe ich gerade erklärt, dass ich da nicht hin will. Da ist ja auch sonst noch keiner drauf. So, ich spiele jetzt endlich mal den wunderbaren Gantopter. Das bedeutet, dass ihr jeder eine Garnitionstruppe verliert. Was euch jetzt unglaublich viel bedeutet. Okay, das heißt, ich nehme jetzt eine aus meiner Garnition einfach aus. Genau. Ja. Dafür spiele ich den Freund... Achso, Send Agent manchmal lieber. Hier auf die Forschungsstation. Ah, wisst ihr was? Ich habe mal was vergessen, was ich machen wollte. Aber vielleicht gar nicht so schlecht. Ich vergesse aber das nicht, ihn hier nochmal mit reinzubringen. Gaius, hast du dir eine Truppe aus deiner Garnition rausgezogen? Äh, eine Truppe aus der Garnition... Du musstest eine Truppe aus der Garnition killen. Die ist von meinem Gantopter abgeschossen worden. Du hast nämlich muted, glaube ich. Ja, ja, sorry. Habe ich gemacht. An dem Topf ist frech. Okay, so, kurz mal überlegen. Ich bin noch nicht fertig mit meinem Zug. Ich nutze wieder hier meine Forschung. Und schmeiße das Ding ab. Und ziehe noch eine Karte. Jo. Ja. Das war's, glaube ich. Man denkt immer, man hat was vergessen. Man ist so armselig hier mit seinen zwei Agenten. Aber so ist es. Ich habe mich auch gerade gefragt, wie konsequent du das durchziehen wirst mit den zwei Agenten. Ja, das ist meine Großstrategie. Der kauft sich einfach die Siegpunkte zusammen. Der hat jetzt, guck mal, die Handkarten für jemanden. Der hat einfach 3000 Handkarten. Naja, ich habe ja auch noch einen. Bisher ist erster Runde. Also, ja, ich bin fertig. Trotzdem hast du direkt auch Karnowand. Ja. Jeder hat so seinen Weg, ne? Ihr geht den Weg, dass sich die Körper einhauten. Und ich gehe den Weg der Eleganz. Hm. Des Überflusses. Nennen wir es so. Ich spiele... Auf einem wüsten Planeten besonders gut. Weitere Dune-Karte. Und hole mir den Interstellarisch Shipping. Gehe einen hoch. Und gehe ganz runter. Ich hole mir... Erstmal zwei Truppen in die Garnision. Dann einen weiteren Einflusspunkt. Und zwar beim Imperator. Bekomme weitere zwei Truppen in die Garnision. Und hole mir zwei Spice. Das heißt, ihr bekommt keine Solaris. Da bin ich jetzt aber fast schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Du hast meistens geklaut, was ich mir holen wollte. So, wollen wir mal kurz rechnen. Wir brauchen drei. Um die neun zu kriegen, brauchen wir immer sechs. Zwei. Vier. Gut. Das wäre es mit dem Zug. Ich kann keine Truppen in die Schlacht führen, weil ich keine Kampfkarte gespielt habe. So, jetzt ist die Frage. Dann spiele ich hier den Coam Dele... Coam Dele... Coam Dele... Ist ja ein Coam Dele... Befa ist er, glaube ich, auch. Die Aktiensache? Befa nicht. Ja, die Aktiensache, genau. Perfekt. Damit kann ich mich auch da drauf bewegen, wo Ecke gerade steht. Interstellar Shipping. Kann ich hier drauf drücken. Muss ich manuell bewegen. So. Einmal drauf. Dann kann ich hier zwei Felder nach vorne gehen. Und... Das war's. So, Leute. Das war's. Okay. Was machen wir? Okay, dann spiele ich die Diplomatiekarte bitte einmal. Hier kriegen wir aber Spice. Spice, vielleicht. Und... Ähm... Die Einflusspunkte brauchen wir definitiv. Ja, ich bin jetzt so ein bisschen... Ja, doch, ich hab das... Doch, doch, doch. Wir machen das. Und ich gehe hier zum Fold Space. Ah, da sind immer andere leider. Das wäre jetzt der gute Moment gewesen. Genau, die habe ich da wieder bekommen. Fantastisch. Und... Mit Diplomatie kann ich eigentlich... Die Frage ist, ob es klug ist, hier ihre Fähigkeit einzusetzen. Nein, weil nicht dran. Weil wir ziehen uns ja dann vielleicht eine gute Karte wieder raus. Ja, ich bin dran. Das ist hervorragend. Äh, dann spiele ich mal meine Wahrsagerin. Und sie sagt, dass mein Agent hierhin kommt. Ah, hat er wie ein Steinbein gelesen. Was? Wie? Wo? Ach so. Joa, naja. Und das... Ja, ich glaube, diese Fähigkeit... Setz' ich mal nicht ein, die sie da gerade hat. Wobei... Wer weiß, was da noch kommt. Ah, ich mach's glaube ich doch. Also ich spiele mal die Karte, lege sie ab und zieh noch eine neue. Ah, es wird geschaffelt. Na toll. Ja. Ja. Ich bin nicht ganz unzufrieden. Danke. Das höchste der Komplimente. Guck mal, er ist von Anfang nörgeln bis jetzt. Ich bin nicht ganz unzufrieden. Also es steigert sich. Ja, die Steigerung ist da. Wenn irgendwann das fränkische Bastro kommt, dann ist das höchste der Gefühle erreicht. So was sag ich nicht. So was sag ich nicht. Bastro? Ja, das war dumm, Leute. Darf ich noch? Oh, der Wurm war total dumm. Oh Gott. Ich hab an den Spice-Review nicht gedacht. Gut, dann spielen wir unseren Dagger. Oh Gott. Es ist doch die Partie der Fehler. Ich zieh eine Karte. Ah, ja. An die Aufdeckphase hab ich nicht gedacht. Und... Das war's. Naja, ich sag mal so. Durch den Dagger wird unsere Artillerie noch antiviert. Dann ist das Lari-Kras-Spieling. Die ich... Aber... Die Jugend... Das war's nicht wert. ...den Wüstenplaneten. Aber im Fleiß. Vielleicht kriegen wir einen Spice mehr und dann hat... Dann war's egal. Smakel, smakel, smakel. Kommt einen davon. Dann kann ich den hier einmal zurückbewegen. Ja, es wäre definitiv besser gewesen, dass weg zu werden. Das heißt, ich bekomme zwei Truppen. Bekomme einen Einfluss. Stimmt, ich hätte ja doppelt das. Den nehme ich hier unten bei den Fremen. Das war dumm. Und ich bekomme zwei Spice. Die nehme ich mir noch. Eins, zwei... Umkonzentriert. So, ich habe hier unten noch meine Forschungskarte. Die muss ich umdrehen, dann kriege ich eine Truppe nochmal. Ich weiß gar nicht, wann ich die jemals alle einsetzen soll, aber... Egal. Sammeln einfach. Ja, besser haben als brauchen. Das ist echt krass, wie viel du da schon wieder ansammelst. Heieiei. Muss aber schön ausgeschlagen. Du hast vorhin auch noch die verloren von Ecklin. Ganz so ist das nicht, weil ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt hier diese fünf vom Highliner holen würdest, hättest du nur noch zwei im Vorrat, ne? Ja. Aber die muss ich ja dann nicht holen. Ach stimmt. Kann er doch gar nicht mehr. Nee, aber du kannst halt immer nur zwei aus der Garnision nehmen, ne? Ah. Ja. Ich habe Karten dafür. Das ist wahr, ja. Äh, so, also ich habe die zwei Truppen genommen, ich bin einen nach oben gegangen, ich habe mir zwei Spice geholt, ich habe das Solari bekommen. Ah, ärgerlich. Die Sache jetzt mit dem Sand von ärgern mich. Ich habe alles gemacht und Gaius ist jetzt dran. Jawohl, dann nehmen wir das hier. Wie auch immer man das ausspricht. Und gehen einmal nach Katan. So, habe ich da jetzt, da habe ich jetzt automatisch die Garnision bekommen, ne? Das müsste geklappt haben. Ja. Ich hoffe so. Aber, naja, ich sage nichts. Aber? Naja, alles gut. Also ich könnte jetzt natürlich. Unsicher. Äh, ich, genau, ich habe meine Dingskarte noch bekommen, lass mich kurz einmal fragen, was das ist. Äh, ich bin hochgerückt, bei dem Benegis-Rät, ja. Das ist die Frage, ob wir nochmal beim Highliner hochkommen. Ich meine, wir hätten noch Diplomatie. Wir hätten vielleicht irgendwie diese Karte. Ähm, ich bekomme, glaube ich, noch ein Geld wegen meinem Schlachtschiff, ne? Kann das sein? Ja. Absolut richtig. Ah, ein Geld sei ich schon. Da musst du schon selber drauf achten. Ach, das war das, was du sagen wolltest, oder was, Steinwall? Nein, nein. Achso. Äh. Die Decke ist aber nicht mehr dran. Das Geld ist weg. Was meint mit, äh, was meint, you may put cards to, äh, you acquire on top of your deck? Oh, nein. Wissen du? Eine Karte, die ich gerade bekommen habe. You may put cards you acquire on top of your deck. Ja, das ist ja cool. Dann kannst du das nämlich direkt auf deinen Kartenstapel nehmen. Die Karten, die du kaufst, kommen nicht auf den Abdeckstapel, sondern laufen auf deinen Kartenstapel. Ah, also die man kauft, kommt direkt, ah, okay, okay. Da oben dann. Dann ziehst du die quasi gleich. Genau, und wir hatten gesagt, Plot kann ich eigentlich jederzeit, äh, ausführen, auch wenn wir später zum Beispiel Karten da oben kaufen, kann ich Plot immer noch, äh, Intrigenkarten nutzen, ne? Jo. Okay, gut. Ähm, dann, genau, muss ich jetzt nur noch entscheiden, ob ich jetzt noch Truppen ins Schlachtfeld werfen will. Äh, zwei, drei Steinwallen hat was reingeworfen. Drei Spice in Intrigenkarten. Ach, ich ärgere mich. Darf mal da was rein? Was hast du denn so Schönes? Du hast mittlerweile, du hast noch einiges, ne, an den Karten und du hast zwei Intrigenkarten, okay. Äh, und du hast aber deine zwei Agenten schon verbraucht. Ist jetzt nur die Frage. Ist der Letzte, der jetzt noch einen Zug ausführt. Genau, ich bin der Letzte, der noch einen Zug ausführt. Ähm, eine Soldateneinheit könnte man natürlich mal noch mit reinwerfen, um das abzuschrauben. Ja, doch, die eine werfe ich tatsächlich rein, aber will ich nicht machen. Und damit ist das gewesen zu sein. Jo. Ja. Dann, äh, Ecke. Äh, ne, ich muss revealen. Jetzt kauft er sich einen Siegpunkt. Ja. Du darfst, du darfst noch revealen. Das ist, glaube ich, auch eine sehr hohe Chance darauf. Stimmt, ja, du bist ja. Ja, es sind elf. Elf Punkte. Alter, krass. Dann kauft sich später noch zwei hintereinander, ey. Ich muss gestehen, ich habe auch über die Strategie nachgedacht, das ganze Spiel nur mit zwei Agenten zu spielen, um so zu gehen. Aber irgendwie hat es sich dann auf dem Weg dahin ein bisschen anders verloren. Äh. Das ist nicht so dumm. Ja, ich weiß noch nicht so richtig. So, ich könnte mit... Da hast du ja einen Siegpunkt gekauft, ne? Der tut nicht gut. Der tut nicht gut, ja. Ja. Ich bin eins mit den... Mit den Würmern. Mit den... Du, Wurm. Ich bin eins mit den Würmern. Sachen, die man auf dem Friedhof nicht sagt. Ich wollte gerade sagen, ja. Das will man eigentlich nicht hören. Ja, aber ich kaufe nichts. Das bleibt so, wie es ist. Aber Kampfstärke wird noch berechnet. Ich bin bei drei plus eins plus eins sind fünf. Die Messer wird nämlich zur Artillerie gewissermaßen. Eine Messerkanone. Ach so, funktioniert das. Ja. Das ist ja für zur Artillerie. Jo, dann. Ecke. Ecke. Also, ich spiele auf jeden Fall meinen Ring hier aus. Zahl ein Solaris für die Spezialfähigkeit. Oh, ich habe zwei in der Hand. Das ist frech. Ist das hier einer? Ja, das ist einer. So, bekommen dafür eine Intrigenkarte. Ja, die Intrigenkarten sind auch immer stark, ey. Das finde ich irgendwie hier ziemlich, hm. Naja, gut. Darf ich hier nochmal meinen Mentaten setzen? Wo kommt der denn jetzt hin? Schon wieder Mentaten? Wie viel Kampfstärke habt ihr reingesteckt bis jetzt? Das siehst du doch. Zwei, drei, vier, fünf. Fünf bei Gaius. Ich muss mich kurz, ich muss kurz überlegen. Gib mir mal eine Minute. Okay, Leute. Was ist der Plan für die nächste Runde? Im Prinzip muss es ja jetzt immer so laufen, dass wir eigentlich immer nur Karten ziehen und wieder den nächsten Siegpunkt kaufen und nebenbei noch irgendwas anderes machen. Du bist heute eins mit der Wüste, oder, Ranger? Ich bin heute eins mit der Wüste, ja. Vermutlich. Das heißt, mit zwei Wasser... ...beraten müssen, mache ich meinen genialen Mastermind-Plan. Ich kann mich auch einfach mit dir beraten, Ranger. Ja klar, ich habe kein Problem. Mir ist gerade aufgefallen, dass du und Ecke super viele Truppen habt und wenn dann bei der nächsten Runde es um Siegpunkte geht, dass es für mich schwierig werden wird, da mitzukämpfen. Ja, das war gerade so mein Gedankengang, leider. Da hast du absolut recht, da kann ich dich auch leider nicht trösten bei. Ja, ich weiß. Alternativ kann man auch mal auf die Bene Gäste mitkommen, wenn man zwei Spice hat. Das wäre die Alternative. Mit einem Schnellamfhaufen. Das heißt, vorher müsste man Spice ernten. Also Ecke, jetzt ist die Minute aber auch rum. Jetzt mal. Du quatschst alle so viel hier. Ja, wenn du mit dem Chat reden willst, dann musst du was anderes machen. Ja, ist okay, ist okay. Das könnte Hagabasang sein, da kriegen wir drei Spice, wenn wir da zuerst sind. Das wäre auch mal ganz gut. Ja. Aber dazu müssen wir eine Bene Gesserit-Karte haben. Also das sind unsere Optionen. Hier und da. Wir setzen auf das Imperial am Wasser Spice. Da kann ich nur zwei drum reinziehen, ne? Das ist auch Quatsch. Und in Idealfall jede Runde ein Siegpunkt. Das muss jetzt nicht stattfinden. Kannst du nach Eric Keen gehen? Ja, ich weiß. Weißt du was? Da kriegst du wohl ein Solaris, mir aber egal. Das mache ich. Ich pokere auf eine gute Karte, die ich da ziehe. Gut. Ach, du hast das jetzt sogar automatisch. Sehr gut. Geil, du kriegst sogar ein Solaris, wenn du selber darauf gehst. Wusstest du das schon? Ja, ja, das wusste ich schon. Ich kriege dann auch hier unten bei Impul-Bassin eine? Ja, natürlich. Nein! Ja. Aber ich habe mich tatsächlich vorhin auch extra dagegen entschieden. Also das war mir schon bewusst. Aber ich wollte die Karte überhaupt nicht mehr haben. Den Tag-Agenten haben wir auch noch mehr. Ich würde sagen, wir sind schon noch im Game. Auf jeden Fall. Drei Truppen, sechs Kampfstärke. Wir kriegen aber auch jetzt hier vielleicht ein oder zwei Spice. So, Solaris? Oh, gut. Ja, das ist das, ne? Dann heißt, ich kann revealen. Nee, du hast doch jetzt einen Mentor. Achso. Ja, wieso? Ich kann jetzt nicht mehr dran. Nee, ich muss noch revealen, ja. Ranger-Reveal. Ja, ich dachte, ihr seid erst durch. Schon leid. Tut mir reid. Du hast schon wieder uns beide vergessen. Kann das sein? Ja, der hat so viele mal einen Monolog geführt. Entschuldigung. Das ist schon in der nächsten Runde. Dann machen wir jetzt. Ranger, komm. Ich glaube, da ist nicht viel zu machen bei Ranger. Das ist nicht viel, ne? Nee. Okay, Chat. Ist fertig, oder? Wir kriegen eins. Spice kriegen wir. Habe ich das? Ist okay. Ich müsste doch jetzt ein Wasser bekommen, oder? Oder bekomme ich das nur, wenn ich die... Nein, du kriegst ein Wasser. Das musst du aber selber nehmen. Händisch nehmen, okay, okay. Ja, das muss man immer händisch nehmen. So, das Wasser habe ich. Genau, dann habe ich zwei Punkte plus die zwei, also vier. Gut, also wir haben Optionen. Ich glaube, ich werde nicht mehr auf den dritten Agenten gehen. Ich ziehe das jetzt knallhart durch. Wenn ich die ausspiele, heißt das, ich kann eine andere Karte, die quasi dieses Zeichen irgendwo dabei stehen hat, vernichten. Habe ich das richtig verstanden? Du kannst jede Karte vernichten. Genau. Egal welche. Auf deiner Hand. Auf meiner Hand. Nee, 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 nee. Alle, die auf der Hand sind, aufgedeckt sind oder im Ablagestapel sind. Das ist das Reservoir. Ja, das kann man vernichten. Okay, und ich kann das aber... Diese Karte kann ich ja auch immer wieder spielen, also mit dem Vernichtungsziel quasi. Ja, klar. Okay, okay. Aber, ja. Und wenn das verbunden ist noch mit dieser Entladungskarte, wie diese hier, die Water Paddler, wenn du die zufällig vernichtest, dann kriegst du noch das Wasser dazu. Genau, okay. Ja, ja. Jetzt verstehe ich genau den Zusammenhang da wieder. Genau, fantastisch. Und wenn ich es aber aufdecke, würde ich die drei Einfluss plus das eine Spice nur bekommen, wenn ich auch eine andere Fremenkarte irgendwo offen liegen habe, weil es der Fremenbund ist. Richtig. Sonst würde ich gar nichts bekommen, wenn ich es aufdecke. Okay. Richtig. Okay, gut, danke schön. Chat, Stinkbär, doch, das Raumschiff lohnt sich extrem, weil das als Einzige, also die anderen Truppen, wenn die eingesetzt werden, kommen die zurück in Garnision, müssen neu gekauft werden, während das Schlachtschiff immer, also in den Ablage, das Schlachtschiff geht immer zurück in die Garnision, deswegen ist das Schlachtschiff sehr wertvoll, weil du es einmal kaufst und quasi in jeder Schlacht mitmischen kannst, wenn du auf dem Kampffeld stehst. Das ist schon wirklich viel wert. Das kann weitergereicht werden, der Stab. Dann bin ich dran, ich darf gewinnen. So sieht es aus. Ich habe keinen Fremenbund, das heißt, ich habe vier, sechs Punkte zum Einkaufen. Einkaufen hat sich immer so schön aus. Ja, das heißt, ich habe auch Kampfstärke, es sind dann auch Sechse, die ich dann habe. Hm, schade, aber... Das ist erst mal gut zu hören. Kann man mit leben. Wir haben ja nur unser Schlachtschiff. Zum Beispiel, das ist jetzt ein perfektes Beispiel für das Schlachtschiff. Schlachtschiff hat uns jetzt quasi nichts gekostet. Habe ich noch vier? Wir setzen es ein, sind dadurch auf den dritten Platz gekommen, haben einen Spice bekommen und das Schlachtschiff wandert zurück in die Garnision. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir auf dem Kampffeld stehen, kann es einfach wieder eingesetzt werden, sodass wir immer vielleicht auf den dritten Platz kommen, idealerweise. Und immer ein bisschen was mit, nee. Ah, noch nicht, okay. Dann hole ich mir die Saddu-Card und habe ich noch drei, glaube ich, mit zum Kaufen, richtig? Wie viel hat die gerade gekostet? Ich habe es jetzt nicht. Eine. Ich habe drei ausgegeben, ich habe sechs insgesamt, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ja. Dann hole ich mir auch noch die Schmuggler hier. Die sind gut. Uh, Shai-Hudut. Ui. Sehr gut. Lecker, aber sieben. Ja, ähm. Das zahle ich doch mit der Autokasse. Du sowieso. Ja, stimmt. Steinbein kann mittlerweile sich alles da kaufen. Das ist jetzt das Problem, ja. Ja, mal warten. Mit der Taktik, ja. Ja, mal sehen. Nicht dumm gewesen. Das Problem ist, eigentlich wollen wir auf dieses Feld, weil wir dort immer in die Schlacht mitkommen können. Wobei wir müssen natürlich auch hier hin. Ja, entschuldigt. Entriegkarte? Genau. Ecke. Los. Ich setze keine Einleiten. Dann. Äh, Ranger? Nö. Gaius? Ich auch nicht, nee. Ich auch nicht. Dann ist der Kampf entschieden. Jawohl. Jeder kreizt sich das, was er kriegt. Genau. Und gibt es nicht wieder her. Ich bekomme ein Spice. Jeder ist so viel er kann, außer sein Nebenmann. Äh, wo waren die in Kriegenkarten, der Stapel dafür? Da oben. Hier oben. Fantastisch. Kannst auch draufklicken, aber... Jetzt resette ich die Konfliktzone. Die Schlachtschiffe... Wer hat er gewonnen? Gaius? Gaius gewonnen. Genau. Dann musst du dir noch ein Feld aussuchen, wo dein Schlachtschiff hinkommt. Ja, aussuchen kann er nicht, ne? Ich wollte gerade sagen, es gibt jetzt nur eine Möglichkeit, oder? Nein, 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 nein. Er kann auch das andere überschreiben. Ja, ja. Ach so. Ja. Okay. Dann. Ja, das wäre ja logisch, das so machen. Ich wollte gerade sagen, dann will ich ja lieber das Weißfeld überschreiben. Wow, Steinweilen, ey. Ecke, nimmst du mal dein Feld da weg? Nein, nein, es bleibt liegen. Ach so, es bleibt liegen. Ja, natürlich. Es wird ja nur für eine Runde überschrieben. Ah. Ah, okay. Es ist ja nur temporär. Stimmt. Guter Punkt, guter Punkt. Ja, dann ist das dann. Hauptsache, jede temporäre Runde ist gut. Oh, nix. Ja, okay, das muss ich. Das ist die letzte Stufe-2-Konfliktkarte, ne? Danach kommen die Stufe-3-Karten. Das heißt noch vier wahrscheinlich, ne? Nee, jetzt kommt die Stufe-3, ne? Wer meint? Jetzt kommt schon die Stufe-3-Karte. Ups. Oh, oh, Doppelsiegpunkt. Warte mal kurz, warte mal kurz. Erstmal, warum heißt Sand-Forum auf Englisch Maker? Ist auch irgendwie komisch, oder? Keine Ahnung. Marker verteilen, weiß nicht. Nee, das meint das, glaube ich, nicht. Maker. Kein Doppelsiegpunkt. Oh, der Arm wird noch lang. Der wird dauernd. Influence. Okay, krass. Okay, wir haben Scheiße gezogen. Aber wir haben den Ixchen-Engineered. Das ist wiederum geil. Das heißt, wir können uns den Siegpunkt auf jeden Fall jetzt schnappen. Wackelt schon wieder irgendwas. Aber wir werden nicht auf neun kommen, vermute ich. Ja, das hier. Bei Gaius wackelt es auch immer. Okay, woher auch das kommt? Und das kommt mit der Pubertät irgendwann. Okay, Leute. Naja, warte mal. Wenn wir zwei oder drei Karten, da ist noch alles drin, ne? So. Ja, was habe ich mir überlegt, ne? Was habe ich mir überlegt? Ich süße einen Fratz. Du, süßer Fratz? Ja. So, ich werde jetzt erstmal jetzt da drauf gehen. Kennst du das schöne Lied von Hermann von Feen? Nee. Kleiner Fratz? Aber ich bin, ich bin leider, ich habe keinen Whisky getrunken. Ich werde es nicht singen. Dann werde ich den nicht gehacken. So, dann kann ich vier Einheiten. Zu dieser Zeit erinnern, Ranger hatte ich dich dran. Vier Einheiten werde ich dann hier reinschicken können. Zwei kriege ich ja und zwei kann ich so noch mit reinsetzen. Absolut korrekt. So, und ich habe natürlich jetzt auch die Fremen-Allianz bekommen. Und der Siegpunkt ist, glaube ich, schon bei dir. Ist auch Ecke runtergegangen, ja, ne? Ähm, das weiß ich nicht. Ich, ja. Ich war bei sieben, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ja, ja. Okay. Dann ist das ja alles korrekt gelaufen. Also, ich bin bei Fremen. Zwei Stück gekommen, zwei Stück eingesetzt. So, Leute. Die Frage ist. Jetzt sollte ich alles gemacht haben. Gehen wir aufs. Was raus? Wasser oder holen wir uns Spice? Aber Spice können wir an zwei Stellen holen. Ich kann den hier noch einmal umdrehen. Dann kriege ich noch einen. Oh, Quatsch. Gehen wir auf Kartenziehen. Dann kriege ich noch einen Trooper dazu. Wobei, äh. Ich warte noch. Aber Kartenziehen geht wahrscheinlich sowieso keine aus. Oder? Ich warte noch. Ähm, das heißt, jetzt ist Gaius dran. Yes, sir. Ich bin hier am hin und her überlegen. Aber erst mal. Das Problem ist, es wird schon gerne den Ring nutzen. Äh. Verlieren wir natürlich wieder einen Einflusspunkt. Die Frage, was ist, wo ist euer Fokus? Wo ist euer Anzeit? Wir müssen natürlich den, nee, Quatsch. Äh, wir, oh mein Gott, den Xchen dürfen wir ja überhaupt nicht spielen. Ja, also ich spiele einen Jünger, der muss ja eine auf der Karte. Und dafür gehe ich einmal hier oben hin. Das ist der Last Shipping. Und gehe da zwei. Der Vorteil an der Karte ist, dass wir wieder in der Schlacht mit drin sind. Und der Decker gibt er uns gleich mit zwei Punkten. Und dann war es das erste Mal gewesen. Ah, das ist schwierig. Was opfern wir den Decker oder Dune? Und Steinballen ist dran. Okay. Ähm, ich spiele den Ring. Vorher, also gleichzeitig, quasi, nutze ich die Holoprojektoren. Und muss jetzt gut aufpassen. Ah, ich glaube, ich werde denen das Messer opfern. Normalerweise ist es ja andersrum. Nimmt man das Messer zum Opfern? Aber nein, ich opfere das Messer. Und ziehe eine neue Karte. Eine großartige Karte. Mit meinem Agenten gehe ich wieder auf die Research-Station. Steinballen kauft sich den Sieg. Ich fass es nicht. Ja. Oder auch nicht. Und ich gebe ein Spice aus, um meine Ringfähigkeit zu verwenden. Und gehe damit bei der Gilde ein hoch. Gilde hat euch lieb. Jo. Das war mein Zug. Halt! Nein, das war nicht mein Zug. Natürlich kommt das Schlagschiff noch rein. Oh mein Gott. Knapp. Okay. Ich hole mir erst mal den Mentaten, indem ich mir den für den 1 Spice kaufe. Der Mentat könnte helfen, ja. Aber das geht nicht, weil er so ist die Karte. Der Mentat ist mal Angestellter. Niemand kriegt den auch. Der Mentat ist weg. Ich greife den hier oben einfach, ne? Ich glaube, ich kriege nicht die Extrakarte. Das ist richtig, ne? Ja, also ich habe es jetzt nicht genau gelesen, aber es wird schon so sein. Also. Ja, ja, nee. Du kriegst nur eine Mentat. So, mal zusammenzählen. Wir hätten jetzt 4 plus 3. 7 Punkte. Wir brauchen eigentlich noch 2 Punkte. Wie war das bei dem Bene Gesserit hier? Wenn man mehr als 3 hat oder wenn man ab 3 hat? Äh, wenn man 4 hat. Ab 4. Also die fünfte Kante muss dann quasi abgelegt werden. Ne, die vierte schon. Ne, die vierte schon. Du hast 3 verhandhabt. Okay. Ja. Na gut, wir könnten auch den Zug nutzen, um uns einfach hier den Siegpunkt zu holen. Ja, leider habe ich die Siegelfähigkeit genommen, sonst hätten wir einen Spice mehr gehabt. Dann hätten wir die Aktien machen. Das ist jetzt ein bisschen verzwickt. Wir spielen Powerplay. Nimm die andere Karte zum Trashen. Die Karte muss ich danach zerstören. Ich bekomme aber zwei Influences anstatt von einem. Die hier, ja. Und packe mich oben beim, bei Conspiral rein. So. Ich bekomme aber einen Influences mehr und bin deswegen ganz oben dann. Einsame Spice. Hat Ranger seinen Influences verloren. Ja, ne? Du hast dein Bildnis verloren, Ranger. Richtig, ne? Das weiß ich nicht, ob er es verloren hat. Ist alles korrekt gelaufen. Okay, super. Ja, genau, Sieg Allies, damit die getrashed wird, ja. Ja, ne? Damit wir den Einfluss noch behalten. Ja, die sind drauf geploppt. Okay, ich kann nichts reinziehen. Ich habe einmal eine Intrigenkarte bekommen. Warte mal kurz. Die Alternative, ach ja, kein Grund. Okay. Ah. Sonst hätten wir hier reinziehen können. Das ist interessant. Okay, cool. Ja, ich beende meinen Zug. Dann spiele ich Reconnaissance. Setze es hier drauf ein. Eine Truppe von mir wurde hier schon rübergepackt. Jetzt kann ich drei spielen, weil ich auf dem Kampffeld bin. Einer habe ich bekommen. Zwei Stück kann ich einsetzen. Korrekt. So. Ach, du Scheiße. Ach, du Kacke. Ja, ähm. Au. Äh, dann habe ich alles. Dann habe ich alles. Du klingst ja richtig begeistert. Ja. Ja, ja. Dann hast du alles. Okay. Ich bin schon wieder irgendwie hin und her gerissen zwischen zwei Sachen. Gut, das heißt, wir kriegen jetzt zwei Siegpunkte. So. Was nicht schlecht ist. Kann man auch mal zufrieden sein. Ich will den Dagger spielen und nutze eine Intrigenkarte, die ich während des Plots spielen kann. Und zwar bedeutet das, dass jetzt the card you play this turn has the following icons. Das heißt, ich kann jetzt quasi alles auf der linken Seite nutzen. Was ich auch tun werde. Und ich habe mich noch nicht entschieden, welches von den zwei Sachen ich nehmen möchte. Bitte nicht. Wie war das jetzt oben bei dem Dreadnought? Wenn man den hier kauft, dann kann man den auch einsetzen? Oder dann wird der in der nächsten Mal wieder eingesetzt? Kann man dann nicht einsetzen. Nee, kannst du nicht einsetzen. Erst decken und dann in die Garnition. Haben wir gesagt. Ach, Freunde. Was ist da jetzt? Ihr meint, der Shai-O-Loot ist besser als nichts. Ich möchte, ich... Entschuldigung. Okay. Müssen wir uns überlegen, welche Karte wir trashen. Ach, da kann ich erstmal wieder muten. Aber will man Spice, muss fließend trashen. Ja, okay. Wir machen das jetzt so. Ich packe jetzt nochmal hier beim Händler hin. Doch, wir haben... Doch, wir hätten was zum Trashen. Kann man die Karte trashen, mit der man das gerade quasi gekauft hat? Dann würde ich Reconnaissance trashen. Geht das? Ja. Spiel mich ja nicht. Das ist ja kein Kampfdings. Genau. Was das heißt? Ja, okay. Gut. Dann ist Steinwallen dran. Steinwallen ist dran. Ich suche verzweifelt Verbündete. Und finde sie natürlich bei den Damen der Benegiserit. Oh, ja. Interessant. Dann trash ich die Karte gleich noch. Und müsste einen Siegpunkt bekommen haben. Ist das hier so korrekt? Nee, blau bin ich ja. Müsste korrekt sein. Das sieht dann korrekt aus. Ja. Hervorragend. Dann läuft ja alles nach Plan. Das freut mich zu hören. Warte mal kurz. Ich muss eine Sache kurz überlegen. Oh, das ist jetzt eine ganz knifflige Entscheidung. Ah. Es gibt mir Optionen. Optionen sind immer gut. Könnte auch in die Hose gehen. Aber ich probiere es einfach mal. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt der richtige Moment ist. Aber who knows. Ich spiele das Ding. Das heißt, du darfst zwei jetzt ablegen von deiner Hand und zwei neue ziehen, oder? Absolut korrekt. Okay. Eins, zwei. Und ich ziehe zwei. Eins, zwei. So, wie ist die Reaktion? Glücklich? Unglücklich? Poker-Face. Mäßig gut. Wir sind noch nicht im Let-Game. Das wird erst am Ende gut. Alles okay, erst mal. Danke für die Aufmerksamkeit. Der Nächste, bitte. Alles okay. Die Harkonnen dürfen. So, Leute. Ja. Das heißt, wir haben, haben jetzt richtig gezielt? Zwo, drei, vier, fünf. Heute haben wir auch gleich mal wieder eine längere Runde, im Vergleich zur letzten wenigsten. Das heißt, wir haben Dictatorship. Ist das noch sinnvoll? Ich meine, wir haben überall jetzt die... Kurz überlegen. ...Dinger, aber klar, doch sinnvoll. Immer doch. Das ist sinnvoll, ne? Das ist dann, verstehen wir, überall kurz vor den Ressourcen, die uns dann ja auch noch weiterhelfen. Ja, die nehmen wir mit. Insofern war der Move richtig. Allianz-Token bei den... Oh, ja, bei den Binnengeshritten kriegen wir noch die Allianz. Das gibt nochmal einen Siegpunkt. Hei, 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 hei. Für uns ist es supergeil, wenn hier keine... Ja, wir spielen den Dagger. Keine Siegpunkte kommen. Das war für uns jetzt richtig gut. Schlachtschiff. Weil wir natürlich im Kampf überhaupt nicht gut sind. Da kriegen wir die Siegpunkte nicht. Also für uns war das jetzt richtig geil. Ich bin tatsächlich jetzt richtig optimistisch. Leute. Ich bin richtig optimistisch. Das kann richtig was werden. Mit dann zwei Spice. Hm. Aber nee. Das war's. Das ist aber auch schon ein bisschen unverschämt hier. Ja, der Haufen ist nicht gut. Dann spiele ich einmal einen Dagger. Der Haufen ist gar nicht gut. Ich hab euch gesagt, ihr sollt euch die blöden Truppen-Eliminierer da holen. Mit dem Dagger gehe ich hier oben hin. Was für eine Truppen-Eliminierer? Ja, die sind deine Kanonenboote da. Da du ich. Ja, eine. Ah. Auch gleich gemacht Mist. Ich finde, es müsste sowas geben wie so eine Atombombe. Wo man quasi mit einer Karte mal die gesamte Garnision wegschnetzen kann. Also. Ich will euch nicht unterbrechen da drin, während ich gerade meinen Zug eben mache. Warte. Ich kriege hierdurch Minus 1, ne? Und hierdurch habe ich nochmal Minus 1. Also Minus 2 insgesamt, ne? Ja. Ja? Okay. Dann nehme ich den da raus, weil dann nehme ich die Minus 2 insgesamt. Nutze ich dann. Und dann kaufe ich mir den hier oben, das Flaggschiff. Uh. Da kriege ich ja auch einen Siegespunkt dazu. Sechs Preiß muss ich bezahlen. Ui, der ist auch geil hier oben. Und einen Siegespunkt. Klatsch. Der ist auch gut. So. Okay, mein Chat sagt, es gibt eine Atombombe im Spiel. Okay. Ist das nicht strengstens verboten in der Welt von Dune? Ja. Aber die schlimmste Strafe, die man dann erwarten kann als Haus? Ne, sind das nicht Roboter? Ne, Roboter sind nur geeignet. Ne, die Atombomben war verboten. Die Atombomben ist dann... Jeder darf sie besitzen, die großen Häuser, wenn sie verwendet werden. Genau, es ist auch ganz schlimm reglementiert. Ah, es gibt das bei der Immortality-Erweiterung, gibt es Atombomben. Ah, okay. Schade. Ich habe meinen Zug gemacht. Er geht. Oh, nee, war plü. Okay. Oh Mann. Gut, wir machen jetzt erst mal... So, Schade, wir haben also im nächsten Zug wieder zwei Spice, aber kein Wasser. Und erst mal, wo kommt mein Agent hin? Das heißt, wir müssen hoffen, dass wir Bene Gesserit im nächsten Zug kriegen, weil dann können wir zwei Spice nutzen und dann werden zwei Karten ziehen. Ich habe es heute irgendwie mit dem Spice, muss ich sagen. Siegpunkt bekommen. Habe ich jetzt... Warte mal. Elf Spice. Ich habe jetzt aber nur die drei Spice von hier oben bekommen und nicht die von meinem Stift. Kann das sein? Oder habe ich mich gerade betäuscht? Ja, das Schiff wird nicht automatisch gemacht. Aber es kann sein, dass Ecke irgendwie aus Versehen einen Spice bekommen hat oder sowas. Ne, ne? Ne, Quatsch. Doch. Hat er. Drei auf zwei, ja. Ich glaube, ich habe eins gekriegt. Dann ist das... Aber sein Marker da liegt halt. Ah, weil das untere liegt und meiner liegt nicht drauf. Das darf auch gerne mal kurz gegengecheckt werden. Aber ich will mich jetzt da nicht selber schaden. Dann würde ich sagen, Sicherheitshalber machen wir es mal so. Wir legen den Marker weg und den so rauf. Ich habe ja gerade eben zu Ecke gesagt, mit deinen zwei Spice willst du da was drauf. Ja, passt. Genau. Das heißt, ich nehme jetzt noch einen, dann dass es passt. Dann bin ich jetzt da. Okay. So, genau. Zwölf Spice. Das ist ganz schön unverschämt. Da müsste mal irgendwie langsam die Gilde oder die Handelsflubs eingreifen. Wo ich siegespunktemäßig bin. Also, ne? Ich bin halt einfach ein friedlicher Händler im Vergleich zu euch, die hier auf Macht aus sind. Ja, aber ein Händler würde ja auch sagen, dass du die Waren losführst, ne? Ja, genau. Du bist kein guter Händler. Du bist ein Lagerist. Ich warte, bis der Preis richtig gut ist für Spice. Und dann wird verkauft. Dann wird richtig verkauft. Übrigens, vorhin hat im Chat jemand geschrieben, darf man hier auch untereinander handeln, wie bei Siedler von Katan? Nein. Okay, gut. So, ich habe jetzt auf jeden Fall mal noch, jetzt muss man mal schauen, eine Einheit in den Kampf geschrickt. Ja, ich glaube, ich bleibe bei der einen Einheit. So, und jetzt habe ich aber natürlich meine Ringfähigkeit. Das bedeutet, ich könnte mir jetzt noch eine Karte sichern. Das ist aber halt alles hier irgendwie... Oh, schwierig. Oh nein. Oh nein. Schwierig, schwierig, schwierig. Lass ihn nicht. Lass ihn nicht den Directorship sichern. Was bedeutet... Choose any board space. Du kannst es einmal blockieren, quasi, dass er in der nächsten Runde niemand da raufziehen kann. Erst wenn du wieder dran bist, wird der Token weggenommen und dann kannst du da raufziehen. Egal wo, überall wo ein Agent hin könnte, quasi. Okay, also eher so eine Antitaktik gegen andere. Ja, zum Beispiel kann man sich in der entscheidenden Phase hier dann den... Das hier, den Highliner blockieren oder sowas. Ja. Ja, ja, ja. Achso, aber warte mal. Ich kann ja... Ich habe ja hier nur den Kreis und das Dreieck. Kann ich das dann... Weil ich muss doch dann meinen Agenten auch nur dorthin schicken. Nein, nein, das ist unabhängig. Den Agenten fixst du irgendwo hin und dann nutzt du die Fähigkeit. Egal welches. Okay, okay. Verstehe, verstehe. Verstehe. Weil ich habe ja jetzt aktuell... Ja, okay. Nehmen wir das jetzt mal raus. Ja, genau. Shatter ist der Collector. Okay, gut. Unser Plan ist klar. Ich meinte, wir machen hier so ein reduziertes Gain. Was aber irgendwie auch Spaß macht, muss ich mal sagen. Und mich würde halt auch interessieren, was dann vielleicht noch rum tatsächlich... Ja, also dann nehme ich die... Ja, oder ich nehme einfach eine Karte weg, die ihr interessant findet. Das wäre natürlich auch eine solide, valide Praktik. Nein, nein, nein. Der Fremenbund. Wer arbeitet von euch mit dem... Ja, einer von euch hatte doch, glaube ich, ganz... Ich glaube, Ecke war es, ne? Nimm Shai-Hulut. Die könnte recht stark sein, was das betrifft. Nimm Shai-Hulut. Boah, mit Direktor. Ja gut, Steinbein würde sich wahrscheinlich eh dann einen Siegpunkt kaufen. Da ist jetzt der Collector auch nicht mehr so wertvoll. Genau. Dann würde ich tatsächlich doch sagen, dass ich die Shai-Hulut-Karte einmal sichere. Und wir schauen mal, was danach kommt. Das heißt, man sollte mindestens zwei Einfluss bei denen haben, dann kann man quasi zwei Karten nachziehen, wenn man die spielt. Genau. Ja, ja, ja. Okay. Gut. Dann habe ich das gesichert, habe die Einheit in den Kampf gebracht. Dann sollte Steinbein jetzt dran sein. So, und ich bin natürlich wieder von der schnellen Truppe. Und Revealer. Revealer. So. Revealer. Das führt erstmal dazu, dass ich den Ixion Engineer thrashen kann, weil ich drei Tags habe. Oh, krass. Siegpunkt, ja. Was mir einen Siegpunkt bringt. Zack. Ja, dann schauen wir mal. Ich kriege erstmal noch einen Spice. Dann habe ich Kampfstärke. Und zwar Exakt 4. Nein, 5 wegen der Artillerie. Und ich habe 1, 2, 3, 4, 5. Plus 3 sind 8. Und das bringt mir die Comb Directorship ein. Die mir Einfluss in jedem Bereich sichert. 1. Kurz für mich. Wieso hast du 5 Kampfwerke? Eine Artillerie. Eine Forschungskarte. Ah, die Forschungskarte. Ah, die hat er umgedreht. Ja, nee, die ist hier oben noch. Ja, okay. Sorry. Ja, habe ich gesehen. Gut. So, ich glaube, ich bin... Du bist jetzt gebadenlos weit hochgesprungen mit dem. Ich bin 1 zu weit, glaube ich, gerückt. 8 müsste ich jetzt haben. Ich war eben auf... 2 Punkte gekriegt? Ja. Ich habe 2 Punkte bekommen, ja. Einmal durch den Exaktion Engineer und einmal durch Space Guild. Ja, ja. Okay, alles klar. Weil ich überall mit Einfluss hochgegangen bin. Jo. Jo. Langsam läuft's, ne? Joa, du führst hier ganz gut. So, dann bin ich durch. Gut, dann darf ich jetzt... Wo ich jetzt vorne liege, speichere ich schon mal kurz. Mach das. Mach das. Na, nicht so früh, Freund, Chat. Nicht so früh. Ähm... Andererseits, es kann in der nächsten Runde schon... Kann ich schon auf 10 landen. Das ist möglich. Wie mein Freben-Commander. Äh, genau. Entschuldigung. Ben a Gesserit-Karte und... Und... Spice must flow und wir sind durch. Das Problem ist, dass wir kein Wasser haben. Wir... Ähm... Ähm... Aber... Wir brauchen... Wir haben zwei Spice. Das heißt, wir können hier bei Selective Breeding rein. Kriegen auf jeden Fall zwei Karten. Muggler oder... Aber es ist die Frage, ob das reicht mit zwei Karten. Das ist jetzt die Frage. Genau, das obere Feld will ich... Genau, ja, ja. Das obere Feld. Das ist mein Ziel. Wie viel kriegt man hier? Wo mir Platz zwei ist? Äh, soll ich dir das sagen? Ne, ne. Das war ein lauses Denken einfach nur. Okay. Ja, eine grüne Karte wäre wichtig. Das stimmt wegen dem einen Einfluss. Da kann man nämlich noch einen Punkt machen. Da habt ihr recht, ja. Ja, ich glaube, ich... Mental. ...setz den hier auf... Wobei der Einfluss wäre direkt... ...relevanter, glaube ich. Komm, eine Truppe... ...kann... Aber jetzt muss ich rechnen. Oh Mist. Okay. Das Problem ist natürlich, man muss bedenken, dass... Ranger hat noch nicht wie viel, ne? Dö. Okay. Dann schieben wir erstmal... Ganz bockig. ...drei hier rein. Und... Ich beende meinen Zug. Das Problem ist, kann Ecke noch Siegpunkte bekommen durch diesen Kram hier. Könnte noch hier vorbeiziehen oder da noch was holen? Ich habe fünf Punkte, weil ich hier oben noch drin stehe. Ja. Ja. Und hol mir dafür den S-Mark Zueck. Zueck. Ja, nicht schlecht. War ja. Das wird alles nicht mehr zum Einsatz kommen, Leute. Oh. Ist auch ganz cool. Äh, und dann habe ich ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, plus ein, ja, also fünfzehn. Ja, ich bekomme auch drei Spice, ja. Aber... Das stimmt. Aber zur Space-Gilde... Was ich viel interessanter finde, ist das hier. Endgame, you win tie-breaks. Dann habe ich alles gemacht. Ich habe meine Punkte ausgegeben. Gerade wenn man hier oben sich noch hinstellt für den Einfluss, holt man sich das einfach noch mit. Leute, das könnte der Winner sein. Ähm, dann bin ich dran. Gut. Dann machen wir Reveal Hand. Und es gibt noch zwei Intrink-Karten, ja. Ähm. Also jetzt warte mal. Machen wir mal eins nach der Reihenfolge. Erstmal habe ich einen Punkt plus zwei durch den High Council. Wären theoretisch drei. Aber, weil ich das eigentlich auch ganz spannend finde als Karte, würde ich jetzt noch, äh, ich mache es mal hier unten offen hin, die Recruitment müssen klicken. Das heißt, ich bekomme jetzt noch einen weiteren Einflusspunkt, ähm, und ich kann die quasi direkt, äh, jetzt auf meinen Stapel packen. Und würde halt jetzt die Muggler-Topter-Karte mir holen. Wie packe ich die jetzt direkt auf meine... Nimm sie manuell. Nimm sie manuell am besten. Ja. Und, warte mal, wo kommt die jetzt hin? Du musst sie umdrehen und hier oben rauflegen. Äh, umdrehen und hier oben. Oh, fantastisch. Gut, damit haben wir das jetzt schon mal geklärt. Äh, jetzt habe ich noch die Möglichkeit. You may deploy a troop from your garrison to the conflict. Also ich könnte jetzt noch was aus der Garnison da reinwerfen. Äh, was habt denn ihr jetzt gemacht? Das werde ich sicher nicht ankämpfen zwischen euch beiden. Die Frage ist... Ich würde ja sowieso meine Dings setzen. Ich hätte jetzt aktuell... Ach so. Ja, ich hätte jetzt aktuell auch fünf, ne? Wie ist das dann? Wir kriegen keinen Spice. Wir bekommen dann nix, Steinbein, wenn wir gleich aufwehren, richtig? So sieht's aus. Nö. Ah, das ist jetzt aber halt eigentlich auch nicht so wichtig, ne? Das ist nicht ganz korrekt. Ihr seid dann beide der dritte Platz. Echt? Ja, der zweite verfällt, wenn ihr gleich stark seid. Ach nee, warte mal. Wir sind... Ich dachte, wir werden kämpfen um den dritten. Darum habe ich jetzt auch gedacht. Weil ich meine, Ranger und Ecke werden irgendwie Platz eins und der andere Platz zwei, oder? Dann ist keiner von euch beiden dritter. Ja, genau. Das haben wir ja gemeint. Okay, das wäre... Dass wir dann beide halt verlieren, also nichts bekommen würden. Dann bekommen wir beide nichts, ja. Genau, genau. Deswegen war ich jetzt nur am Überlegen... Gut, jetzt hätte man wissen müssen, ne? Jetzt hätte die Truppe den Unterschied gemacht. Weil ehrlicherweise Spice ist ja nicht das, was mir gerade mangelt. Das ist es mir, glaube ich, irgendwie nicht wert, da noch eine Soldateneinheit reinzuwerfen. Ah, 15 Spice! Wäre da noch die Sache gekommen. Ne, ne. Ne, ne, ich werf nichts mehr rein. Ne, ne. Yeah. Fast, ich habe meine Karte. Ich habe Revealed. Dann mache ich jetzt Discard Revealed Cards. Zack. Good. Deine Kampfstärke ist dann was? Ah, ja, sorry. Die muss ich noch auf... Wie mache ich das auch auf dich jetzt? Also doch nicht Strike, ich habe mich geirrt. Dann bin ich mit meinen Metaten noch dran. Okay, die Truppe hätte jetzt echt einen Unterschied gemacht. Na gut, wir haben aber die zwei Spice... damit das hier hoffentlich funktioniert. Also die Runde wirst du nicht gewinnen, das sag ich jetzt schon mal. Ich hab noch eine Intrigenkarte, die ist schon hardcore. Das Problem ist, dass er natürlich, wenn er gewinnt, hier zwei Einfluss bekommt und damit kann er sich noch einen Siegpunkt schnappen, zum Beispiel hier bei den Fremen oder hier bei denen. Und dann ist er natürlich wieder eng dran. Und wenn es in der nächsten Runde zwei Siegpunkte beim Kampf gibt... Das hat einen Grund, warum ich so viel Solaris habe. ...kriegt er auch zwei. Dann ist er auch auf zehn. Und dann ist der Tiebreak wieder wichtig. Aber den Tiebreak können wir uns nicht leisten, wenn wir nur zwei Spice haben. Das ist halt das Problem. Eigentlich wäre das jetzt Key gewesen, die drei Spice zu bekommen. Schade. Und wir haben ja nur zwei Aktionen. Das ist jetzt verflixt nochmal ärgerlich. Die ist Pflicht. Und wenn wir uns Spice holen, nutzt uns das nix, weil wir nicht dann noch die Forschung holen können. Das ist die Karte, die ich ausspiele. Schwierig. Sooo... Statt, jetzt wäre ich Platz zwei, ne? Hm. Ist das auch wieder so eine rhetorische Frage? Ne, ich stelle sie auf den Schmuggler. Bekomme einen Solaris. Ne, Boris Gersock, ich zeige in so viele Richtungen, da verrate ich gar nichts. Wenn man hier auf Karten zeigt, die man kaufen will, okay. Aber das kann keine Ahnung geben. Ich habe eine Sechs-Kampfstärke. Ah ja, muss gleich sowieso noch revueilen, aber das kann ich auch direkt jetzt machen. Ihr kriegt noch eine Trinkkarte durch die Bene Gesserit wünschen. Stimmt. Ja, ich habe nichts Großes über Hand. Ne, 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 ne. Die habe ich ja schon bekommen. Die habe ich schon eingesetzt. Und ich will ja hier oben händig da unten hin. Das heißt, ich kann was kaufen. Das könnte man nutzen, um den Quatsch loszuwerden. Das könnte noch was helfen. Für vier kann ich was kaufen. Das heißt, ich kann hier den Frame... Ach so, wenn ich vier auflaube. Ihr habt recht. Ja, ja, ja. Ja, ja, ihr habt recht. Da kriege ich noch eine. Stimmt. Oh, Idaho. Ist das Jason Momoa? Also, im Film ja. Das ist vollkommen richtig. Der gute Duncan Idaho. Aber die Graffin sind dem Film nachempfunden. Ah, guck an, okay. Mhm. Ähm, damit ist mein Zug durch. Ich darf keine Truppen stellen, genau. Ist das Spiel nach dem Film rausgekommen? Äh, ich glaube, ja. Ah, krass. Das ist noch so neu. Also, ein paar Jahre alt. Das ist doch das Brettspiel oder sowas. 2021 oder sowas. Ah, krass. Ich dachte auch, das wäre älter. Oder eine neue Auflage. Wir spielen doch hier nur brandheißen Scheiß. Ja, klar. Influencer, hallo. Gerade wir. Gerade wir spielen immer nur brandaktuelle Sachen. Ja, natürlich. Das ist das neueste vom neuen. Ja, ich glaube, damit ist auch mein Zug. Ich kann Discard Reveal Cards machen. Okay. Ranger, möchtest du eine Intrigen Karte spielen? Wisst ihr was? Mein Fail mit dem Sandwurm, der ist genau, sind genau die... Gaius? Dieser eine Kram, der jetzt fehlt, um Datt zu kaufen. Das ist so ärgerlich. Steinwein? Ich auch nicht. Hm, nun gut. Ich auch nicht. Kein Spice für uns beide, Steinwein. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Okay. Dann, ja, nehmen die anderen sich. Einfluss ist nochmal spannend. Was macht... Stimmt. So, dann geh ich jetzt mal nach oben. Niemand hat gesagt, dass das neu aufgelegt ist. Dann nehm ich mir hier meine... Wir haben gesagt, das Spiel ist nach dem Film entstanden. ...einen Schlüssel. Dann krieg ich nochmal einen Bonus-Influenz und eine Intrigen-Karte in dem jeweiligen Bereich. Warte, wo wir was haben? Bonus-Influenz? Was? Ach so. Ja, wegen meiner Fähigkeit. Jetzt geht's hier... Ähm, dann kann ich einmal einen davon ziehen noch. So, und ich krieg noch ne zweite Intrigen-Karte als Belohnung davon. Natürlich, ja. Könnt ihr mir kurz erklären, äh, wo jetzt die Einflussleistungen sich alle verändert haben? Das wäre für mich nochmal kurz wichtig. Nur bei den lilanen. Da bin ich drei nach oben. Und hast einen Siegpunkt bekommen? Äh, ja. Das passt. Ja, sollte passen. Oh, Shit, das ist nicht gut. Startspieler. Oh, er ist nach uns dran. Okay. Gut. Wir müssen nämlich vor ihm da sein. Oha. Das ist aber sauknapp. Oha. So, ist jetzt alles geklärt? Entschuldigt, Leute. Ähm, kann ich alles füßchen? Ja. Ja, ja. Gut. Das bedeutet, ein Schlachtschiff kommt wieder weg, genau. Genau, richtig. Der kommt wieder rauf. Genau. Äh, diese Karte, die ich ausgespielt habe, kann ich in den Müll werfen. Und jetzt haben wir die zwei Siegpunkte. Eieieieieieiei. Eieieieiei. Eieie, okay. Oh, oh. Jetzt wird's wild. Warte mal, welche Karten hab ich gezogen? So. Bevor irgendjemand hier bei dem Zug was macht, spiel ich eine Intrigenkarte. Äh, ja. Was? So, ich geb Siege aus und krieg ich einen Siegpunkt. Bevor mir einer meine Intrigenkarten klaut hier. Stimmt, das wär jetzt ... Oh, das wär jetzt natürlich ... Ah, gut. Guck mal hier. So. Krollen weg. So. Wir stehen richtig scheiße da, weil wir keine Bene Gesserit-Karte haben. So, und hier Manuel. Miser geht's kaum, ja. Manuel, du musst einen hoch. Wir haben auch kein Wasser für drei Karten ziehen. Okay, das war jetzt ein Loser. Und da ist Karius jetzt dran, ne? Das war richtig ein Loser-Scheiß. Das ist jetzt ne sehr wichtige Runde. Ähm ... Das würde jetzt, glaub ich, Sinn machen, dass ich jetzt die Karte als allererstes spiele. Jetzt müssen wir uns des krassen Luck haben. Ich hoffe, dass die genau das macht, was ich auch denke. Dass wir durch die Aktion ne Bene Gesserit bekommen. Gut. Das heißt, ich würde jetzt meine Guild Accord ... Ansonsten weiß ich auch nicht, was wir machen. ... und mir den Highliner für vier Spice holen. Das einzige, was wir noch machen können ist ... Äh ... Ja, das heißt, ich würde mir dann einfach zwei Spice gleich dazufügen wieder, ne? Weil ich werde jetzt sechs abgezogen bekommen. Scheiße. Das ist unser ganzer Plan. Ah, das wäre so gut gewesen. Und zwölf auf ... Einen Mentat ... Jetzt hole ich mir die zwei wieder. Könnte man auch machen, mit dem Dagger, ja? Gut. Aber wir haben nur ein grünes Ding. Wie war das? Ich kann jetzt theoretisch ja alle fünf ... Ne, ich kann jetzt sieben noch mal gesagt, ne? Sieben ins Schlachtfeld packen. Wir können den Dagger nicht nutzen. Scheiße. Drei ... Drei ... Aber was sollen wir sonst nutzen? Ja ... Wir müssen ... Wir müssen das Ding abwerfen, Dune and Desert Planet. Oder wir müssen das Ding abwerfen. Oh ... Ich glaube, das wäre ... Fantastisch. Warum ist ... Warum ist Ecke einen nach hinten gerutscht? Ich habe die Bündnis ... Das Bündnis mit der Gilde verloren. Genau. Das habe ich jetzt nämlich bekommen. Ich bin auch dafür eins aufgestiegen, glaube ich, oder? Ja, stimmt. Ich meine, du bist sonst aufgestiegen und ich bin auf jeden Fall eins zurück. Ranger will bei den Benef. Ich hoffe so. Ja, es hilft nichts. Wir müssen den Guntopter, glaube ich, abwerfen. Ich muss jetzt auch mal noch ein paar sinnvolle Moves machen. So. Das Maximum an Druck ... Und hoffen, dass wir Beneckes Red bekommen. Nein, gefühlt. Ich habe mein Wasser bekommen. Äh ... Hier können wir auch noch eine Karte ziehen, aber die zwei brauchen wir. Im Moment haben wir acht. Also ein Siegpunkt müsste schon drin sein. Ja, typisch. Man hat immer etwas zu vergessen, aber nee, dann ist Steinwein jetzt. Ja, ich bin ... Das ist alles nicht so schön. Ihr könnt euch ja noch auf die nächste Runde warten mit eurem großen Kampf und euch dann nochmal die zwei Siegpunkte holen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das jetzt die finale Runde wird. Ja, mein Chat hat es auch schon gemeint, dass die Chancen ... Su, tut mir leid. Werde ich kurz vor dem Turnier machen. Leider. Weil drei Personen haben jetzt die Möglichkeit, in der Runde zu gewinnen. Ja. Leider richtig. Ich muss, bevor ihr eure Züge planten, muss ich kurz intervenieren. Ecke, deine Plott-Tarte darfst du nur spielen, wenn du dran bist. Oh. Stimmt. Richtig, ey. Richtig. Stimmt, immer nur, wenn der im Zug ist, ne? Ja. Was war das gleich nochmal? Dann lege ich die erstmal hier hin. Ich hab schon gezahlt und so weiter. Am Ende ist das ... Ah. Du hast aber ... Warte mal, du hättest aber vier Trinkarten, ne? Ich hab vier. Also du hast die Möglichkeit, auf Benne-Gesserit draufzugehen. Wenn jemand vorher auf Benne-Gesserit geht, könnte er eine von den vier verlieren, richtig? Ist das Zufallsprinzip dann? Man zieht. Also jemand anderes zieht? Ja. Okay. So, ich freu mich auch schon sehr. Jetzt kannst du hier zugucken. Also ich bleib natürlich trotzdem bei meiner Aktion und bin fertig, aber ... Okay. Dein Weißer ist noch eine Möglichkeit. Dein Weißer ist noch eine Möglichkeit. Ja, also ich werfe jetzt diesen grandiosen Guntopter ab. Für die Holo-Projektoren. Ach, das ist diese Holo-Projektoren. Und ziehe eine Karte. Und jetzt heißt es beten. Und? Hat's geschafft, oder was? Hast du eine Karte, um die Benne-Gesser zu machen? Aha. Das hört sich aber nicht nach Freude an. Vielleicht hat Demenzweilen vergessen, was das bedeutet. Okay, das ist keine Freude. Komm. Doch, das ist eine ganz großartige Karte. Ach so. Klar. Die in Deutschland am Anfang wieder da. Ja. Wir haben's geschafft. So, machen wir jetzt. Jetzt ... Oh, Leute. Jetzt muss ich aber ... jetzt muss Steinweiler nur gucken, dass er nicht verliert. Jetzt muss ich einfach irgendwie so ein bisschen ... Luck haben. So, jetzt ... jetzt kommt das Risikospiel. Wie, Risiko? So zerbröselt der Keks nun mal. Ich spiele den ... das Messer. Meine Lieblingskarte. Und sende meinen Agenten ... hier ... oben hin. Für 1 Spice ... kaufe ich mir ... die Sonic Snoopers. Für die Sonic ... Ah, ich muss Equal machen, entschuldigt. Für die ... Also, Equal. Kriege ich da automatisch schon meinen ... Ne. Okay. Da kriege ich erstmal eine Intrigenkarte. So. Aha. 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 Nun, nun. So, dann ... nutze ich dieses gleich. Ich ... trashe ... die Karte ... und ... nehme ... Intrigenkarten, die ich nicht mehr brauche ... und ziehe dafür neue. So. Und jetzt muss ich kurz mal meinen Chat fragen. Was ... was meint ihr? Sollen wir diese Intrigenkarte auch trashen oder ... auf Megaluck hoffen, dass dann noch was Ähnliches kommt? Also, ich bin ja immer für Megaluck. Aha. Okay. Der Chat ... Die zwei, die sich geäußert haben, sind nicht einer Meinung. Warte mal. Kann ich das auch hier umdrehen? Ja, perfekt. Pass auf. Leute, ihr seht jetzt, was passiert. Eine Intrigenkarte. Es ist jetzt ein High-Risk-Move. Zweite. Davon hängt jetzt viel ab. Ja. Dritte Intrigenkarte. Drei Intrigenkarten. Ja, was machst du mit den drei jetzt? Die werden abgekleben und er zieht drei neue. Genau. Ich glaube, wir müssen die nicht untermischen oder so. Okay, okay. Ich ziehe jetzt drei neue. Eins. Zwei. Drei. Jetzt hat er drei Siegpunkte gekriegt. Oh, das war echt nass. Mit welcher Karte konnte er das jetzt so tauschen? Mit dem hier. Der Forschung, die er gekauft hat. Sonic Snoopers. Ah, Sonic Snoopers. Okay. Dann spiele ich Bribery und gebe zwei Tacken aus. Für einen Einfluss, krass. Kriegt er die Bene Gesserit. Ich weiß nicht. Dann kriegt er noch eine Intrige. Und jetzt hat er, ach komm. Hör auf, ey. Damit könnte Steinwallen damit schon gewinnen, ne? So. Und kriege noch ... Verdammt. ... noch eine Intrige. Ja. Aber wie ist das? Die Runde wird trotzdem zu Ende gespielt, auch wenn jemand ... Ja, du bleib doch mal. Ich habe neun. Ist doch alles in Ordnung. Ja, ja. Nix ist in Ordnung hier. Es läuft erst aus dem Ruder. Ja. Okay, Chat. Wir müssen einfach nur ... Nächste Runde ... ... diese verdammte Megabass haben. Hm. Dann kriegen wir vier und dann ... Okay, krass. Scheiße. Ja, äh, entschuldigt ... Hab ich mich erschrocken. Alles ist ruhig, alle kurz ... Es ist auch so ... Es ist auch wieder so ... Scheiße knapp alles. Es ist ... So, okay. Ich muss kurz ... Das ist jetzt wirklich ein wichtiger Move. Habe ich alles getan, was ich tun wollte. Ich habe hier oben ... Das für ein wenig gekauft. Zack, zack, zack. Fertig. Jo. Ähm ... Das ist auch klar. Das habe ich genutzt. Okay. Ähm ... Okay. Ja. Ja, ich bin fertig. Cool. Wir haben es geschafft. Ja, es ist aufregend, Leute. Es ist sehr spannend gerade, ja. Was ihr da ... Ecke. Okay, Chat. Also, wir haben zwei Sachen. Wir können es ... Wir können ... Spice muss fließen. Vielleicht kriegen ... Nee, kriegen wir nicht. Wie kriegen wir das? Fünf. Plus drei sind acht. Kommen wir nicht ran. Außer wir können irgendwo Karten ziehen. Aber das geht nicht. Ey, meinen Hirnschmalz. Können wir eine Kendi-Bio-Pause einlegen vielleicht? Wir haben neun. Wieso haben wir neun? Jetzt lass uns einfach durchgehen. Okay. Wie war's? Wir machen eine Pause jetzt? Nein! 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 Das war ne Frage. Jetzt? Entsetzen! Ja, ich überleg mir doch hier nicht die Taktik und dann haben wir eine Pause davor. Okay, wir haben neun. Alles klar. Ja. Gut, wir haben neun. Die wussten den Plan. Ich red ein super Plan, ne? Dann vergesse ich einfach wieder alles. Und wenn wir noch einen Spice bekommen, drei Spice bekommen, kriegen wir ... Noch ein Siegpunkt. Ja, wir spielen die Arakis-Laison und holen uns die drei Karten ziehen hier. Ah, da geht schon ne Hand drauf, Shad. Okay. Nee! Aber das geht nur über ... Ja! Über Hagabasan. Schwierig. Schwierig. Schwierig ist erstmal gut für ... Aber das geht auch nicht über Hagabasan, weil wir kein Wasser haben. Ähm, Görancha, du bist. Äh, was habt ihr? Ich brauchst Truppen. Also, wir kriegen's nicht, Leute. Ach, nee, brauchst du nicht. Okay, du ... Halt dich doch raus. Es ist doch jetzt ... Nur zwei Truppen darf ich reinschieben. Und da hätte ... Und da hätte jetzt ... Das Wasser natürlich geholfen, ne? Richtig. Ja, Ranger, du bist. Ja. Ach so, ich kann auch keine Karte mehr nutzen. Stimmt. Okay. Das geht also gar nicht. Ja, gut. Dann müssen wir hoffen, dass wir mit 10 gewinnen. Irgendeinen Nachteil hab ich immer dadurch. Ja, das Wasser. Das wär's jetzt gewesen. Hätten wir die behalten. Ich hab wieder auf den Chat gehört. Wir können nichts nutzen. Wir könnten höchstens ... Was könnten wir machen? Scheiße. Wir haben auch kein Geld mehr. Ich zähle sehr darauf, dass es noch eine zweite Runde gibt. Okay, warte mal. Ach, wie mach ich das? Sonst hab ich viel zu viel Spice übrig. Fuck. Okay, mach das. Also, ich spiel die Bene Gesserit-Sister. Ja. Und ziehe hier drauf. So. Gott sei Dank. Okay. Eck hat seine Karte schon gespielt, ne? Dann, ja. Okay. Die ist schon weg jetzt, genau. Dann spiel ich ... Ne, die Karte kann ich nicht spielen. Halt. Gut, wir müssen einfach hoffen, dass niemand anders auch 10 bekommt. So. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Außer vielleicht Ranger, der hat ... Doch. Null Spice. Dann würden wir gewinnen wegen Spice-Vorteil. Dann muss ich das ... Das geht auch nicht. Doch. Oh, ey. Ja, das mit den Schlachtschiffen müssen wir abhängig davon machen, wer ... Obwohl, die sind beide. Mhm. Er wäre zu spät dafür. Ranger könnte uns noch die Bene Gesserit wegnehmen, das ist wahr. Dann ist es vorbei, ja. Okay, also ich hab meine Karten dafür bekommen. Ich hab, äh ... Bin hier nach vorne gegangen. Okay, dann ist ... Halt. Stopp. Den kenn ich noch gar nicht. Spielt der mit uns mit? Halt. Der jetzt dran ist? Ja. Ach so, wenn wir das schaffen würden ... Kann ich noch einen bewegen? Ne, das muss ich in der ... Das kann ich nicht in der ... Okay, dann bin ich jetzt erstmal durch und dann ist Gaius dran. Die Plotkarte. Wir spielen den Schmuggler. Top da. Da ... Würde ich jetzt gerne einmal ... Hier oben zum Interstellar ... Das kann ich nur in meinem Zug spielen. Hingehen. Meines Wissens. Und sozusagen das mir holen, was ich jetzt ... Bis jetzt erwirtschaftet habe. Äh ... Da gibt jetzt keinen Knopf, den ich drücken kann, ne? Das mach ich manuell alles. Ja. Das heißt, ich geh jetzt wieder runter. Ups. Und bekomme jetzt erstmal zwei Truppen. Die kommen in die Garnition, richtig? Weil die kann ich ja nicht reinpacken. Ja. Genau. In die Garnition. Naja, aber du hast ... Du hast ja eine Technologie, ne? Stimmt, 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 stimmt. Die Technologie ... Gaios 4. Also erstmal bekomme ich drei und ... Und sie können alle rein sofort. Alle drei. Alle drei. Okay. Richtig. Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Wie viel wird der Ecke investieren? Wie wichtig ist ihm der ... Du musst jetzt all in gehen. Ja. Ja. Das musst du wirklich. Damit Ecke wird da ... Der hat zwei Punkte, die er noch braucht. Also ... Ja, das ist schon richtig. Das ist schon richtig. Wobei ... Zwei Punkte? Er braucht noch drei, oder bin ich ... Ja, also ein Punkt hier drin zu bekommen, ist tatsächlich gar nicht so schwierig zum Schluss. Ja, das ist auch wahr. Da kann man immer noch eine Intrigenkarte noch irgendwie auf der Hand haben, die irgendwas gibt. Ja, oder ... Oder so viele Karten, wie er hat plötzlich neun Punkte und das Spy must flow kaufen. Oder so, ja. Da es ja gerade um High Noon geht, es wird übrigens ums Imperiale Bassin gekämpft, wo Ecke die Kontrolle hat. Stimmt. Da kriegst du noch eine Garnison, eine Truppe, nee, nicht aus der Garnison. Gratis? Gratis, ne? Gratis hier aus deinem Vorrat. Einfach fein. Gut, das ist doch mal wunderbar. Das erleichtert mir die Entscheidung dann etwas. Ja, du hast überhaupt keine Entscheidung, du musst sowieso all in gehen. Genau, ich hab alles reingepackt, ja. Äh ... Genau, das war das. Ah, diese ... Ähm ... Das wär so cool, wenn ich das noch bringen könnte, aber ich bin nicht selbst ... Okay, passt auf. Bevor ich das mit der Fraktion entscheide, würde ich tatsächlich gerne noch meine zwei Karten vorher kaufen, äh, ähm, ziehen. Das ist, glaub ich, relevant dafür. Ah, zack, zack. Ui. Okay. Krass. Äh, hm, 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 hm. Was für eine Fraktion? Was willst du entscheiden? Äh, ich darf ja jetzt noch einen Einfluss hochgehen. Ach so. Bei irgendeiner der Fraktionen. Okay. Ja, das ist an sich gut, das stimmt. Ähm, aber wo gehen wir dann eins hoch jetzt? Ja gut. Also, Chat, wir müssen einfach nur ... Welche Karte kannst du da jetzt eins hochgehen? Hoffen? Äh, dadurch, dass ich oben ... Ach so, ja. ... bei ... Dass niemand auf zehn Siegpunkte kommt. Das kann aber trotzdem in der finalen Auswertungsphase noch passieren, wenn jemand noch so eine finale Plotkarte hat. Hier habt ihr schon was reingesetzt, aber da kann man auch ... Äh, bei den Benegesserit kann man auch auf das zweite Feld gehen, auch wenn man da noch gar keinen Einfluss hat, oder? Wenn man die zwei Spice zahlt. Na klar. Okay, okay, wollte ich nur kurz sicher gehen. Okay, ähm, das ... Wir müssen jetzt einfach mega hoffen, dass Gaius tatsächlich jetzt diese Schlacht gewinnt. Weil wenn er die Schlacht gewinnt, dann sind wir ... Dann haben wir es, würde ich sagen. Ich denke, wir gehen jetzt erstmal ... Ja doch, wir gehen jetzt den kostenlosen, gehen wir hier hoch. Äh, halt, mach ich das mit einem ... Ne, das mach ich schon auch händisch. Bei dem Imperium. Ja. Mal kurz gucken. Achtet ihr mal drauf? Ich hab, glaub ich, vier, ne? Weil das, ob das jetzt ... Ja. Hat mich erhöht, okay. Fantastisch. Gaius muss gewinnen. Wenn Gaius gewinnt, haben wir ... Äh ... Haben wir gewonnen. Also Gaius muss die Schlacht gewinnen. Jetzt bekomme ich ja noch entweder Solari oder Spice. Boah. Ich hab von beiden genug. Was ist jetzt wertvoller? Am Ende noch ... Ich würd Solari nehmen. Ja, ist gut für euch. Ähm ... Wo gibt man Solari aus, um irgendwas Wichtiges zu bekommen? Da, theoretisch ... Ein Solari, ne? Ich würde trotzdem behaupten, dass Spice wichtiger ist, falls es noch eine zweite Runde gibt, worauf ich ja hinarbeite mit meiner Armee. Ja, Solari bringt schon mehr ... Kann Spice noch relevant sein? Was meint der Chat? Meint der Chat auch Spice? Naja, ich seh mich als Chat, ich würd Solari nehmen. Ja, fantastisch. Und vor allem, wenn ein Ranger das Gegenteil sagt, dann passt das schon mal gut. Nehmen wir noch die zwei Spice. Ja, so sehr Fail-Ronde war das nicht. Es war nur ein wirklich gravierender Fehler. Einen Händler. Der uns jetzt ... Ich glaub, da täuscht sich aber jemand im Chat. Interstellar-Einfluss. ... auch gar nicht so viel gebracht hätte, dieses eine Spice mehr, weil wir jetzt eh die binnige Schrittkarte gar nicht gehabt hätten. Ähm ... Gut, wir hätten natürlich hier den ... Ja, das kaufen können. Okay, das wär schon geil gewesen, ja. Doch, der eine fehlt jetzt. Ich hab die zwei Karten gezogen. Ähm ... Das wär schon geil gewesen. Müsste jetzt hoffentlich nichts mehr vergessen haben. Erst die Karte weg, Steinwein. Achso, halt! Äh, da fällt mir ein ... Ne, Fortschrung ... Entschuldigung, äh, ne, Fortschrung kann ich nix machen, ne? Da hätt ich ganz oben sein müssen. Ja. Genau. Ja. Okay, ne, sorry, dann ... Ranger geht offenbar auf die Karte hier. Ich bin dran ... War leider viel zu machen. Ja. Tja, da muss ich euch enttäuschen. Ich mach gar nix mehr, sondern ... Kauf dich den Wurm. Revealer. Und ... Kauf mir tatsächlich den Wurm, ja. Hä? Aber hast du genug? Ja. Ich habe hier 5 plus 3 plus 1 ... Ah, die ... Und der blaue oben, Nummer 9. Die Karte noch. Oh, ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Das ist ... Das enttäuscht mich jetzt vor allem. Ja, da bringt mir jetzt natürlich dann eine zweite Runde Sieg. Ah, shit. Na gut. Oh mein Gott. Die Runde wird noch zu Ende gespielt, oder? Ja, die Runde wird noch zu Ende gespielt. Ja, es kann noch alles passieren, Leute. Also es ist ... Naja. Ja. Wer gewinnt bei Gleichstand? Ähm ... Ich glaube der mit dem meistens Spice. Das gefällt mir. Und wenn Spice gleich ist? Ja, da gibt's in der Regel ... Das gucken wir gleich nach. Oder willst du es jetzt wissen? Warte mal. Ey, das können wir gleich gucken. Naja, warte mal. Ich guck mal, check noch mal kurz. Hab ich mir mein Spice genommen? Is Connect from Server. Was? Timeout Steam Client. Ich? Nein. Ernsthaft? Ja. Du willst uns jetzt ermarschen? Oh Gott. Kein Scheiß. Speicher mal sicherheitshalber Absteinwein. Ja, natürlich. Ich bin nun unterbrochen zu Steam. Okay, also du weißt auch, du bist echt ein guter Content Creator. Du weißt, wie man im richtigen Moment die Spannung noch ... Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Genau. Ich krieg auf jeden Fall noch meinen Spice. Das ist wichtig. Aber du kannst rejoinen, ne? Ja, ja, ich komm wieder rein. Hoffentlich. Okay. Ja. Naja, ich nehm ja direkt schon mal meinen Spice. Einen Spice krieg ich vom Wurm, ne? Genau. So, das hab ich mir geholt. So, jetzt bin ... Jetzt bin ich wieder drin. Okay. Tjo, Leute, dann ... Viel Spaß bei der Schlacht. Ich drücke ja ... Jetzt kann sich zurücklehren zuschauen. Ja. Ich drücke Gaius die Daumen. Dankeschön. Ich darf jetzt, ne? Ohne großes Eigeninteresse Steinball, ne? Ja, natürlich. Was noch Ecke angeht, der dir dann vielleicht noch gefährlich werden könnte mit was, was weiß ich, woher noch Punkte bekommt. Naja, du kämpfst ja auch um die optimale Platzierung, insofern musst du jetzt schon alles geben. Das stimmt natürlich. Alles geben. Ich will schon natürlich jetzt versuchen, nochmal ordentlich aufzuholen. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Ich kann nicht in den Kampf, Shit. Ja. Ecke, du bist ... Er bespricht wahrscheinlich die Taktik. Lass uns teilhaben. Okay. Kriegsrat. Das ist spannend. Kriegsrat hat gehalten. Wir spielen die Dune-Karte. Okay. Und gehen auf den Schmuggler. Das ist jetzt dein zweiter von drei Agenten, den du hast, ne? Ja. Genau. Und ich zieh hier wieder runter und nehme mir der Spice. Natürlich. Was will er mit dem Spice anfangen? Wozu braucht er jetzt noch Spice? Der Highliner ist besetzt. Jo. Fertig? Vielleicht versucht er hier noch ... Ja, ich bin fertig. Dann spiele ich ... Oder will er wirklich auf den Tiebreak spielen? Okay, ich darf jetzt keinen Fehler machen. Ich spiele den hier. Raiding Way. Damit bin ich zweimal hintereinander dran. Weil ich das nutze. Oh, krass. Jetzt spiele ich meinen Agenten hier hin. So. Ein ... Was habe ich bezahlt? Ich bekomme Spice. Wo hast du denn hingespielt? Kurz. Auf Hagabasin. Hagabasin, okay. Jetzt spiele ich einmal eine Plotkarte. Die hier. Damit kann ich drei Karten ziehen. Ja, für einen Spice und ein Wasser. Eins, zwei, drei. Stimmt, der könnte auch eine Intrigenkarte haben fürs Finale. Spice hat ... Ja, 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 ja. Ich hab irgendwie ... Erstmal ziehe ich hier zwei Einheiten in den Schlachtfeld rein. Weil die kann ich ja noch von da mit reinbewegen. Hast du schon das Wasser und das Spice gezahlt? Ja, das wird automatisch gemacht. Ach, das wird automatisch gemacht. Für die drei Karten, okay. Ach so, nee, für die andere Karte noch nicht. Da muss ich noch Spend Water und Spend Spice. Ja, du darfst es nicht vergessen. Oh. Wow. Okay. Und dann werde ich ... Wenn du die Allianz wieder verlieren solltest, ist es nicht die letzte Runde. Das stimmt, ja. Juck, ist das anstrengend. Ich bin auch grad noch hochkonzentriert mit allem, was ich durchplane. Das ist wahr. Dann stehen wir richtig schlecht da. Das ist mein letzter Zug. Okay. Okay. Dann spiele ich meinen Ring. Okay, er kann die Allianz. Aktiviere die besondere Fähigkeit. Gehe hier oben ein Feld runter. Scheiße. Scheiße. Gehe ... Hä? Hier ein Feld ... Geh mal bitte mit deiner Hand da weg. Hier ein Feld hoch. So, und krieg damit den Siegespunkt. Ah, du Schweinebacke. Ach, nein. So. Stimmt, du hast Steinbeacke. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es könnte noch weitergehen. Dann gehe ich ... Oh nein. Oh mein Gott. Oh Gott, unterbrech mich nicht. So lese ich das. Dann gehe ich nach Katar. Da bekomme ich noch eine Secret-Karte. Oh nein. So, dann habe ich noch mal ... Nochmal zwei Einheiten, die ich hier reinsetzen kann. Das sind drei? Oh Gott. In die Mitte. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt muss ich aber richtig rechnen. Oh ... Hab die gespielt, hab die gespielt. Hab das gemacht, hab das gemacht. Allerdings gibt uns das natürlich wieder die Möglichkeit, noch an den Siegpunkt zu kommen. Und wenn wir gut Einfluss ziehen, halt noch einen Siegpunkt zu kriegen. Das muss ja durch sein. Das muss ja durch sein. Also es ist jetzt noch nicht verloren für uns, ne? Durch gespielt, bin ich auf jeden Fall. Äh ... Ja. Ranger ist eins mit der Wüste. Ja. Ich glaub, ich bin jetzt durch. Hab alles gemacht. Wartet, 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 wartet. Und das muss das Ziel sein, ne? Ja. Wir müssen wieder einen neuen Einfluss kriegen. Ja. Und wir müssen zwei Spice kriegen. Das muss ja wohl machbar sein. Zwei verdammte Spice. Das weiß gar nicht. Aber wir haben kein Wasser, das ist das Problem. Äh, ja. Vielen Dank. Okay, das heißt nur hier. Ich bin leider auch schon die ganze Zeit in dem Dilemma, weil ich ... Aber wir sind Startspieler. Ich dachte, ob ich die Sache riskieren soll oder nicht. Wir sind Startspieler. Das heißt, wir kriegen ... Ähm ... Wir kriegen Spice. Wir kriegen zwei Spice. Es ist nur noch Ecke nach mir dran. Einmal, ne? Mit zwei Magenten. Ähm ... Oh ... Oh, was ... Aber das Blöde ist, wir kriegen keine neun zusammen, wenn wir keine Karten ziehen können. Wir müssen irgendwie ... Was ist der richtige Weg? Unendlich Wasser bekommen. Spielen oder konservativ spielen? Hm ... Ich würde mich sehr ärgern. Ich würde mich zu sehr ärgern. Ich würde mich zu sehr ärgern. Das klappt nicht. Ja ... Schwierig, ne? Ich glaube, ich spiele es trotzdem ... Ja, wir machen kein Risiko. Wir machen konservativ, das heißt, wir nehmen ... Ich hasse ja noch alle Zeit der Welt, ne? Stimmt. Er kann natürlich den Kampf gewinnen. Durch dich jetzt ja schon, eventuell. Also ... So. Ähm, genau. Ich gehe jetzt zu den ... Riemen. Hardy Warriors. Zack. Dafür habe ich ein Wasser ausgegeben. Ach, mein Dingsfeld ist leer, ne? Okay. Dann wird wohl alles, was ich habe, reingeworfen. Das ist auch spannend. Ich habe nicht mal mehr zwei bekommen. Gut. Ähm ... Das heißt, ich werfe natürlich jetzt noch ... Muss ich? Jetzt wird es langsam schon, weil er mal Ecke hat ... Ja, komm. Also bitte. Naja, wenn ... Wenn die Runde weitergeht, dann gibt es ja noch eine Runde, Steinwallen. Ja, aber ... Wenn Ecke gewinnt, kann es sein, dass er einfach noch irgendwie eine scheiße Trinkkarte hat, dann ist es vorbei. Hey, das würde ich mir verbieten. Es gibt keine scheiße Trinkkarten. Gute. Hm. Ich meine, der Chat, alles wirklich rein? Auch die letzte? Komm, schieb alles rein. Sonst ärgert es dich später. Das hört sich schon wieder so an, als würdest du dich freuen, dass dann alles weg ist. Ja, das ... Das ist umgekehrte Psychologie von ihm. Ja. Da darfst du dich drauf einfallen. Ja, ja. Schieb rein. Los. Du wirst dich sonst wirklich ärgern. Ja, hab da ... Ja, die haben schon recht, ich soll das nicht im Zufall überlassen. Na, sonst ärgere ich mich, das stimmt. Na gut, also ich hab alles reingepackt, was ging. Der Kampf ist ... Also, ich fürchte, realistischerweise kriegen wir nicht ... Aber ich muss die jetzt noch ... Wir kriegen keine 2 Siegpunkte. Warte mal, wenn ich die Trash krieg ich noch eine ... Krieg ich noch eine weitere Karte, die ich ziehen kann, ne? Mit der Karte. Mit der Karte. Dann trash ich die Karte. Das ist unrealistisch. Yes. Und zieh noch die andere dann. Gut. Damit bin ich da erstmal fertig. Dann bin ich dran, ne? Ja. So. Okay. Bin ich mal sehr gespannt. Ich spiele meinen ... Jetzt wird's doch wieder knapper. Klar, Moment. Ich muss mal einfach kurz Rücksprache mit Chat halten, bevor ich's wieder mache. Natürlich. Es ist wichtig. Ich find's auf jeden Fall super, dass wir alle grad so ... aneinander dran grenzen wieder. Ja. Sieht sehr ästhetisch aus. Die Ampel-Koalition für Arrakis. Oder so. Ähm ... Um die Spannung nochmal hochzuhalten ... Ähm ... Ich hätte eine Frage zu der Ringfähigkeit von ... Ranger. Ja. Es wird ja ausdrücklich was von Snooper-Tokens gesagt ... Oh, stimmt. Das ist ja schon raus. Oh, mein guter Freund. Schummel-Ranger. Yo. Gain one influence with Faction-Bel. You have a Snooper-Token. Ja. Snooper-Token. Das kommt mir jetzt ungelegen. Ups. Sneeze nach Snooper-Token. So. Ein wieder runter. Lufel zu der weiteren Runde, auf die ich schon gehofft habe. Und ... ... damit geht die Allianz zurück. Nein. Und damit ... Sieht das so aus? Und so aus. Ranger, ich hatte mich auf dich verlassen. Was machst du jetzt? Warum sind jetzt hier irgendwie gerade Garnison-Grüne geflogen? Hat das auch einen Einfluss? Hä? Ich hab nichts gesehen. Sind da welche geflogen? Okay. Vielleicht hab ich's geträumt. Ich weiß auch nicht. Deinen Chat kannst du ja verifizieren, Steinweil. Da haben ein paar Leute, die zuschauen. Hast du. Ja. Auf jeden Fall hab ich die ... Die Nerven liegen blank. Ja, die Nerven liegen blank. Gut. So, ich hab meine Ringfähigkeit. Fangen wir mal hier wieder rein. Also, ich muss einen Solaris zahlen, damit ich eine Entrinkkarte kriege. Dein letzter Solaris. Ja. Der letzte Groschen wird hergezogen. Viel zu viel angesammelt. Oh Mann. Ranger, es tut mir jetzt ein bisschen leid, muss ich mal so sagen. Mhm. 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 Oh nein. Aber ... Oh mein Gott. Ja, cool. Das hört sich nicht gut an, nein. Das ist interessant. Nein, bitte nicht. Chat zum Mitlesen einmal. Hier, bitte. Oje. Chat ist zufrieden. Gut. Ich geh mit dem Ring auf Araken. Da bekommt Gaius auch ein Solaris. Die eine Karte. Wird jetzt, glaub ich, nix mehr großes Ausschlag geben. Gut. Dann setz ich eine Plotkarte ein. Ah ja, ich kann erst mal noch Truppen ins Feld führen. Und zwar drei Stück insgesamt. So und so. Dann setz ich eine Plotkarte ein und hole mir einen Agenten zurück. Und zwar den auf Araken. What? Ach du Schei ... Okay, krass. Das heißt ... Ihr dürft jetzt revealen, glaub ich, gleich, ne? Ich darf noch nicht weiterspielen. So sieht's aus, ja. Oh. Gut, das heißt ... Das heißt, hab ich was vergessen. Ich hab meine Ringfähigkeit eingesetzt. Ich hab das gezahlt, ich hab die gezogen. Ja, das war's. Genau. Ranger, du darfst. Du darfst, du darfst. Reveal hands. Willst du deine Flagshipping einsetzen? Die kann ich ja sowieso ... Ach, nicht in den Kampf ziehen, ne? Ja, die kann ich ja ... Nevermind, okay. Äh, ich krieg drei Solaris. Eins, zwei, drei. Ähm ... Dann hab ich drei Punkte insgesamt, die ich noch nutzen kann. Äh ... Sowieso egal. Ja. Wobei, drei, ne? Ja. 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 Dann hab ich drei Angriffspunkte, ähm, fünf Stück drin, also bin ich bei 13. Ups. Bei 13. Äh, ja, jetzt müsste ich alles gemacht haben. Frame in Bond. Gibt's bei mir nicht. Ne? Jo. Gut. Also, ich bin ... Ja. Reveal hands. Äh, vier plus zwei ... Also insgesamt sechs Punkte. Ähm ... Ja, dann würde ich mir jetzt die Tree Tree einfach mal noch kaufen. Wird zwar, ist zwar jetzt irrelevant, aber ... Nehmen wir noch. Und jetzt den Kampfwert. Äh ... Krieg's noch ein Wasser, vielleicht kann das ... Das ist noch wichtig. Hehehe. 28. Ich hoffe, ich hab mich jetzt nicht verzählt. Es müssten 28 sein. Wie macht man ... Wie stellt man das jetzt nochmal? Ich geh auf die 8. Einmal flippen. Ja. Äh ... Stimmt, ich krieg noch ein Wasser. Das nehmen wir natürlich mit. Wer weiß, was noch wichtig wird. Äh ... Warte mal. Äh ... Zähle ich nicht mehr. Ich hab hier 10. 20. 23. Plus vier sind 27. Ja, ne, du hast recht. Entschuldige. Hm? Alles gut. 12 Truppen plus Schiff. Ja, ja, ja. Das ist ein Dagger. Stimmt. Ja, okay. Ähm ... Genau. Damit ... hab ich jetzt das noch mit den Truppen gemacht. Und das geht erstmal weiter dann. Okay. Gut, gut. Kurze Anmerkung. Die Spielleitung ist gerade mal im Disconnect. Bin gleich wieder drinnen. Pff. Okay, im Spiel ... Ah, ja, okay. Alles gut. Aber wir spielen beide, ne? Ja. Ja, ja. Wir haben ja auch noch Zuschauer, die auch Sachen beobachten. Ecke ist dran. Oder? Ecke ist dran, ja. Ja. Ja, ich muss jetzt rechnen einmal kurz. Und Ranger wird leicht ungeduldig. Ach so, stimmt. Du hast jetzt noch den letzten Agenten. Ja, aber schon fehlt vor 12. Ja, absolut. Das ist richtig, ja. Länger als gedacht, ja, ja. Aber fürs Finale, das letzte Mal Dune Imperium, muss es ja ein episches Finale sein. Du musst deine Karten noch diskarten. Das ist vollkommen rettend. Guter Hinweis. Mann, ey, das ist so knapp alles. Scheiße. Ja, am Ende kannst du ja eh nicht berechnen, was hier noch für Intrigenkarten am Start sind. Ja, ich muss jetzt... Oh, Mann, ey. Ich muss das nochmal einmal kurz durchrechnen, dann habe ich mich entschieden, okay? Mhm. Gib mir einen kleinen Moment. Mach deine Hand da bei mir. Geh weg. Geh weg damit. Ich wollte nochmal den großen Moment nacherleben. Ja, scheint so. Ich hoffe, irgendwann rutschen wir beim Händewaschen die Ärmel runter, ey, ohne Scheiß. Das ist auch hier Kangerius und sein Diener. Auch eine Zweisamkeit wahrscheinlich. Das ist unfassbar. Mann, ey. Das ist überhaupt... Also die Fähigkeit ist ja so schon kacke da mit dem Snoopertoken. Ich kann das nur einsetzen, bevor ich auf dem zweiten Ding bin. Das hätten sie auch ein bisschen anders balancen können. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass du dadurch relativ viele gute Sachen bekommen hast. Ja, finde ich auch. Dadurch? Du hast mehr bekommen als meine Fähigkeit. Naja, nicht durch die Ringe, aber durch diese Snooper-Sachen. Diese Snooper, was du da alles an Boni bekommen hast. Ja, aber ich rede ja vom Ring. Der Ring sollte noch anders sein. Man muss das Gesamtpaket betrachten, verstehst du? Richtig, richtig. Als Sieger kann ich das auch sagen. Noch ist hier gar nichts gewonnen. Wer hatte die allererste Runde gewonnen gehabt? Schummelecke. Hey. Gar keiner. Gar keiner hat die gewonnen. Eigentlich Steinweinsam, wenn ich nicht gewonnen habe. Stimmt, stimmt. Das war im Nachgang noch. Naja, okay. Da war irgendwo ein Fehler drin, deswegen haben wir ja den Chili mit reingepackt. Aber frag mal, wer die zweite Runde gewonnen hat. Daran kann ich mich erinnern. Daran kann ich mich nicht erinnern. Der amtierende Gottverwalter. Der amtierende Gottverwalter. Der auch hier schon wieder ganz nah vorne dabei ist. Ja. Hätte ihn sein Siegelring nicht verlassen. Intrigen Wallen hat dann auf einmal sich gegen mich verschworen und dann war es vorbei. Intrigen Wallen, ja fantastisch. So, Ecke. Jetzt läuft aber die Zeit langsam ab. So, wir schmeißen unseren Frachter hier raus. Und gehen auf Imperial Basinen. Bekommen zwei Spies. Genau, hab zwei Spies gekriegt, weil ich ja die Farge hier habe. Kann noch mal zwei Truppen reinschieben. Äh, ja. Äh, 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 äh. Das wär's dann gewesen, glaub ich, ne? Das heißt, ich kann jetzt meine Karten revealen. Ja. Ja, wenn du fertig bist, dann ja. Gott, das war jetzt lange gerechnet. So, es gibt ein bisschen Punkte noch, die ich am Kampf dazuzählen kann. Ich habe aber genug Punkte, um einen Wurm zu kaufen. Was? Weil ich im Rad sitze. Also kaufen wir uns noch ein Würmchen. Ach du Scheiße. Okay. Na dann. Ähm, darf mich jetzt einen hochsetzen? Aber er muss noch den Kampf gewinnen. Ja. Den muss er noch gewinnen, ja. Und da steht immer noch, äh, Helena dagegen. Ähm, was ist hier los? Mal kurz ein bisschen auseinanderdröseln. Kann man die Hand da wegbekommen? Danke. Also, wir haben hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Truppen. Das sind zwölf. Schon mal. Dann haben wir zwei Schiffe, das ist nochmal sechs drauf. Dann sind wir bei 18. Dann bekomme ich durch meine Jungs hier hinten, bekomme ich sechs, sieben Punkte dazu. Dann sind wir bei 25. Ähm, so. Ja. Und du hast noch drei Intrigenkarten, ne? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So. Oh Gott. Ähm. Zwei Spice. Ja, ich kann mal die Karten, glaub ich, dann einpacken. Zwei Spice. Oder eine Karte mehr, mit der wir hier im Kampf hätten gehen können und die Kanonentürme raushauen. Dann ist Gaius dran mit, möchtest du eine Intrigkarte spielen? Ja, natürlich. Wir sind ja, das ist die letzte Runde, die wird jetzt rausgehauen. Drei Kampfpunkte. So. Ich bin gespannt, was du hast, ob's reicht oder ob's nicht reicht. We will see. Äh, Steinwallen? Der ist nicht im Kampf. Nee, aber Intrigenkarte, oder nicht? Nee, wenn ich nicht im Kampf bin, darf ich keine Kampf-Intrigenkarte. Okay, ich spiel auch eine Intrigenkarte. Leider. Boah. Ich muss dafür zwei Spice zahlen. Schön. Wenn ich noch mehr Intrigenkarten spiele, muss ich die jetzt spielen oder muss ich jetzt erstmal Ranger abwarten? Ich muss erst Ranger abwarten. Ja, du musst erst alles spielen. Nee, ich... Nein, nein, nein. Warte mal, das ist eine gute Frage. Oh. Das müssen wir regeltechnisch klären. Das ist jetzt wirklich wichtig. Äh... Ich glaube, erst die anderen, ne? Dann wird immer G3 um. Du musst nicht, du kannst. Wenn ich möchte aber. Ja. Ich mache noch die Chance, eine weitere Intrigenkarte zu spielen. Du passt ja nicht. Du hast ja jetzt schon gespielt. Das ist kein Passen. Ja. Insofern kannst du jetzt erstmal aussetzen. Ja. Gut, das heißt, ich muss zweimal... Ranger, du kannst jetzt auch nur eine spielen, wenn du willst. Ja, ich spiele erstmal eine nur und dann... Na ja, klar. Dann spiele ich auch eine. Ich spiele schon mal drei. Ich muss fünf vorgehen, ne? Fünf bekomme ich. Gut, dann... Das hat keine mehr. Ja, mein Chat fragt schon, ob ich aus dem Ärmel noch was zaubern kann. Leider nicht. Ranger, willst du noch mehr spielen aus irgendwelchen Gründen? Oder willst du... Jetzt bin ich noch dran. Ich spiele auch wieder eine. Genau dieselbe nochmal. Natürlich. Mit fünf. Das heißt, ich komme auf 35. Muss nochmal zwei Spice zahlen, aber die haben wir ja zum Glück. Gibt's doch nicht. Mein Gott. Warte mal. So. Fünf Spice. Ranger? Ich will mal anmerken, ich habe keine Truppen mehr auf meinem Täfelchen, ne? Also, mehr Truppen hätte ich auch gar nicht ins Feld überhaupt bekommen können im Spiel. Wollte ich nur mal anmerken. Ich hab auch ein bisschen was da. Noch mal eine. Du hast sogar noch was. Das ist was Krasse. Vier nochmal. Okay, Ranger, du hast immer noch die Möglichkeit. Andere können ich setzen. Kannst du auch nicht? Nee, ich hab keine... Du passt jetzt. Du passt jetzt. Ich passe jetzt. Oder bist du jetzt der Einzige? Was invalidiert oder so? So. Überhol uns nicht, ey. Bitte, ey. Eins. Zwei. Ja. Da krieg ich dann nochmal vier. Als ob er dich jetzt noch überholt, Ecke. Also... So, dann spiele ich die... Jetzt habe ich keine mehr. Wollen wir mal realistisch bleiben. Alter, ey. Also bitte, Ecke. Du hättest dir aber auch aufbewahren können für einen Siegpunkt, ne? Ja, ich weiß. Alles nach dem ersten ist sinnlos. Okay, gut. Kampf ist durch. Nämlich? Das ist nicht mein Bauch. Franziskaner Fisch, hier grummelt kein Bauch. Ja, crazy. Das heißt, ich darf eine Flagge von mir noch setzen. Das können wir nochmal machen, um der Richtigkeit halber. Ah. Ich hätte jetzt schon gern irgendwie hier Platz zwei mir geteilt mit Ecke oder so. Oh Mann. So. Jetzt ist aber noch nicht fertig. Nee, ist noch nicht fertig. Ja, naja. Steinwein, möchtest du noch eine Intrigenkarte... Nee, erstmal könnt ihr erstmal... Gaius, möchtest du noch eine finale Intrigenkarte spielen? Ich habe keine Karten auf meiner Seite. Eine Endgame-Karte. So. Ich würde gerne eine spielen. Guck mal, die wäre jetzt geil, ne? Ah! Nein! Du hast keinen frei. Oh, wie bitter! Oh, du hast doch eine, du kriegst was! Hör auf! Ich krieg was? Nein. Du hast doch eine Karte, die dir jetzt irgendwie Spice gibt. Bitte? Nein, nein, hab ich nicht. Nein, komm! Ich hätte doch diese geile gehabt, Kanonentürme. Wäre ich im Kampf gewesen, hättest du so einen Dreadnode... Oh! Aber... Ich hab nichts. Wieso bist du überhaupt... Du warst doch gar keinen Kampf. Ich bin... Äh... Ich hab nichts. Stimmt. Du hast gewonnen. Außer es zaubert noch jetzt immer irgendwas. Ich hab noch eine Endgame-Karte. Oh! Was ist das? Ich bekomm noch einen Siegpunkt. Oh! Na dann ist ja sowieso alles easy. Damit hat er ja dann erst gewonnen, weil jetzt ist er doch ein Punkt. Nee, bei Unentschieden... Dann hätte ich mehr Spice gehabt. Zählt er Spice. Ach, weil du noch mehr Spice hattest. Ah, okay. Ja, dann ist es doch ein... Also, ich hab hier noch eine Endgame-Karte, mit der hätte dann der Steinwallen gewonnen. Wieso? If we have at least two... Ja, mit der hätte ich die gehabt, ja. Das ist fast schlau. Auf die hab ich tatsächlich ein bisschen gehofft. Oh, wow, Alter. Damit hat er zwei Siegpunkte bekommen. Äh, auf die hab ich ein bisschen gehofft, als ich auf die Intrigen-Karten hier gesetzt hatte. Ne? Hier, no risk, no fun und so. Ihr wisst. Wo ich vier Intrigen-Karten auf einmal gezogen hätte. Ja. Aber... Hab ich die schon gehabt. Die gibt's... Nee, die gibt's mehrfach, glaub ich. Die gibt's zwei. Ich muss aber gestehen, ohne den Chat, der mich immer wieder an meinen Plan erinnert. Ich hab immer so Pläne geschmiedet. Und dann habt ihr irgendwas Lustiges gemacht. Irgendwas ist passiert. Und bei mir einfach vollkommen eine Festplatten-Deletung. Ich wüsste gar nichts mehr. Sobald ich dran war, dachte ich immer so, fuck, was war der Plan? Ja, ein hohes Chat. Und der Chat hat mich immer wieder so erinnert. Alter, ohne die wär das hier nie so weit gekommen. Nie. Ja, krass. Oh Gott. Ah, krass. Sehr, 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 sehr schön dargespielt. Ja, Ranger, tut mir noch mal leid, dass hier so auf die Regeln insistiert werden. Das mein ich jetzt wirklich ernst. Die Enttäuschung war die so wirklich spürbar anzumerken. Ja. Wir hätten jetzt auch keine neue Runde da gehabt, ne? Doch. Damit können wir das Ding auch schließen. Ich bin der ewige Sieger dieser ganzen Geschichte. Oh Gott. Immer schummeln und einmal ehrlich. Damit können wir das Ganze auch jetzt begraben. Oh Gott. Weißt du was, Ecke? Da spielen wir jetzt mal Dune Spice aus und dann machen wir das nochmal neu aus, wer hier bei Dune der ewige Sieger ist. Okay, gut. Also, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ah, sehr schön. Ja, Gratulation. So. 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 So.